So, eine neue Folge Jungnaiv mit einem fast schon altbekannten Gast. Wer bist du nochmal? Ja, ich heiße Ulrike Herrmann und bin Wirtschaftsredakteurin bei der Taz. Wie läuft es so mit der Wirtschaft? Mit der läuft es eigentlich gerade nicht gut, aber bei mir läuft meine persönliche Wirtschaft bestens. Warum? Ja, weil ich... Im kapitalistischen Sinn oder was? Ja, also es ist so ironischerweise so, dass ich ein Buch geschrieben habe, das heißt Das Ende des Kapitalismus und das verkauft sich so gut, dass ich damit jetzt Geld verdiene. Das ist natürlich ein bisschen absurd, mit dem Ende des Kapitalismus Geld zu verdienen. Du könntest es ja spenden, also. Genau. Eine antikapitalistische Organisation. Nee, aber ich denke darüber schon nach, also nicht alles natürlich, aber Teile. Aber an die Ukraine. Aha. Ja. An wen geht das dann? Das muss ich mir noch überlegen, aber auf jeden Fall kriegt die Ukraine dann Teile des Geldes. Du warst ja in Folge 451 schon zu Gast. Ja. Damals haben wir ja unter anderem über die soziale Marktwirtschaft gesprochen. Stimmt. Wie wir den Kapitalismus in Deutschland nennen. Darum habe ich mich gewundert, warum du, um nicht das Buch besser zu verkaufen, das Buch nicht das Ende der sozialen Marktwirtschaft genannt hast. Weil die Deutschen glauben ja wahrscheinlich, dass wir nicht im Kapitalismus leben. Ja, das stimmt, aber das ist eben ein ganz großer Irrtum. Also wir leben faktisch im Kapitalismus, wie auch alle anderen Industrieländer. Und die soziale Marktwirtschaft existiert gar nicht, sondern ist eine Fiktion der Neoliberalen. Und ja, die meisten Deutschen, wenn sie soziale Marktwirtschaft hören, denken, wir hätten eine Marktwirtschaft, wo der Markt ganz wichtig ist, die dann auch wirklich besonders sozial sei, sozialer als andere Länder. Und beides ist falsch. Also erstens ist Deutschland nicht besonders sozial im Vergleich und zweitens ist es so, dass diese Marktwirtschaft nicht existiert. Und der Erfinder dieser Marktwirtschaft, nämlich Ludwig Erhard, stellte sich das so vor. Eine Marktwirtschaft ist an und für sich sozial. Man muss nur für den Wettbewerb sorgen und schon ist der Kunde König und alles ist gut. Er war gegen die Rentenreform und so weiter. Und diese Marktwirtschaft, deren Kern eben der sogenannte Wettbewerb ist, ist deswegen eine Fiktion, weil es diesen Wettbewerb gar nicht gibt. Sondern man muss sich ja vorstellen, da weiß eigentlich auch jeder, dass große Konzerne alles kontrollieren. Also von den Rufschaften bis zu den Absatzmärkten und wenige Firmen kontrollieren dann eben auch ihre gesamte Branche. Das kommt aber alles bei diesen Marktwirtschaftlern gar nicht vor. War es nicht sogar so, dass ein paar Tage bevor die soziale Marktwirtschaft quasi ausgerufen wurde, damals das nicht sogar sozialistische Marktwirtschaft heißen sollte? Nee, das ist ein Mythos. Die Marktwirtschaft ist ja eine Erfindung der CDU, aber die war nie wirklich sozialistisch. Ich glaube, Hans hat das mal erzählt. Das ist ein paar Tage vorher nicht sozial, sondern sozialistisch. Also es gab das Alener Programm bei der CDU 1947, aber das war eigentlich immer eine Splittergruppe, die innerhalb kürzester Zeit von einem Herrn namens Konrad Adenauer niedergemacht wurde in der CDU. Und der Mainstream in der CDU war neoliberal und dazu gehörte eben auch Ludwig Erhard. Der, falls Sie ihn noch nicht alle kennen, mal Wirtschaftsminister war und später Kanzler der Bundesrepublik. Klar. Ein Vorbild hängt hier irgendwo auch. Achso, ja, neben Marx, ja. Ja, natürlich. Warum hast du das Buch geschrieben? Ich meine, ich habe mal geguckt, du hast schon 2015 einen Artikel, ich habe es bei Le Mans Diplomatie gefunden, da hast du auch schon einen langen Artikel über das Ende des Kapitalismus gesprochen. Ist das quasi jetzt die Buchform deines Artikels damals? Ja, genau. Also es gibt ja von mir ein Buch, das heißt Der Sieg des Kapitals. Da ging es um die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen. Da habe ich eigentlich nur den Kapitalismus erklärt, aber es ist 2013 erschienen. Aber das letzte Kapitel hat sich schon mit dem Ende des Kapitalismus beschäftigt. Also vielleicht vorab, damit da keine Missverständnisse entstehen. Ich bin keine Kapitalismuskritikerin. Ich finde dieses System absolut faszinierend, weil es eben Wohlstand und Wachstum ermöglicht hat. Als einziges Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte war der Kapitalismus tatsächlich dynamisch. Alle anderen haben immer in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt, waren arm und sind früh gestorben. Also der Kapitalismus ist faszinierend. Aber er hat eben den Nachteil, dass er Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Also es ist völlig klar, dass der Kapitalismus enden wird und enden muss. Du bist keine Kapitalismuskritikerin, du bist eine Antikapitalistin. Nein, wie gesagt, ich finde das System ja total faszinierend, eben weil es Wachstum ermöglicht hat. Davon haben wir auch alle. Du bist eine faszinierte Kapitalistin. Ich bin eine faszinierte Kapitalistin, genau. Wirklich? Ja, weil der Kapitalismus, muss man jetzt mal sagen, war ein Segen. Also nur um einer Zahl zu nehmen. Früher sind die Menschen im Durchschnitt mit 35 Jahren gestorben. Also wir beide würden hier gar nicht mehr sitzen. Höchstwahrscheinlich. Ich gerade noch. Ja, aber du bist noch unter 35. Herzlichen Glückwunsch. Gerade drüber. Genau. Also vielleicht wird es nur noch leben. Ich wahrscheinlich nicht mehr. Und heute werden wir aber, weiß jeder, im Durchschnitt über 80. Und das ist ja erstmal ein Geschenk, muss man so sagen. Und dass die Leute damals so früh gestorben sind, lag eben daran, dass schon 40 Prozent der Neugeborenen das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben, weil die vorher an Krankheiten gestorben sind, die man heute nur noch aus dem Lexikon kennt. Also Diphterie, Masern, Scharlach und so weiter. Also war der Kapitalismus gut. Aber wie gesagt, man kann ja nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen. Und im Augenblick tun die Deutschen so, als könnte man drei Planeten verbrauchen. Aber es gibt nur eine Erde. Ein Segen war, dass wir älter geworden sind. Ja, genau. Was gibt es noch für Segen des Kapitalismus? Also zum Beispiel Bildung. Also dass jetzt 50 Prozent eines Jahrgangs Abitur machen können, ist eine Folge des Wohlstands. Also man muss sich klar machen, dass vorher Frauen gar nicht ausgebildet wurden. Mädchen sind gar nicht zur Schule gegangen im Durchschnitt. Und von den Jungs sind ein Prozent aufs Gymnasium gegangen. Und der Rest konnte auch sich glücklich schätzen, wenn er die Volksschule beenden durfte. Also der normale Bürger hatte entweder keine Schulbildung oder konnte gerade mal lesen und schreiben. So und das ist natürlich ein, also aus meiner Sicht ist Bildung ein Menschenrecht. Und dafür braucht man aber Wohlstand. Weil früher wurden die Kinder gebraucht als Arbeitskräfte. Das ging gar nicht, die freizustellen. Und auch sowas wie Kindheit, dass es eine abgegrenzte Zeit des Lebens gibt, wo man spielen darf und wo man gefördert wird. Und so das geht alles nur in Wohlstandsgesellschaften. Anderer Fall, Demokratie. Also auch, das kann man auch klar sehen weltweit, dass erster Wohlstand kommt und dann Demokratie möglich ist. Also die Menschen haben schon immer gewusst, dass sie eigentlich alle gleich sind. Das steht schon in der Bibel. Aber dass man das leben kann als politische Realität, das setzt auch Wohlstand voraus. Warum war der Kapitalismus jetzt gut aus Bildungssicht? Ja, weil er hat Bildungssicht, nee, du musst es so sehen. Also vielleicht sollte man mal definieren, was Kapitalismus ist. Das ist aus meiner Sicht ungefähr das Gleiche wie Industrialisierung. Und durch den Einsatz von Technik konnte eben jeder einzelne Arbeitnehmer mehr produzieren. Und damit hatte man eben Wachstum und Wohlstand. Und erst mit diesem Wohlstand war es dann möglich, Kinder in die Schule zu schicken und dass sie eben Bildung bekommen. Auch nur dieser Wohlstand hat es ermöglicht, dass man Demokratie hatte. Denn das Problem ist ja, wenn du eine stagnierende Agrargesellschaft hast. Und in so einer Gesellschaft haben ja alle vorher gelebt. Immer, ob das antike Rom war oder das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus. Oder hier Preußen im 18. Jahrhundert. Alles stagnierende Agrargesellschaften. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Und wenn du so eine Situation hast, es gibt absolut kein Wachstum, dann kannst du nur reich werden, indem du andere beklaust. Und dann kannst du keine Demokratie haben, dann musst du praktisch eine Diktatur haben oder einen Feudalismus, in dem Adlige herrschen. Jedenfalls kann es keine Gleichberechtigung geben. In dem Moment, wo du Wohlstand hast oder Wachstum, können alle reich werden. Natürlich werden die Reichen reicher als die Normalbevölkerung, aber alle können irgendwie reicher werden. Und in dem Moment, wenn du nicht mehr klauen musst, um selber reich zu werden, weil es Wachstum gibt, kannst du eine Demokratie haben. Aber ist das nicht eine Lebenslüge als Kapitalismus, dass alle reich werden können? Brecht hat das schon gesagt. Du bist so reich, weil andere armen sind. Ja, das ist ein Irrtum von Brecht. Und das ist auch ein Irrtum von Marx. Also ich bin der totale Fan von Marx, er war ein Genie. Aber manche Dinge hat er nicht klar gesehen. Also der Witz ist, der Kapitalismus funktioniert am besten, wenn es keine Ausbeutung gibt. Also damit da jetzt keine Missverständnisse passieren. Natürlich gibt es jede Menge Gewalt, es gibt jede Menge Ausbeutung. Aber das sind politische Phänomene. Das ist kein Sachzwang des Kapitalismus. Der Kapitalismus als ökonomisches System funktioniert am besten, wenn auch die Arbeiter immer, also hohe Löhne haben. Und wenn diese Löhne dann auch steigen mit dem Produktivitätsfortschritt. Und das kann man sich ja eigentlich ganz einfach überlegen. Also wenn man durch den technischen Fortschritt immer mehr Waren herstellen kann, dann gibt es so eine Kurve nach oben. Dann ist ja völlig klar, dass die Reallöhne auch zunehmen müssen, damit es überhaupt Leute gibt, die dann diese ganzen Waren kaufen können. Wenn man stattdessen die Löhne drückt, hat man ja sofort das Problem, dass man seine Waren nicht mehr los wird. Und das passiert natürlich ständig. Auch in Deutschland gibt es einen Niedriglohnsektor. Nur das macht Deutschland nicht reich, das macht Deutschland arm. Das sind politische Fehler, aber kein ökonomischer Sachzwang. Oder man kann es auch so sagen, die Tragik des Kapitalismus ist, dass die Kapitalisten ihn nicht verstehen. Weil jeder Unternehmer denkt ja immer, es ist eine schlaue Idee, Löhne zu drücken, nach dem Motto, Löhne sind meine Kosten. Dass aber die Löhne des einen Unternehmers die Nachfrage beim nächsten Firmenchef sind, das kapieren die irgendwie nicht. Du guckst jetzt auch so wahnsinnig skeptisch. Du behauptest gerade, dass Ausbeutung im Kapitalismus nicht zwingend ist. Ja, genau. Das habe ich noch nie gehört. Glaube ich auch nicht. Ja, also dass du das noch nie gehört hast, wundert mich jetzt. Aber weil das ist jetzt nicht meine Erkenntnis oder meine Erfindung. Das sagt auch Keynes beispielsweise. Da kannst du das auch schon nachlesen. Nachfrage ist alles im Kapitalismus. Und die Nachfrage ist eine Massennachfrage. Oder anders gesagt, ich versuche es jetzt nochmal anders. Also angenommen, wir würden in einem System leben, wo es nur ganz wenige Reiche gibt. Und die können sich alles leisten. Die sind Milliardäre. Die können sich Yachten leisten mit goldenen Wasserhähnen und frag mich nicht. Aber der Rest der Bevölkerung hätte nichts. Dann würde sich die kapitalistische Technik nicht lohnen. Weil es ja niemanden gibt, der das kauft. Denn die Milliardäre kaufen ja nicht 100.000 Autos, sondern die kaufen vielleicht ein Auto, zwei Autos. Und die sind dann aber keine Massenprodukte, sondern handwerklich hergestellt, so ganz aufwendig. Alles geliebevoll einzeln hergestellt. Aber damit hast du kein Wachstum, damit hast du keinen Kapitalismus. Damit hast du Russland. Weißt du, in Russland kann man schön sehen, was passiert, wenn eine kleine Schicht den gesamten Reichtum eines Landes stiehlt. Dann gibt es keine Entwicklung. Und zwar keine. Also das muss man sich klar machen, dass Russland zum Beispiel pro Kopf ärmer ist als Rumänien, obwohl sie so viele Rohstoffe haben. Und das liegt daran, dass ein Land sich eben nicht entwickeln kann, wenn eine kleine Schicht alles klaut. Es ist ganz wichtig, dass es eine Massenkaufkraft gibt und dass die Massen ordentliche Löhne haben, damit eben die Technik, die Maschinen sich auch lohnen, weil man die Waren absetzen kann. Jetzt guckst du total schockiert. Ich bin geschüttert. Aber es können doch nicht alle reich werden. Wieso das denn nicht? Wenn alle auf der Welt reich werden könnten und den Luxus haben sollen, den jetzt die Reichen haben, dann haben wir ja nicht genug Erde dafür. Das stimmt. Das ist der einzige. Und dementsprechend ist doch der Satz falsch. Ja, also das schreibe ich ja auch. Es können eben nicht alle reich werden. Ja, aber man muss das ja unterscheiden zwischen, braucht der Kapitalismus Ausbeutung von anderen Menschen? Nein. Oder gibt es Grenzen für dieses System, die in der Natur, in der Umwelt liegen? Und da sage ich natürlich, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Man kann nicht auf einer endlichen Welt unendlich wachsen. Es gibt zwei absolute Grenzen, die auch absolut in Sicht sind. Das eine ist die Umweltgrenze. Nicht, wir ruinieren hier alles. Und das andere ist das, was du ansprichst, die Rohstoffgrenze. Nicht, also sogar solche Banalitäten wie Bausand werden ja schon knapp. Und das stimmt absolut. Der Kapitalismus war an sich wunderbar, weil die Leute, die daran teilnehmen durften, haben auch Wohlstand erlebt. Dazu gehören die Deutschen. Aber leider, leider kann man eben nicht die ganze Welt ausbilden. Aber das bestätigt das doch. Also es können nicht alle reich werden, weil wir nicht genug Rohstoffe und Land haben. Also stimmt doch der Satz nicht. Ja, aber du hast ja vorhin über Ausbeutung von Menschen geredet. Das ist nicht nötig. Was der Kapitalismus aber braucht, ist Ausbeutung von Natur und Rohstoffen. Ja. Es gibt hier dieses schöne Bild von Fahana Jamin. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine britische Umweltaktivistin. Und die hat gesagt, Capitalism is a pyramid of extraction. Also Kapitalismus ist eine Ausbeutungspyramide. Ja, genau. Die Extraction ist, ja, von Rohstoffen, würde ich auf jeden Fall sagen. Ausbeutungspyramide, also wo die Natur und die Menschen am Boden sind und Profite, Vermögen und Macht sich nach oben akkumulieren. Ja, und da würde ich sagen, was die Natur angeht, stimmt das bei den Rohstoffen. Was die Menschen angeht, stimmt es eben nicht. Ich weiß, dass es ganz viele Kapitalismuskritiker gibt und Linke, die glauben, dass Kapitalismus per se als System Ausbeutung benötigt. Und da sage ich, nee, das stimmt eben nicht. Aber das ist ja auch völlig schnuppe, ob wir uns da jetzt einigen oder nicht. Ja, aber es gibt ja selbst in Deutschland, im kapitalistischen Deutschland Ausbeutung. Natürlich, aber das sage ich ja, es gibt einen riesen Niedriglohnsektor, es gibt auch Arme in Deutschland. Nur die Frage ist doch immer, sind das politische Fehlentscheidungen oder ist es ein ökonomischer Sachzwang? Und da sage ich, es sind politische Fehlentscheidungen und der Kapitalismus in Deutschland würde besser funktionieren, das Wachstum wäre höher, wenn alle Leute gute Löhne hätten. Verstehst du? In der letzten Folge hast du mal erzählt, wir wachsen eigentlich gar nicht mehr. Also rein faktisch. Auf einer monetären Ebene, also finanzmäßig wachsen wir immer noch, aber wir wachsen eigentlich eh nicht mehr. Also sagen wir mal so, das reale Wachstum in Deutschland ist schwach. Und es gibt noch Wachstum, aber es ist schwach. Und das liegt genau daran, dass wir einen riesigen Niedriglohnsektor haben. Und wenn man jetzt Gewerkschaftslöhne zahlen würde an alle in Deutschland, dann wäre das Wachstum höher, weil es Nachfrage gäbe und man die Waren besser absetzen könnte. Ja, aber das ist doch lustig. Warum haben wir denn den Niedriglohnsektor geschaffen, wenn das jetzt dazu führt, dass das reale Wachstum eigentlich so schwach ist? Warum schafft die Politik den nicht wieder ab, damit wir, wie du sagst, reales Wachstum bekommen? Ja, weil die meisten Wähler tatsächlich den neoliberalen Schwachsinn glauben. Also die neoliberale Theorie, eine Theorie, die völlig falsch liegt, tut ja so, als wären Löhne nur Kosten. Und dann kommt diese völlig falsche Idee raus, Deutschland wird reich, wenn ganz viele Leute arm sind. Wenn ganz viele Löhne niedrig sind, dann ist Deutschland reich. Und das ist eben falsch. Aber das glauben sehr viele Leute. Und damit, das ist also ein konservativer Irrglaube letztlich. Aber weil das so viele Wähler tatsächlich internalisiert haben, wird dann dieser Unsinn betrieben. Du hast gerade Russland angesprochen, hat mich natürlich daran erinnert, dass in Deutschland ja auch die Reichen und Superreichen immer reicher werden. Also mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo zwei Familien in Deutschland so viel Vermögen haben wie die unteren 42 Millionen. Ist das eine logische Folge des Kapitalismus? Also der Kapitalismus basiert natürlich auf Privateigentum. Obwohl, das muss man auch klar sagen, es gibt viele Länder, wo es Privateigentum gibt, wo es nicht wirklich eine kapitalistische Wirtschaft gibt. Aber ja, also dadurch, dass man das, also eigentlich muss man das anders erklären. Was es im Kapitalismus gibt, das hat Marx übrigens völlig richtig und sehr schön beschrieben, ist ja so ein Verdrängungswettbewerb, der dazu führt, dass am Ende sich alles bei wenigen Firmen konzentriert. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Wenige Firmen haben dann alles unter ihrer Ägide von den Rohstoffen bis zum Absatz die gesamte Wertschöpfungskette. Sind wir bei der Pyramide wieder? Ja, genau. Und dadurch werden die oben tendenziell reicher. Gleichzeitig ist es aber so, auch kann man in der Geschichte des Kapitalismus schön sehen, wie gesagt, das System ist ja so 1760 in England entstanden und hat sich dann in ganz Europa ausgedehnt, dass man durch Steuern diesen Konzentrationsprozess sehr gut kontrollieren kann. Also das sind ja die Erkenntnisse von dem französischen Ökonom Thomas Piketty, der hat sich das ja angeguckt und festgestellt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Einkommens- und Vermögensteuern sehr hoch waren, auch die Vermögenskonzentration nicht mehr weiter gewachsen ist. Das heißt, man kann, und das ist eigentlich auch durchaus positiv beim Kapitalismus, man kann ihn demokratisch kontrollieren, man kann ihn auch demokratisch gestalten und ganz wichtig sind da die Steuern. Und es wäre eben wichtig in Deutschland, dass man sowas hat wie eine Vermögensteuer, eine Erbschaftssteuer, hohe Steuern bei den Spitzen-Einkommen und hohe Unternehmenssteuern. Nur das Interessante ist, das findet ja keine Mehrheit bei den Wählern. Die Wähler wählen immer wieder verlässlich Parteien, die letztlich eine Vermögensteuer oder eine Erbschaftssteuer gar nicht wollen. Aber sind die Wählerinnen daran schuld oder die Parteien, die das nicht propagieren? Warum enden die das nicht? Ja, also darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt der Selbstbetrug der Mittelschicht. Also man kann sagen, es gibt in Deutschland viele Lobbyisten und auch die Medien sind nicht völlig ohne Einfluss, aber letztlich machen die Parteien ja das, womit sie Wählerstimmen bekommen. Und Parteien machen auch permanent Umfragen, um zu gucken, was die Wähler wollen und was auch wahlentscheidend ist, wenn die da an der Urne stehen. Und da kommt dann eben immer raus, dass am Ende die Wähler Angst davor kriegen, die Reichen zu besteuern. Also das ist so. Und ein Teil der Wahrheit ist eben, dass die Mittelschicht auch immer denkt, sie würde selber zur Elite gehören. Also nicht mit diesem Omas-Häuschen kann man wirklich jede Erbschaftssteuer killen. Obwohl, selbst wenn man die Leuten sagen würde, wisst ihr was, der Freibetrag ist eine Million, würden sie es nicht glauben, dass sie gar nicht betroffen sind, sondern wahrscheinlich annehmen, dass sie irgendwann Lotto-Gewinn haben und dann auch Erbschaftssteuer zahlen müssen. Also es ist Wahnsinn. Aber warum glauben die meisten Menschen an diesen Selbstbetrug? Die werden ja auch beeinflusst, zum Beispiel, wie du ja gesagt hast, durch Lobbyinteressen. Die Lobby wirkt ja nicht nur auf die Politik ein, damit die das nicht macht, sondern die wirkt ja auch durch Marketing, Greenwashing aller Art, auf die Menschen ein, durch Werbung, durch Talkshows. Ja, also die... Da sind wir doch beim Kapitalismus. Ja, aber man muss trotzdem, finde ich, ernst nehmen, dass wir hier in einer Demokratie leben und dass die Wähler durchaus Einfluss haben, weil die Parteien wollen ja dann wiedergewählt werden. Die Abgeordneten wollen auch wieder im Parlament sitzen. Gerade Leute, die jetzt nur ihren Bundestagssitz haben und sonst nichts, also die nicht Minister sind, die nicht ständig in den Medien sind, die werden nie wieder einen so schönen Beruf, auch so gut bezahlt finden, wie das Mandat im Bundestag. Das heißt, da gibt es bei den Hinterbänklern ein enormes Interesse daran, wieder in den Bundestag zu kommen. Das heißt, die sind bereit, alles zu tun, was die Wähler wollen. Deswegen spielen Umfragen auch so eine große Rolle, weil es tatsächlich in den Parteien für sehr viele Abgeordnete um die schiere Existenz geht. Wie gesagt, so schön wie im Bundestag werden sie nie wieder bezahlt. Also wollen sie wieder rein. Und deswegen haben die Wähler tatsächlich Macht. Und wenn man jetzt als Lobbyist die Interessen einer kleinen Minderheit durchbringen will, dann muss man die Emotionen und die falsche Selbstwahrnehmung der Mehrheit adressieren. Und man muss also irgendwie dafür sorgen, dass das mit dem Selbstbetrug der Mittelschicht funktioniert, dass also auch die Mittelschicht denkt, sie sei Teil der Elite. Und ich würde ja denken, dass da drei Mechanismen zusammengehen, die alle ganz fatal sind. Der erste Mechanismus ist, dass man über den Reichtum in Deutschland wenig weiß. Da gehen Billionen aus der Statistik verloren. Keiner weiß, wer sie hat. Und weil über die Reichen so wenig bekannt ist, ist es leicht für die Mittelschicht zu denken, sie sei auch reich oder fast reich. Nur noch ein kleiner Schritt und dann gehört man auch zur Elite. Das ist der erste Mechanismus, dass die Mittelschicht denkt, sie sei nur ganz kurz davor, auch zur Elite zu gehören. Der zweite Mechanismus ist, dass man den Aufstieg bei der Bildung verwechselt mit einem ökonomischen Aufstieg. Also nicht in vielen Familien ist es so, dass meine Generation, deine Generation jetzt die Ersten sind, die studiert haben. Und dann ist da irgendwie so die Idee, okay, jetzt haben wir ja studiert, jetzt sind wir ganz oben, jetzt sind wir auch ganz schlau. Und jetzt kommt der ökonomische Aufstieg. Und das ist der totale Unsinn. Also noch nie gab es eine Generation, die so gut ausgebildet ist, wie die Leute, die jetzt arbeiten. Aber es ist nicht so, dass die Löhne steigen würden. Das wird verwechselt, Bildungsaufstieg und ökonomischer Aufstieg. Und dann, ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mechanismus ist, dass die Mittelschicht dazu neigt, die Unterschicht vehement zu verachten. Dafür gibt es ja jetzt auch einen Ausdruck, Klassismus. Und dann kommt da so eine ganz gefährliche Hydraulik in Gang. Also so nach dem Motto, weil ich nicht Unterschicht bin, ich bin ja nicht bei den Armen, bei den Sozialempfängern, bin ich eben schon fast oben. Und dann sitzt man wieder da als Mittelschicht und denkt, man sei Elite und fördert Gesetze, von denen wirklich nur die Reichen profitieren. Genau, also der Klassismus ist ja quasi der kapitalistische Wettbewerb unter Bürgern. Man vergleicht sich, man will nicht absteigen. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, dass diese Verachtung der Unterschicht hat nichts mit dem Kapitalismus zu tun, sondern die ist älter. Die gab es schon immer. Kann man in der Geschichte klar sehen. Ja, klar. Und ich meine, die Meinungsbeeinflussung auf die Bürger, die die Parteien dann abfragen, kommt ja auch durch die Arbeitgeber. Also ich meine, wenn der Arbeitgeber einen sagt, ja, wählt jetzt jemand immer nicht die Linken und die wollen ja irgendwie Vermögen besteuern und das würde ja unserem Unternehmen schaden. Das hat eine Beeinflussung. Und die Medien noch selbst. Du bist jetzt die Ausnahme, du arbeitest bei der Taz. Genau. Aber die meisten privaten Medien in Deutschland sind in Händen von Reichen, von Kapitalisten. Ja, natürlich. Da werden diese Medien doch nicht diese andere Interessen propagieren. Ja, aber jetzt muss man mal auch sagen, keiner zwingt die Deutschen, die Bild-Zeitung zu lesen. Das machen die freiwillig. Weißt du, und die Taz, du hast es ja angesprochen, ist eine Genossenschaft, sie gehört ihren Lesern. Jeder in Deutschland könnte die Taz kaufen und lesen und wäre dann selber Eigentümer seiner eigenen Zeitung. Warum machen Sie das nicht? Ja, das frage ich mich auch. Mir ein Rätsel. Aber ich finde es ganz, ganz gefährlich, in einer Demokratie, wo auch Leute freie Entscheidungen treffen können, immer so zu tun, als sei der Wähler ein Opfer. Nein, der ist Täter. Und das muss man jetzt mal klar haben. Die Mittelschicht ist schon selber schuld, wenn sie immer Gesetze durchwinkt oder sogar gut findet, von denen nur die Reichen profitieren. Also ich will ja nicht sagen, dass nicht viele Tatsachen im Sozialstaat ziemlich schwierig zu verstehen sind und kompliziert. Aber was ein Spitzensteuersatz ist, das ist ganz einfach zu verstehen. Das ist der Steuersatz, den die Reichen bezahlen. Und wenn dann sowas passiert wie unter Rot-Grün, also ab 1998, dass der Spitzensteuersatz für die Reichen von 53 auf 42 Prozent gesenkt wird. Und alle Parteien im Bundestag, die es damals gab, sind dafür. Also von der CSU bis zu den Grünen. Das war eine Allparteien-Koalition. Alle waren der Meinung, dass man die Reichen beschenken muss. Und diese völlig irre Meinung hatten sie, weil das die Wähler so wollten. Und da kann man ja nur, also nicht alle Wähler, aber die Mehrheit der Wähler. Denn die Parteien wollten ja nicht ihre Wähler verlieren. Da kann man nur in den Tisch beißen vor Verzweiflung. Aber jetzt so zu tun, als wären diese Wähler alle Opfer von irgendwem. Aber die wurden ja beeinflusst mit dieser irren Meinung. Darauf sind sie ja nicht selbst gekommen. Da glaube ich, das ist falsch. Man kann die Leute nur beeinflussen, wenn sie auch beeinflusst werden wollen. Da gibt es auch wunderbare Leserforschung. Nee, wirklich. Werbung, so funktioniert Werbung doch. Ja, aber die Werbung holt die Leute. Man manipuliert Menschen, ein Produkt zu kaufen oder sich für etwas zu interessieren. Ja schon, aber du kannst jetzt nicht einfach irgendwas in der Werbung machen, sondern du musst die Leute immer da abholen, wo sie schon sind. Also wie stark die eigene Meinung ist, kann man in der Leserforschung bei Zeitungen beispielsweise sehr schön sehen. Also es gibt Studien, da haben die Leute beispielsweise einen FAZ-Artikel bekommen. Unterschiedliche Leute, sollten alle den gleichen Text lesen. Und dann wurden sie hinterher gefragt, was da drin stand. Das waren zehn verschiedene Texte. Jeder liest dann in diesem Artikel das, was er sich vorstellt, was da drin steht. Also weißt du, es gibt einen Sender und es gibt einen Empfänger. Und der Empfänger ist sehr, sehr wichtig. Aber du holst die Leute doch ab durch das kapitalistische Versprechen, wir können alle reich werden. Wenn das internalisiert ist, dann denkt man sich, naja, wenn ich reich bin, dann möchte ich ja auch nicht so besteuert werden. Ja genau, das ist die völlig falsche Vorstellung, die die dann da so haben, genau. Also die Feature des Kapitalismus, das hast du ja gerade schon angesprochen, das Wachstum. Genau. Was nötig ist, um das System am Leben zu halten, das unendliche Wachstum. Dann dieses, wir können alle reich werden. Also dieses Versprechen. Nee, das ist nicht wichtig für den Kapitalismus. Das ist eine politische Botschaft, die falsch ist, hat aber mit dem Kapitalismus nichts zu tun. Und das dritte Feature ist doch dann unendliches Vermögen, oder? Also dass Kapital immer weiter akkumuliert werden kann, ohne Grenze. Nein, also das sind auch Missverständnisse. Also wichtig ist das Wachstum, das stimmt. Und damit auch das Wachstum des Vermögens. Nicht des Vermögens, der Technik. Also das... Die Technik entwickelt sich ja weiter, weil investiert wird von Reichen, damit sie noch reicher werden. Genau. Aber es gibt ja auch noch den Finanzkapitalismus, der zum Beispiel nur stört. Also man muss davon wegkommen, zu denken, dass Kapitalismus im Zentrum was mit Geld zu tun hätte. Sondern das ist ein realwirtschaftliches Problem oder Phänomen. Also nochmal, vielleicht ganz platt. Kapitalismus ist der Einsatz von Technik, um Waren herzustellen, die man mit einem Gewinn verkauft. Das ist übrigens auch tatsächlich die Definition von Marx und die ist richtig. Und natürlich ist, was Marx nicht so klar gesehen hat oder was für ihn egal war, funktioniert diese Technik nur mit Energie. Ohne Energie würde die stillstehen. Und diese Energie war natürlich bisher immer fossile Energie, also Gas, Öl, Kohle, die leider Treibhausgase produziert. Das heißt, die Klimakrise, die wir jetzt haben, ist nicht irgendwie ein kleiner dummer Zufall, weil irgendjemand nicht genug Umweltschutz gemacht hat. Sondern diese Klimakrise, die wir heute haben, zielt ins Zentrum des Kapitalismus, ist praktisch die andere Seite. Das gehört zusammen, Kapitalismus und Klimakrise und deswegen müssen wir jetzt leider den Kapitalismus auch beenden. Darüber reden wir gleich, aber wir waren uns zuführen einig, dass bei der Ausbildungspyramide die Natur am Boden ist und darüber die Profite vermögen und Macht akkumuliert werden und damit auch Geld. Das wäre ja Kapital keine Macht in unserem Land. Ja, aber das Kapital im Kapitalismus ist nicht Geld. Das Kapital im Kapitalismus ist die Technik. Eigentum? Nee, Eigentum ist… Das Eigentum der Produktionsmittel. Ja, aber das ist wieder Marx, das führt dann wieder in die Irre. Also Eigentum an Produktionsmitteln gab es immer. Das gab es im Mittelalter, da gab es auch Privateigentum, das gab es auch schon im antiken Rom. Der Schutz des Privateigentums, so wie es im antiken Rom vor 2000 Jahren kodifiziert wurde, haben wir heute auch noch in Form des BGB. Das ist praktisch dann da kopiert worden. Trotzdem hatten die Römer aber keinen Kapitalismus, sie hatten keine wachsende Wirtschaft. Das heißt, mit Privateigentum kommt man nicht weiter, um das zu erklären, dieses Phänomen, wie der Kapitalismus entstehen konnte. Wichtig und das ist einfach diese Technik. Investitionen geht ja auch in Technik, aber der Kern, um das alles kreist, an diesem System ist tatsächlich die Technik. Ja, und warum investieren sie in die Technik? Ja, weil sie Gewinne machen wollen. Ja. Warum wollen sie Gewinne machen? Das wollten Menschen übrigens immer. Die wollten auch schon Gier oder auch Profitstreben gibt es auch schon im antiken Rom. Aber der Witz ist, es wird im Kapitalismus anders organisiert, nämlich über die Technik. Und es gibt auch schädliche Formen, die das ganze System behindern und nicht befördern. Zum Beispiel Investmentbanken. Die wollen auch alle Gewinne machen. Die investieren aber nicht in Technik, sondern in Finanzprodukte. So, und das ist, produziert nichts, stört nur. Das heißt, man muss, um klar zu haben, was das System eigentlich treibt, muss man letztlich sagen, das Zentrum ist die Technik. Und das ist auch das Neue an dem System. Und warum kann das jetzt nicht überleben, wenn es um Technik geht? Ja, weil, da habe ich ja gerade erklärt, diese Technik leider nur funktioniert, wenn man Energie einsetzt. Sonst ist sie ja tot und diese Energie war fossile Energie. Und die fossile Energie produziert in dem Moment, wo man sie, diese Energieträger verbrennt, produziert sie leider jede Menge CO2 und damit die Klimakrise. Noch mal ganz kurz zum System. Also ist der Kapitalismus nicht nur ein ökonomisches System, sondern auch ein politisches System? Oder ist es nur ökonomisch? Also es ist an sich ein ökonomisches System, aber inzwischen ist es ein totales System. In dem Sinne, dass es nichts gibt, was vom Kapitalismus nicht beeinflusst worden wäre. Also davon hatten wir ja schon einige Beispiele. Also zum Beispiel, dass es Demokratie gibt, was ja ein politisches System ist, hat mit dem Kapitalismus zu tun, weil er eben Wohlstand erzeugt und damit auch Demokratie überhaupt erst ermöglicht. Er hat dafür gesorgt, dass wir jetzt eine Kindheit haben, in der man spielen kann. Das ist ja, er hat aber auch verändert, wie wir unsere Freizeit verbringen, beispielsweise mit einem Smartphone. Er verändert, wen wir heiraten. Also zum Beispiel Liebesheiraten gab es früher gar nicht, sondern man musste früher eben die Leute heiraten, die zum eigenen familiären Betrieb passten. Also wenn man zum Beispiel einen Bauernhof hatte, musste man am besten jemanden heiraten, der auch Felder hat, die man dann irgendwie noch selber bewirtschaften konnte. Oder wenn man Handwerker war, dann haben die Kinder andere Handwerker geheiratet und so weiter. Und das ist ja heute anders. Heute kann man heiraten, wie man möchte. Also daran sieht man schon, dass der Kapitalismus oder der Wohlstand, der dadurch entstanden ist, alles verändert hat. Warum kann der Kapitalismus sich nicht selbst transformieren, um genau das Problem, was du ja quasi auf die Spitze treibst, dass es abgeschafft werden muss, zu verhindern? Ja, weil der Kapitalismus hat viele Facetten, aber das Zentrale ist, dass er Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und wenn es kein Wachstum gibt, gerät er sofort, also auch nicht erst übermorgen, sondern sofort in eine schwere Krise. Und man kann aber nicht immer wachsen auf einer endlichen Welt. Und vielleicht müsste man mal erklären, wo dieser Wachstumszwang herkommt. Genau. Weil das ist ja erstmal eine mystische Aussage, zu sagen, wir brauchen ja immer Wachstum, damit das Ganze stabil ist. Und da ist es einfach so, dass drei Phänomene ineinander greifen, die dann so ein Knäuel ergeben, dass man gar nicht mehr durchblickt. Der erste Strang ist, dass man Wachstum nur haben kann, wenn man da Kredite aufnimmt, um diese Technik zu finanzieren. Und gleichzeitig ist es so, dass man die Kredite aber auch nur zurückzahlen kann, wenn es Wachstum gibt. Und da geht es um die Kredite selbst. Also es geht nicht um die Zinsen, das ist auch manchmal ein Missverständnis. So, das ist sozusagen, das war dir ja auch wichtig, dieser Geldstrang im Kapitalismus. Kredite finanzieren Wachstum und das Wachstum braucht man, um die Kredite zurückzuzahlen. So, der zweite Strang, den hattest du auch schon angesprochen, ist, der Kern des Ganzen ist die Technik. Aber natürlich investieren die Unternehmer nur, wenn es Gewinn gibt, zusätzlichen Gewinn. Aber zusätzlicher Gewinn auf der volkswirtschaftlichen Ebene ist das gleiche wie Wachstum. Also wenn es kein Wachstum gibt, gibt es keine Gewinne, niemand investiert und das System bricht zusammen. Also unter anderem deswegen, weil in dieser Investitionsgüterindustrie zum Beispiel ungefähr 20 Prozent der deutschen Arbeitnehmer beschäftigt sind. Die sind dann alle arbeitslos und dann frisst sich die ganze Krise so durchs System. Und das dritte Phänomen ist, dass man nur Vollbeschäftigung haben kann, wenn es Wachstum gibt. Also das ist einfach durch den technischen Fortschritt so, dass man mit weniger Menschen die gleichen Waren herstellen kann. Und die werden alle arbeitslos, wenn die überflüssigen, die da überflüssig gemacht werden, wenn es nicht gleichzeitig neue Branchen gäbe durch das Wachstum, indem man dann auch wieder neue Stellen schafft. Also um mal das konkret zu machen, vor 20 Jahren gab es noch keine Animateure auf Kreuzfahrtschiffen. Diese ganze Kreuzfahrtschiffsindustrie ist ein relativ neues Phänomen, da sind aber jetzt Tausende beschäftigt. Oder vor 20 Jahren gab es eigentlich auch noch keine Webdesigner. Also ein paar gab es schon, aber heute sind weltweit Millionen damit beschäftigt, irgendwelche Webseiten zu gestalten. Und da sieht man einfach, wie durch das Wachstum, durch den technischen Fortschritt neue Stellen entstehen, die dann die Leute aufsaugen können, die in den alten Branchen überflüssig werden, weil man dadurch den technischen Fortschritt weniger Leute braucht, um die gleichen Waren zu produzieren. Welche Rolle spielt das Privateigentum im Kapitalismus? Das soll ja unangetastet sein. Also was man aus der Geschichte weiß, ist, dass Sozialismus nicht funktioniert. Also in dem Sinne, wenn man alles verstaatlicht, wie das in der Sowjetunion war. Insofern ist der Privateigentum wichtig für den Kapitalismus. Also man könnte sagen... Nicht essentiell? Also um es mit philosophisch zu sagen, es ist nur eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende Bedingung. Weil man sehen kann, dass es sehr viele Gesellschaften gibt, wo es Privateigentum gab, die aber nie kapitalistisch wurden. Also um jetzt mal ein paar Beispiele aufzuzählen, das ist das antike Rom. Die hatten ganz stark geschütztes Privateigentum, es tat sich nichts. Das ist aber zum Beispiel auch die gesamte arabische Welt. Da gab es ja Händler in den Zugs, das war alles Privateigentum, aber die haben nie eine kapitalistische Entwicklung genommen. Ähnlich im chinesischen Kaiserreich, da gab es sehr mächtige Kaufleute, sehr reich, aber keinen Kapitalismus. Das heißt, vom Privateigentum führt kein direkter Weg in den Kapitalismus, aber umgekehrt ist es so, dass der Kapitalismus bestimmt nicht entstanden wäre, wenn es nicht in England Privateigentum gegeben hätte. Aber wenn man versucht, die Entstehung des Kapitalismus in England zu erklären, dann kann man ganz viele Sachen ausschalten, die auch immer gerne genannt werden, wie meinetwegen, die waren protestantisch, weil es gab andere protestantische Länder, die wurden nicht kapitalistisch, also ob das Schweden ist oder Norddeutschland, alles Protestanten, nichts hat sich da bewegt, bis die Engländer den Anfang gemacht haben oder Bildung oder Wissenschaft, die Engländer hatten Schulen, aber das katholische Italien hatte auch Schulen, da hat sich aber nichts bewegt und so weiter. Und dann stellt man fest, wenn man das sich näher anguckt, dass das Einzige, was in England anders war, 1760 eben, war, dass die Löhne in England die höchsten der Welt waren, die waren zweimal, viermal so hoch wie auf dem europäischen Kontinent und weil die Menschen so teuer waren, hat es sich gelohnt, Maschinen einzusetzen. Denn Maschinen sind ja auch nicht umsonst und die setzt man nur ein, wenn die Arbeitskraft noch teurer ist, die man damit ersetzen kann. Also man kann sagen, das hatten wir ja vorhin auch schon, der Kapitalismus dreht sich auch sehr wesentlich darum, wie hoch Löhne sind. Das System wird von hohen Löhnen getrieben, die auch ständig steigen müssen. Ich frage am privaten Eigentum, ich weiß nicht, ob ich es von dir mal gelernt habe, der Unterschied zwischen einer Marktwirtschaft und dem Kapitalismus ist, dass im Kapitalismus die Produktionsmittel zwingend in privater Hand sind. In der Marktwirtschaft muss das nicht so sein. Da kann es ein staatlicher, ein öffentlicher, genossenschaftlicher Hand sein. Nee, das hast du nicht von mir. Das hast du nicht von dir? Nein. Aber bestimmt das nicht? Nein. Was? Nein. Weil also im Kapitalismus ist ein großer Teil der Produktionsmittel in staatlicher Hand. In Deutschland? Ja. Welche Produktionsmittel sind in staatlicher Hand? Also wenn du zum Beispiel sagst, Transportwesen ist auch eine Dienstleistung, die angeboten wird, dann ist die Bahn in staatlicher Hand. Und wenn du sagst, man kann es auch anders sagen. Man produziert ja nichts. Doch, das ist die... Das, was wir exportieren, produzieren wir zum Beispiel. Was von dem, was wir exportieren, was produziert wird, ist in staatlicher Hand in Deutschland? Also das, ja, ich komme da gleich drauf zurück. Aber wenn du sagst, dass die Bahn nichts produziert, dann bist du schon sozusagen völlig in die neoliberale Falle gegangen. Und um es jetzt mal ganz platt zu machen, ja. Die Lufthansa war mal staatlich. Dann wurde die Lufthansa privat. Quizfrage. Jetzt produziert die Lufthansa was, ja, nämlich Flüge nach Mallorca. Früher, als sie staatlich war, hat sie da nichts produziert, obwohl es das gleiche ist, nämlich Flüge nach Mallorca. Na klar. Ja, eben. Aber jetzt ist es halt ein privater Hand. Ja, aber du siehst, ein staatlicher Konzern produziert. So, das ist bei der Bahn auch. Wenn man die Bahn privatisieren würde... Die ist privatisiert. Nur halt zu 100 Prozent der staatlichen Hand. Ja, ja, genau. Und sie macht früher und heute immer das Gleiche, nämlich sie transportiert Leute. Warum wurde sie denn privatisiert? Nein, der Punkt ist, du behauptest ja, im Kapitalismus wären alle Produkte irgendwie privat. Nein, das Ziel im Kapitalismus ist, dass die Produktionsmittel privat zu sein haben und nicht staatlich öffentlich. Nein, nein, nein. Also das ist eben immer das gleiche Problem, dass jeder seinen eigenen Begriff von Kapitalismus hat. Das macht die Diskussion auch so schwierig. Daumen frage ich dich. Ja, also für mich ist der Kapitalismus ein historisch gewachsenes System, das 1760 in England anfängt, als die ersten Maschinen eingesetzt werden. Und der Kern ist tatsächlich der Einsatz von Maschinen und das permanente Wachstum. Und völlig nachrangig ist, ob diese Produktionsmittel privat besessen werden oder staatlich. Wobei man sagen kann aus der Geschichte, dass es nicht funktioniert, wenn alles staatlich ist. Sprich Sozialismus mit großer Planungsbehörde, das funktioniert nicht. Aber was sehr gut funktioniert und was auch das System in Westeuropa ist, ist ein Mischsystem von staatlich und privat. Ja, ich würde auch nicht behaupten, dass sämtliche Produktionsmittel in Deutschland in privater Hand sind. Aber ist das nicht die historische Folge, die wir auch erleben seit Jahrzehnten? Also das, was du gerade angesprochen hast mit der Bahn, mit der Lufthansa, die wurden ja privatisiert. Also es wurden immer mehr Produktionsmittel privatisiert. Ja, und manchmal ist das sinnvoll und manchmal nicht. Also wenn man sich jetzt fragt, was sollte vernünftigerweise staatlich sein und was sollte privat sein? Dann ist vernünftigerweise das staatlich, was entweder keinen Preis haben kann, weil die Kunden erpressbar sind oder wo es Quatsch ist, Wettbewerb zu organisieren. Um jetzt mal den ersten Fall zu nehmen, wo ist der Kunde erpressbar? Vor allen Dingen als Patient. Das ist der Moment, wo jeder von uns am verletzlichsten ist. Wenn wir krank sind, sind wir bereit, jeden Preis zu zahlen und zwar jeden Preis, um wieder gesund zu werden. Das heißt, wenn das ein privater Markt wäre, der Gesundheitsmarkt, dann würden wir hier von den Pharmakonzernen bis, und auch von den Krankenhäusern, bis aufs Blut erpresst. So, das hat schon Adam Smith beschrieben im 18. Jahrhundert in England. Also was passiert? Der Staat macht immer zu Vorgaben, wie die Preise zu sein haben. Es gibt staatliche Krankenhäuser, was übrigens besser ist als private Krankenhäuser. Die Ärzte sind zwar offiziell selbstständig, aber denen wird auch genau erzählt, was was kosten darf und was nicht. Also der Staat mischt sich da überall ein. Es ist ein regulierter Markt, zum Teil mit staatlichen Angeboten. Und das ist richtig, weil Gesundheit kann man nicht privat organisieren. Wenn man das macht wie die USA, dann hat man das teuerste Gesundheitswesen der Welt. Aber genau das haben wir doch auch seit Jahrzehnten. Das passiert doch auch. Also wenn du jetzt ein Krankenhaus als Produktionsmittel für Gesundheit ansiehst, dann hat der Staat das genau gemacht, dass immer mehr Gesundheitsproduktionsmittel wie ein Krankenhaus privatisiert oder damit kapitalisiert wurden. Ja und das war falsch. Weil das besser funktioniert, wenn es staatlich ist. Ich versuche hier gerade zu erklären. Aber die Frage war jetzt nicht, ob es falsch oder nicht falsch ist oder was jetzt in öffentlicher Hand sein soll, sondern das ist doch die kapitalistische Logik, die wir erleben. Nein, das ist immer mehr Produktionsmittel in privater Hand landen. Das ist nicht die kapitalistische Logik, sondern das ist politische Fehlentscheidung. Verstehst du nicht? Jede politische Fehlentscheidung ist kapitalistische Logik. Daraufhin basiert die Frage, ob Kapitalismus nicht nur ein ökonomisches System, sondern auch ein politisches System ist. Das hast du doch bejaht. Nein, ich habe gesagt, der Kapitalismus hat politische Folgen, zum Beispiel Demokratie. Dass dann aber in der Demokratie viele Fehlentscheidungen getroffen werden, durchaus auch von den Wählern selbst, ist ja nochmal eine andere Sache. So und jetzt eine andere Sache, wo man auch sagen kann, es funktioniert am besten staatlich, ist, wenn Wettbewerb gar keinen Sinn ergibt oder Markt oder was immer. Und das ist zum Beispiel, wenn man mehr als ein Netz bräuchte, also Wasser. Das ist ja Quatsch, zwei Wasserleitungen zu legen. Man braucht ja nur eine. Und in dem Moment kann man aber gar keine Privatwirtschaft mehr haben mit mehreren Anbietern, ist ja alles Unsinn. Und dann funktioniert der Kapitalismus am besten, wenn der Staat diese Infrastruktur einfach baut und auch betreibt. Und ich glaube, Neoliberale behaupten ja immer, der Staat stört irgendwie und der Staat hat mit Wirtschaft nichts zu tun. Aber das ist auch, wenn man das historisch anguckt, vielleicht kann ich dich da dann am besten überzeugen, ist das Unsinn. Sondern der starke Nationalstaat, den wir heute haben, ist mit dem Kapitalismus entstanden. Ja genau. Damit er das Privateigentum schützt. Nein, nein. Damit er die Reichen schützt. Nein, damit er Polizei und Soldaten stört. Nein, das ist die innere und äußere Sicherheit, der sogenannte Nachtwächterstaat, das ist der Staat des Voidalismus. Das ist der Staat, als es Könige und Adelige gab. Da gab es einen Staat, der hat nichts gemacht, außer die Landesgrenzen zu verteidigen und außer Polizei zu stellen und für innere Ruhe zu sorgen. Also auch durchaus im Interesse des Herrschers. So und da brauchte man dann irgendwie sieben Prozent der Wirtschaftsleistungen wurden als Steuern erhoben und fertig war es. So das ist der alte Staat. Der neue Staat ist der Staat, den wir jetzt haben. Der Staat baut Straßen, Bahnen, Wasserleitungen. Und verkauft sie dann damit. Die Bildung, die Bildung ist ja auch staatlich organisiert, das Gesundheitswesen zum großen Teil staatlich organisiert. Genau, die Investments werden durch den Staat gemacht und werden dann teilweise veräußert. Ja, aber das muss nicht so sein, sondern das sind, aber ich wiederhole mich da, politische Fehlentscheidungen. Ja, da sind wir uns ja einig. Aber würdest du dann zustimmen, Silja Graupe, auch eine Ökonomin, war am Montag hier und die hat ja auch nochmal erklärt, das ist halt ein Irrtum, dass Neoliberale irgendwie keinen Staat wollen, sondern sie wollen den Staat, also sie als Inbetriebnahme des Staates für ihre Interessen. Ja, natürlich, genau. Das wollen Neoliberale, ja. Aber es ist ja eine falsche Theorie, nicht? Also das Ganze betreiben sie dann mit einer falschen Theorie. Das heißt, wir hatten ja erst einmal über den Kapitalismus gesprochen. Was heißt denn Ende? Ja, das hatten wir ja vorhin schon, dass der Kapitalismus eben diesen Wachstumszwang hat, durch dieses Kreditsystem, durch die technische Arbeitslosigkeit und dadurch, dass Investitionen auch nur zustande kommen, wenn man Gewinn erwarten kann und das auch Wachstum ist. So, und man kann auf dieser Welt aber nicht unendlich wachsen, weil sie endlich ist. Und die Klimakrise, das Rohstoffproblem, das haben wir ja schon angesprochen. Warum versucht es der Kapitalismus dann trotzdem? Ja, weil man eben, er selbst kann den eigenen Ausstieg nicht denken, weil das Problem ja ist, wenn man jetzt sagt, Deutschland verbraucht im Augenblick drei Planeten, das ist die Realität, es gibt aber nur einen Planeten, da heißt das ja eigentlich, man muss schrumpfen. Das ist ja logisch, um wieder in die Grenzen der Natur zu kommen, müssten wir eigentlich schrumpfen. Und schrumpfen kann der Kapitalismus aber nicht, weil er Wachstum braucht, um stabil zu sein. Das heißt, in dem Moment, wo man sagt, man muss dauerhaft schrumpfen, hat man das Ende des Kapitalismus erreicht. So, das ist jetzt nicht das Ende der Menschheit, das ist auch nicht das Ende von Wirtschaft, das ist auch noch nicht mal das Ende des Wohlstandes, aber es ist das Ende des Kapitalismus. Und damit wird dieser Umbau, den man dann bräuchte beim grünen Schrumpfen, ist tatsächlich eine extreme Herausforderung. Und darüber wird eigentlich nie nachgedacht. Ja, deswegen musst du unbedingt dieses Buch sein. Aber das bringt mich zurück zu der Frage von vorhin, ob das System Kapitalismus sich selber so ändern kann, damit es quasi nachhaltig ist. Nein, geht nicht. Weil eine intrinsische Motivation des Kapitalismus ist das Wachstum. Das ist keine Motivation, das ist ein Systemzwang. Genau, das ist ein Systemzwang. Genau. Aber das System Kapitalismus hat es ja in den letzten Jahrzehnten auf ökonomischer und politischer Weise probiert, nachhaltig zu werden. Ja, das ist aber alles Greenwashing, nicht? Also was man natürlich so, worauf du anspielst, also nehme ich mal an, völlig zu Recht ist, irgendwie wissen alle instinktiv, dass das System Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und alle sehen auch, dass es eine Klimakrise gibt. Also ist jetzt die Lösung zu sagen, okay, da machen wir eben grünes Wachstum. Und das ist die Idee, man setzt auf technische Lösungen. Alles bleibt wie bisher, nur dass man eben versucht, die fossilen Energieträger, Gas, Öl, Kohle, die ja so viel CO2 emittieren, zu ersetzen durch Ökoenergie, also vor allen Dingen durch Solarpaneele und Windkraft. Aber ansonsten soll alles bleiben wie bisher. Und sozusagen das Symbol für diesen Ansatz ist das E-Auto. Das ist alles Straßen, Garagen, Autofabriken, das Auto selbst. Alles bleibt wie bisher, nur dass man eben den Verbrennermotor, der bisher Benzin und Diesel braucht, ersetzt durch eine Batterie, die Strom tankt und dann ist alles schön. So nach dem Motto, die 60 Millionen Verbrenner-Kfz, die es in Deutschland gibt, ersetzen wir einfach durch 60 Millionen Elektro-Kfz. 50 Millionen, 50 Millionen, aber ist egal. Kfz, also LKWs, gibt es auch noch. Ja, die gibt es auch noch, stimmt. Ja, die hätte ich jetzt gerade vergessen. Ja, aber das ist ja die Green Capitalism-Logik. Ja, genau. Das heißt dann Green New Deal auf Ebene der EU. Und bei uns heißt es grünes Wachstum. Und das ist die offizielle Idee weltweit, also ob das jetzt die Weltbank ist, Internationaler Währungsfonds, Weltklimarat, die EZB, die Bundesbank, alle Parteien in Deutschland, jeder macht hier auf grünes Wachstum. Und die Idee ist ja auch schön, aber aus meiner Sicht muss sie scheitern, ganz einfach, weil die Ökoenergie gar nicht reichen wird, um dieses ganze grüne Wachstum zu befeuern. Aber wir erleben ja auch heute immer noch von der herrschenden Politik, nicht nur Deutschland, Europa, also im Westen, wahrscheinlich der Welt, dass es immer noch um Lösungen innerhalb des Systems geht, die ja seit Jahrzehnten probiert werden, entweder auf rechtlichem Wege, völkerrechtlichem Wege oder marktbasiertem Weg. Also ich meine, es gibt ja schon seit Ewigkeiten Emissionszertifikatehandel, CO2-Preis, das sind ja Marktlösungen. Ja, genau. Und die gibt es schon seit Jahrzehnten. Und trotzdem ist das Problem nicht geringer geworden, das Wachstum, der Verbrauch, die Umweltzerstörung geht ja weiter. Ja, klar, weil ich meine, der Schaden durch das CO2 ist so hoch, dass wenn man jetzt wirklich realistische CO2-Preise ansetzen würde, würde die Wirtschaft sofort kollabieren. Also hat man CO2-Preise, die nicht stören, die das Wachstum nicht behindern, aber dann leider auch natürlich an dem Umweltproblem überhaupt nichts ändern. Und das ist der Grund, warum das System sich selbst transformieren kann. Weil wenn es es sauber machen würde, kollabiert es. Ja, ja, und dann gibt es noch ein zweites, glaube ich, auch ein ziemlich großes Missverständnis. Also wenn man jetzt diese CO2-Preise nimmt oder CO2-Steuern oder Zertifikate, ist völlig egal, wie man das organisiert, dann ist es ja letztlich so, dass das Geld beim Staat landet. Das landet aber nicht in einem Brunnen, um da zu verschimmeln, sondern das Geld landet beim Staat und der gibt es ja wieder aus. Und damit entsteht auch neues Wachstum. Also man organisiert praktisch nur den Geldverkehr, also man muss sagen, das Einkommen in der Volkswirtschaft, das organisiert man ein bisschen um, aber an dem Gesamteinkommen ändert sich überhaupt nichts. Und an der Wirtschaftsleistung auch nicht und am Energieverbrauch auch nicht. Und das ist einfach total irre. Ich habe mal geguckt, die G7 hat 2009, also die G7-Staaten, haben schon 2009 beschlossen, einen Ausstieg aus den fossilen Subventionen. Also genau das, was du ja sagst, also die fossile Energie, die wird ja immer noch massiv unterstützt von allen Staaten auf der Welt. Und trotzdem haben sie 2009 das quasi schon so anerkannt und auf der politischen Ebene gehoben, aber es ist natürlich auch wieder nicht passiert. Ja, wobei da gibt es auch noch ein Missverständnis beim Thema Subventionen. Ja, da können wir gleich noch mit drüber reden. Okay, gut, dann lassen wir das. Da hast du mich sehr verwundert. Aber warum unterstützen denn die fossilen Lobbys Leute wie Trump, Bolsonaro, Boris Johnson oder hier in Deutschland die FDP, die CDU? Warum tun sie das? Also weil sie, glaube ich, perspektivisch Angst haben, dass die Klimabewegung doch noch einflussreich werden könnte. Aber in Wahrheit müssen die eigentlich nichts befürchten bisher. Ja, aber warum, was ist das, die intrinsische Motivation, Politiker zu unterstützen wie Trump und Bolsonaro? Ja. Damit die Investments geschützt werden, oder? Ja, natürlich, aber wenn man, also wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, ob du mir da überhaupt, ob du auch meiner Meinung bist, aber wenn man sagt, man muss schrumpfen, damit man wieder in die Grenz Natur kommt, also wegkommt vom Wachstum, dann heißt das automatisch, in aller Härte, dass ein Großteil des Vermögens verloren geht, weil es eben keinen Gegenwert mehr gibt. Also jetzt guckst du so irritiert. Also Vermögen ist ja kein, nichts Abstraktes, sondern Geldvermögen, Aktienvermögen, aber auch Immobilienvermögen, es ist eigentlich egal, worum es geht, behält ja seinen Wert nur, wenn da permanent Einkommen erzielt wird. Also ob das Mieten sind, ob das Dividenden sind, ob das Zinsen sind. Also die Einkommen, die Renditen, die man jedes Jahr erzielt, bestimmen den Wert des Vermögens. So, wenn jetzt eine Wirtschaft schrumpft, dann ist ja ganz klar, dass die Einkommen sinken. Das ist ja pure Logik. Und wenn die Einkommen sinken, also die Renditen zurückgehen, dann verliert das Vermögen einen großen Teil seines Wertes. So, und das wissen, glaube ich, viele Anleger, eigentlich ganz genau, dass das so ist, darf aber nicht wahr sein. Ich habe mal geguckt, seit dem Paris-Abkommen, seitdem es ratifiziert wurde, 2015, haben allein die fünf größten Ölkonzerne ihre Lobbyausgaben auf eine Milliarde, also in den letzten sieben Jahren, eine Milliarde Dollar ausgegeben für Lobbying. Also erst mal in der Politik selbst und dann auch für Marketing und Greenwashing. Und das sind genau dieselben Konzerne, die jetzt aktuell Rekordgewinne machen. Ja. Und damit wieder mehr Geld ausgeben können, um zu lobbyieren, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Nee, 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 aber ich glaube, dass die Lobbyismus machen, würde ich ja nie bestreiten, das ist ja offensichtlich. Sogar dieses Jahr noch mehr als letztes Jahr. Nur der Punkt ist, wenn die gar kein Lobbying machen würden, wäre es trotzdem so, dass wir die fossile Energie brauchen, weil die Ökoenergie nicht reicht. Also das, ich bin auch kein großer Freund der Ölkonzerne, aber man darf jetzt nicht übersehen, dass man ja eine alternative Energieform braucht. Und es gibt auch kein... Wenn wir weiter wachsen wollen. Eben. Wenn man, ja, man kann, also auf Dauer werden wir sowieso nicht wachsen. Vielleicht sollte das mal ganz klar sein. Wenn man jetzt nicht geordnet aus dem Kapitalismus aussteigt und grünes Schrumpfen organisiert und zurückkommt in die Grenzen der Natur, sondern sagt, ach, das ist alles umständlich und wir machen einfach weiter wie bisher, dann wird die Klimakrise sich so verschärfen, dass hier alles chaotisch zusammenbricht und der Kapitalismus auch am Ende ist. Aber die Vorstellung, wir könnten einfach weiter hier Kapitalismus betreiben und drei Planeten verbrauchen, wenn man nur eine Erde hat, die ist natürlich abwegig. Also in deinem Buch ist ja quasi zusammenfassend in Sachen Ökoenergie, deine Logik, wir können nicht ewig weiter wachsen und das einfach mit Ökoenergie weitermachen. Nee, genau. Also das Problem der grünen Energie, also die grünes Wachstum, was ja eigentlich wunderbar wäre, hat eben das Problem, dass die Ökoenergie nicht reichen wird. Also es gibt keine Alternative, man muss auf Ökoenergie umsteigen, man kann ja die Erde nicht erhitzen, bis man nicht mehr auf ihr Leben kann, aber die Ökoenergie wird nicht im Überfluss zur Verfügung stehen, sie wird begrenzt sein und der Kapitalismus, Wachstum braucht aber ständig Energie im Überfluss, weil man damit ja die Technik betreibt, die im Kern des Systems angesiedelt ist. Aber es kommt ja bei manchen falsch an. Also da die Herrmann sagt, die Ökoenergie, das ist alles Quatsch, das reicht ja eh nicht. Nee, nee, das sage ich nicht. Ich sage nicht, das ist Quatsch. Ich weiß, aber so kommt das bei manchen an. Und was dann weggelassen wird, ist der Zusatz, wenn wir im kapitalistischen Sinne weitermachen wollen und das muss ja weiter wachsen, kann die Ökoenergie da gar nicht mithalten, weil erstens muss die komplette fossile Energie ersetzt werden durch Erneuerbare, wovon wir noch weit weg sind und dann muss jedes Jahr immer noch mehr saubere Energie irgendwo hingestellt werden, weil der Energieverbrauch wächst ja durch das kapitalistische Wachsen. Ja, auf jeden Fall nimmt er nicht ab. Also es gibt ja immer auch eine Effizienzrevolution sozusagen. Da sagen die Ingenieure ja, das wäre dann eine regelrechte Materialschlacht. Also wir brauchen ja mehr Energie wegen Kapitalismus und so viel Ökoenergie können wir gar nicht nachbauen. Nee, genau. Und das kann man ja auch sich überlegen. Also wenn man, vielleicht ist das auch nicht, glaube ich, allen klar, deswegen muss man vielleicht vorne anfangen. Also man kann, oder nochmal anders, also wenn man jetzt sagt, ja die Ökoenergie wird knapp bleiben, dann ist das erstmal eine völlig erstaunliche Aussage, weil es ja so ist, dass die Sonne unendliche Mengen an Energie auf die Erde schickt. Also die Sonne schickt 5000 Mal mehr Energie auf die Erde, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie im Westen. Also physikalische Energie ist hier in Massen, weswegen dann auch manche Leute wie Franz Alt sagen, die Sonne schickt keine Rechnung. So nach dem Motto, da haben wir eine Steckdose namens Sonne, die können wir direkt anzapfen. Und das Problem ist natürlich, dass das genau so nicht ist. Also das nutzt uns ja nichts, dass die Luft warm ist draußen, sondern wir müssen ja diese Sonnenenergie irgendwie einsammeln, einfangen. Und da gibt es eigentlich nur zwei Technologien, die ausbaufähig sind. Und das ist eben Solarpanele und Windräder. Alles andere ist Nischentechnologie, über die man jetzt nicht weiter reden muss. So und das heißt aber, dass letztlich klimaneutral, ich vereinfache etwas, nur Strom hergestellt werden kann, sonst nichts. So das heißt, man muss also die gesamte Wirtschaft, wenn die klimaneutral sein soll, auf Strom umstellen. Nicht nur der Strom selbst muss klimaneutral werden, sondern auch Heizung, Industrieverkehr, alles mit Strom. So und wenn man sich das anguckt, dann sind aber die Zahlen echt ernüchternd. Also jetzt kommen die Zahlen von 2021. Da war es so, dass die Windenergie 4,7 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland abgedeckt hat. Und Solarpanele waren bei 2 Prozent. Aber wir hören doch immer, der Strom ist so 50 Prozent schon aus Erneuerbaren. Ja genau. Aber das ist eben die totale Milchmädchenrechnung aus zwei Gründen. Erstens ist es so, das stimmt nicht, irgendwie sind 50 Prozent des Stroms Öko oder Bio. So aber jetzt ist ja der Strom bisher nur eine von vielen Energiequellen, die wir nutzen. Also wir fahren immer noch mit Diesel und mit Benzin, die Industrie läuft mit Gas und Kohle, die Leute heizen mit Gas oder auch mit Öl. Alles Mögliche wird genutzt. Also nicht nur Strom. Strom macht im Augenblick 20 Prozent des Endenergieverbrauchs aus. Wenn davon 50 Prozent Öko sind, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass nur zu 10 Prozent der Gesamtenergie irgendwie erneuerbar sind. Das vergessen wir oft. Die Energie, die wir in Deutschland brauchen, ist nicht nur Strom. Wir brauchen Wärme. und für den Verkehr das Benzin und so weiter. Und die Industrie läuft mit Gas. Das hören wir ja jetzt sehr deutlich. Jetzt, wo eine Gaskrise durch den Ukraine-Krieg droht, fällt zum ersten Mal auf, dass die gesamte Industrie oder große Teile eben mit Gas heizen und Gas auch als Vorprodukt haben und so weiter. Also dass das enorme Mengen an Energie eben aus Russland kommt. Aber dadurch haben wir ja, wir sind quasi auf einem guten Weg im Strombereich. Genau. Die Erneuerbaren quasi komplett einzufasen und da 100 Prozent quasi Strom aus Erneuerbaren. Naja, das wird auch schwierig, aber wir haben 50 Prozent sind da schon mal erneuerbar. Ich habe mit Volker Quaschning geredet, den zitierst du ja auch gerne. Als Solarpapst. Du findest ihn toll, Ingenieure und so weiter, der widerspricht dir ja auch. Der sagt ja, das ist alles möglich. Also technisch gesehen ist alles möglich. Das ist ja das Interessante. Diese ganzen Ingenieure nur die Technik sehen, aber nicht die Ökonomie. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. So, aber jetzt bleiben wir noch mal bei der Frage, wie viel von dem, was wir heute als 50 Prozent erneuerbar titulieren, Im Strombereich. Im Strombereich, genau, haben denn Zukunft? Weil der Punkt ist im Augenblick, dass der zentrale Träger von erneuerbarer Energie in Deutschland ist die Biomasse. Jetzt ist die Biomasse, aber nicht Öko, die ist nur Bio. Das sind ja vor allen Dingen Monokulturen, Mais und Raps, brauchen unendlich viel Wasser, Pestizide, weil sie Monokulturen sind, zerstören sie die Artenvielfalt und so weiter. Das heißt, alle sind sich einig, dass man diese Biomasse schrumpfen muss, dass man nicht mehr so viel künftig mit der Biomasse arbeiten darf. Und wenn man die rausrechnet, also bis auf dann eben Totholz im Wald oder so, das man zum Teil nutzen kann, dann sind die Zahlen noch schlechter, als sie schon sind. Und es ist jedenfalls klar, dass man langfristig auf Solarpaneele und auf Wind setzen muss und sonst alles andere eigentlich weitgehend vergessen kann. Also manchmal kommen auch immer Leute und sagen, ja und was ist denn mit der Wasserkraft? Und da muss man sagen, die hat eben nur einen ganz kleinen Anteil schon jetzt und ist total ausgereizt. Die Wasserkraft hat nämlich schon Hitler mit seiner Autarkie-Politik ausgebaut, soweit es ging und seitdem ist nicht mehr viel möglich und außerdem kriegt man jetzt auch mit, in den Dürresommern nutzt einem Wasserkraft gar nichts, weil da gar kein Wasser mehr ist. Also Solarpaneele und Windkraft, damit müssen wir auskommen. Und wenn man sich das dann im Detail anguckt, wie schwierig das wird, dann ist eben klar, dazu gibt es keine Alternative, aber das wird nichts mit dem Wachstum. Da stimmt ja Frau Quaschning zu, den habe ich halt dazu gefragt, zu deinen Aussagen und der stimmt dir zu, wenn du sagst, leider wird dir Ökoenergie aus Sonne und Wind niemals reichen, um weltweites Wachstum zu befeuern. Das freut mich ja, dass er das auch so sieht. Er sagt aber auch, das heißt nicht, dass Sonne und Wind nicht unseren heutigen Energiebedarf decken können. Ja, da ist er glaube ich überoptimistisch. Da sagt er halt, überlasst doch solchen Aussagen und solchen Rechnungen den Ingenieuren. Ja, das genau. Da hast du einfach keine Ahnung. Ja, aber weißt du was, es wäre ja schön, wenn wir Volker Quaschning, dann solche Rechnungen in seinem Buch anstellen würde und man das Gefühl hätte, dass Volker Quaschning jetzt als Ingenieur das ökonomische Wissen mitbringen würde. Aber in dem Buch, das ich wirklich sehr, sehr... Und dir fehlt das Ingenieurwissen. Genau, aber deswegen habe ich ja Volker Quaschning zitiert und Elektroingenieure mein Buch kontrollieren lassen. Und er hat auch aufgezeigt, dass wir quasi unseren heutigen Bedarf, also an Energie, was ja auch schon krass viel ist, dass wir das durch Sonne und Wind decken können. Ja, aber was fehlt, ist ja die Frage der Kosten. Und das ist dann die ökonomische Seite. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Der Punkt ist nur, es wird teuer. Und ökonomisch, wenn man teuer hört, ist das Gleiche wie knapp. So, und das ist das, was nicht verstanden wird, aus meiner Sicht. Technisch ist irgendwie alles möglich. Nur, wenn das zu teuer wird, dann läuft das darauf hinaus, dass man das Wachstum abwirkt und dass es um Schrumpfen geht. Und für den Kapitalismus ist es völlig egal, ob man jetzt um 10% schrumpfen muss oder um 50%. Das ist für unseren Wohlstand nicht egal. Aber für den Kapitalismus ist es egal. In dem Moment, wo das System schrumpfen muss, ist leider der Kapitalismus am Ende. Da sind wir uns ja einig, dass Wachstum, allein wegen dem Ökozid, gaga ist und nicht weitergehen kann. Aber wir können doch zumindest den heutigen Energiebedarf laut den führenden Ingenieuren durch erneuerbare decken. Darum ist ja deine Prognose quasi auch kein technisches Problem, wie du selbst sagst, sondern eigentlich nur ein politisches oder wirtschaftliches. Nein, ein ökonomisches, genau. Genau, ein politisch und wirtschaftliches. Nicht politisch, die Politik kann ja die Ökonomik steuern. Nein. Ja, aber jetzt um das mal, also wie gesagt, das Problem aller Studien ist, es gibt ja, also Quaschning hat ein technisches Buch geschrieben, das ist keine Studie über den Wandel in Deutschland, aber solche Studien gibt es auch, beispielsweise vom Wuppertal-Institut oder von der Stiftung Klimaneutralität. Und da fallen eben zwei Dinge immer auf. Das eine ist, dass eine volkswirtschaftliche Modellierung komplett fehlt. Also es wird immer gesagt, welche Wachstumszahlen möglich wären, aber es wird nicht gekoppelt mit den Vorschlägen, die dann gemacht werden. Und das Zweite ist, dass der Rebound-Effekt, also der sogenannte Boomerang-Effekt, auch immer fehlt. Das sind jetzt, so und damit ist dann eine, fehlt bis heute, das ist wirklich faszinierend, eigentlich eine Abschätzung, was einen Umstieg auf Ökoenergie für die Ökonomie in Wahrheit bedeuten würde. Das fehlt noch, das muss noch gemacht werden. Und das macht auch Quaschning nicht. Der liefert eine Liste von technischen Möglichkeiten. Aber eine Liste von technischen Möglichkeiten ist noch nicht das Gleiche wie eine makroökonomische Modellierung. Und das ist aber interessant, dass das in Deutschland immer verwechselt wird. Aber du stimmst also zu, dass es technisch möglich ist, so wie die Ingenieure, Ingenieureinnen das sagen, dass wir die komplette Energie, also Strom, Wärme und den Verkehrssektor und das Gas quasi mit erneuerbaren Energien ersetzen können. Nein. Den heutigen Energiebedarf. Nein. Selbst das sagst du nicht. Nein, weil die Modellierung fehlt. Um jetzt mal ein plastisches Beispiel zu nehmen. Die Chemieindustrie hat ausgerechnet selber, wie viel Strom sie bräuchte, wenn sie ganz grün sein muss. Und dann kam sie auf 685 Terawattstunden. So, das ist mehr als der gesamte Strombedarf heute in Deutschland. Das braucht dann allein die Chemieindustrie. Da ist noch gar nicht die Rede von der Stahlindustrie und so weiter. So, dann liest man die Studien. Also wie gesagt, Quaschening hat sich mit dem Problem Chemieindustrie gar nicht beschäftigt. Wie gesagt, er hat kein ökonomisches Buch geschrieben, sondern technische Möglichkeiten aufgelistet. Aber jetzt muss man ja mal gucken, diese ganzen technischen Möglichkeiten gibt es. Was sagen die einzelnen Branchen, die sich dann ja auch auskennen? Das sind auch alles Ingenieure. Das sind dann aber keine Solaringenieure, sondern Maschinenbauer. Aber auch alles Ingenieure. So, die fangen dann an zu sagen, okay, jetzt brauchen wir, wir sagen 685 Terawattstunden. Dann kommt als nächste Runde Wuppertal-Institut. Und die stellen fest, also 685 Terawattstunden allein für die Chemieindustrie, das wird nichts. Dann sagen die, okay, die Chemieindustrie darf nur, sagen wir mal, 350 Terawattstunden haben. Die halbieren den Bedarf der Chemieindustrie. Sagen aber nicht, wie das klappen soll. Da steht nicht drin, was dann wegfällt. Außer künstlichem Dünger, den braucht man ja nicht mehr für Ökolandwirtschaft. Der Rest bleibt im Dunkeln. Und das... Da sagt Ulrike Herrmann, da muss die Chemieindustrie halt schrumpfen. Genau. So, das ist... Ja, aber das ist dann... Das sind doch ökonomische und politische Entscheidungen. Aber das ist dann eben weit weg von dem, was Quaschning sagt, nämlich, dass man den gesamten Bedarf decken kann. Wenn man dann feststellt, nein, die Chemieindustrie muss man schrumpfen, dann ist eben nicht mehr alles gedeckt. Ein anderes Beispiel, das auch in allen Studien steht, ich will ja nur sagen, dass Quaschning das auch gar nicht behauptet in seinem Buch, glaube ich. In allen Studien steht, dass man, da hatten wir vorhin auch schon, die Zahl der Autos von 50 Millionen auf 30 Millionen runterschrauben muss, weil sonst die Ökoenergie nicht reicht. Und die Autos dürfen auch nicht mehr so schwer sein wie heute. Heute wiegt ein E-Auto oft zwei Tonnen. Das geht auch nicht. Die müssen wesentlich leichter sein. Das ist technisch möglich, aber die müssen leicht und klein sein. So, nur dann ist ja ganz klar, dass die deutsche Automobilindustrie stark schrumpft. Wenn von 50 Millionen nur noch 30 übrig bleiben und auch nicht mehr schwere Limousine, sondern Mini-Auto, dann ist von der deutschen Automobilindustrie, die auf schwere Limousinen spezialisiert ist, nichts mehr übrig. Und das sind aber reale Phänomene des Schrumpfens und die jetzt bei Quaschening gar nicht vorkommen. Deswegen sage ich nur, Quaschening hat ein sehr gutes Buch geschrieben, aber es wäre Quatsch zu behaupten, dass er jetzt da nachgewiesen hätte, dass man die gesamte deutsche Industrie, so wie sie heute ist, mit Ökoenergie betreiben kann. Und ich glaube auch nicht, dass Herr Quaschening das behaupten würde. Aber die ganze Umstellung auf Erneuerbare ist ja an sich kein technisches Problem, sondern am Ende, sagst du ja, ein ökonomisches und politisches. Und das kann man lösen, wenn man will. Genau. Also ohne jetzt, das Wachstum ist alles irrig. Weil das kann ich mithalten, aber der Energiebedarf, den wir heute haben, das könnten wir durch Erneuerbare lösen, wenn wir wollten. Und du sagst, es wird halt teuer. Und teuer im Sinne von, weil wir das Material brauchen für die Windräder, für die Solarpanels und wir brauchen die Leute, oder? Also irgendwie... Die Leute könnten doch durch die Fachkräfte, die bei der Autoindustrie zum Beispiel wegfallen, ersetzt werden. Ja genau. Also vielleicht ist das jetzt einfach zu abstrakt, sich abstrakt darüber zu streiten, wo jetzt, wie viel Ökoenergie existiert oder nicht. Also vielleicht sollten wir... Du bist halt keine Ingenieurin, darum will ich mich da gar nicht drüber... Nee, vielleicht sollte man vom Ende her denken, wofür das, für wofür die Ekoenergie wahrscheinlich reicht und wofür nicht. Und was man abwickeln muss und was nicht. So und da zum Beispiel ist aus meiner Sicht irgendwie klar, dass man künftig nicht mehr fliegen kann. Weil, und zwar weder Langstrecke noch Kurzstrecke, einfach weil erstens Öko- oder Biokerosin zwar möglich ist, aber wahnsinnig aufwendig, also braucht sehr viel Energie, die man nicht haben wird. Und gleichzeitig, das steht ja bei Quaschning dann auch drin, ist es so, dass auch Ökokerosin Kondensstreifen herstellt und die ja zusätzlich die Erde erwärmen. Also kann man eigentlich nicht mehr fliegen. Außer wenn wir es sauber hinbekommen. Ja, wie gesagt, man muss nur die Homepage der Lufthansa zu lesen, um festzustellen, die haben in Wahrheit gar keine Ahnung, wie sie klimaneutral werden sollen. Das ist ja klar. Und Stand heute gibt es kein sauberes Fliegen. Also sowas wie ein E-Motor für Flugzeuge gibt es noch nicht. Nein. Aber das ist doch denkbar. Also aus Ingenieursicht ist das doch denkbar. Nee, also E-Motor fürs Fliegen ist unwahrscheinlich, weil die Batterie viel zu groß und schwer wäre. Also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Stand heute. Nee, das ist wahrscheinlich auf Dauer so. Also entweder kann man Wasserstoff nehmen, dann hätte man auch riesige Wasserstofftanks, aber dann so. Oder man baut eben Agro-Sprit, also produziert das Kerosin einfach ökologisch. Aber Batterieflugzeuge ist unwahrscheinlich. Also vielleicht so mini-Leichtbauweise, aber nicht das, was die Leute sich vorstellen. Ich fliege nach Australien und dann mit einer Batterie. Das funktioniert nie. So, aber egal, ob man dann Wasserstoff verbrennt oder Biokerosin oder sonst was treibt, man hätte dann wieder diese Kondensstreifen. Und genau, das erhitzt die Erde. So, deswegen ist Fliegen eigentlich keine Option. Und man muss ja auch klar haben, du hast gesagt, ja, vielleicht kommt das noch. Technisch, das weiß man nicht. Man kann den technologischen Fortschritt nicht vorhersehen, aber wir müssen ja 2045 klimaneutral sein. Das steht im deutschen Klimagesetz und das ist auch die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Und eins ist ganz sicher, in den nächsten 22 Jahren werden wir jetzt keine technologischen Sprünge erleben, die dazu führen, dass es klimaneutrales Fliegen gibt. Das sehe ich auch nicht. Aber die Politik könnte ja eine ökonomische Entscheidung treffen und sagen, okay, weil wir 2045 klimaneutral sein müssen, liebe Flugkonzerne, ihr könnt doch bis 2045 dreckig fliegen und ab dann nicht mehr. Und dann kannst du doch den Innovationshunger antreiben, weil diese Konzerne wollen ja überleben. Und dann werden sie alles in ihrer Macht Stehende tun, dass sie dann einen sauberen Weg finden zu fliegen. Da können wir doch den kapitalistischen Hunger antreiben. Ja, aber das überschätzt die technischen Innovationsmöglichkeiten. Also Technik... Die du ja nicht kennst, weil du ja kein Ingenieurin bist. Nee, aber da reicht es völlig, wenn du Historikerin bist. Weil du musst einfach nur rückwärts gucken, wie lange hat denn Technologie gedauert, um sich durchzusetzen. Da kannst du einfach sehen, wie lang die Zyklen sind, von Erfindung bis Massentauglichkeit. Und dann siehst du, okay, der Computer ist 1945 erfunden worden, am Ende des Zweiten Weltkriegs und dass man eine digitalisierte Gesellschaft hat, das kann man eigentlich erst jetzt sagen. 75 Jahre später. Und da sieht man, und der Computer war immer im Zentrum der Forschung. Es gab nie irgendwie auch nur einen Moment, wo irgendjemand gesagt hätte, also Computer, ganz unwichtig, kümmern wir uns nicht drum. So und wenn dann also... Aber das Smartphone ist 15 Jahre alt. Ja genau, aber das ist ja, basiert ja... Klingt schneller, oder? Nein, das Smartphone ist eine wirklich schlaue Idee von Steve Jobs gewesen. Und Steve Jobs war auch ein Genie, aber Steve Jobs war kein Forscher. Das hätte er auch selber nicht behauptet. Sondern was Steve Jobs gemacht hat, ist bekannte Technik zu einem neuen Produkt zusammenzuschweißen. Ja, da sind wir doch wieder beim Fliegen. Bekannte Technik E-Motor und dann immer überlegen, wie wir das zum Fliegen machen können. Nee, aber das Smartphone war Touchscreen, Internet, GPS und so, aber das gab es schon alles. Aus bekannter Technik wurde ein neues Produkt. Wenn man jetzt grün fliegen will, braucht man neue Technik. Das ist nicht ein neues Produkt aus alter Technik, das ist neue Technik. Das sind wir uns eigentlich. Ja, und neue Technik braucht sehr lange, wie das Beispiel Computer zeigt. So, und der Punkt ist, ich bin absolut für technischen Fortschritt, ich bin absolut für Innovation. Ich bin aber auch für absolute, also absolut für Fliegen, weil es ist ja Kulturaustausch und die Welt sehen und so weiter. Und je früher wir anfangen, quasi einen Weg zu finden, sauber zu fliegen, desto früher kriegen wir das hin. Ja, genau, aber ich sage dir eins, das dauert noch 75 Jahre, bis man klimaneutral fliegen kann, wenn überhaupt. Weil so lange dauern die Innovationszyklen. Vielleicht schaffen wir es dann 50. Ja, aber wir müssen 2045 klimaneutral sein. Verstehst du? Ja. Ja, und wenn das in 50 Jahren möglich ist, mit grünen Fliegen, dann nutzt uns das jetzt gerade gar nichts. So, und also müssen wir jetzt, wenn wir das hinkriegen wollen, mit dem klimaneutralen Fliegen, leider aus Fliegen verzichten. So, aber das eigentliche Problem ist, und das wird dann eben, um jetzt mal diesen Umstieg dann zu skizzieren, wo die ökonomische Modellierung fehlt, auch die Debatte, im Augenblick ist es eben so, dass 850.000 Menschen direkt oder indirekt an der Flugzeugindustrie hängen. Also ob das jetzt, ob die bei Fraport arbeiten oder im Reisebüro Reisen verkaufen oder bei Airbus arbeiten. Und dann ist eben die Frage, was macht man mit diesen 850.000? Wir brauchen ja bei den Erneuerbaren jede Menge Fachkräfte. Ja, genau. Also es ist nicht das Ende der Arbeit. Aber natürlich muss man diese ganzen Leute dann umorientieren. Die brauchen immer Einkommen. Die müssen die Sicherheit haben, dass man sie nicht vergisst, dass man sich um sie kümmert. Und die Flugzeugindustrie ist ja keineswegs die einzige, die dann auch schrumpfen muss. Sondern es gibt die Chemieindustrie, die muss sich halbieren. Das hatten wir schon. Die Autoindustrie muss sich halbieren. Hatten wir auch schon. Banken brechen zusammen, wenn die Wirtschaft schrumpft, weil man Kredite eben nicht mehr vergeben und bedienen kann. Und so weiter und so fort. Da werden also Millionen von Menschen müssen sich umorientieren. Natürlich gibt es auch neue Arbeit. Das ist ja eine politische Aufgabe. Ja, genau. Aber das muss man eben dann staatlich planen. Das ist ja mein Reden. Und staatlich modellieren. Um jetzt nochmal auf Quaschning zu kommen, da reicht es nicht, technische Lösungen und technische Listen herzustellen. Vielleicht mal ein bisschen zu strukturieren, mal weg vom Fliegen und so weiter. Welche Teile, zum Beispiel unsere Wirtschaft, sind fossil abhängig? Es gibt ja, also gibt es Teile der Wirtschaft, die gar keine Zukunft mehr haben können, also nach 2045, weil die gar nicht sauber gemacht werden können. Jedenfalls nicht rechtzeitig, ja. Welche sind das? Also Fliegen, Autos. Also man muss dann auch immer trennen. Also bei den Autos ist es so, es gibt eine technische Lösung, die heißt E-Auto, fährt ja auch schon rum. Problem da ist, dass diese Lösung zu energieaufwendig ist. Also ein E-Auto funktioniert auch so, dass man da zwei Tonnen bewegt, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu transportieren. Und diese Art von Energieverschwendung, das Auto an sich, ist ob Benziner oder nicht, einfach Energieverschwendung, weil ganz viel Gewicht bewegt wird, um ganz wenig Mensch zu transportieren. So und diese Art von Verschwendung wird man sich eben künftig nicht mehr leisten können, wenn die Energie knapp wird oder teuer wird. So, das ist ja nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren, aber, und die Busse würden ja auch häufiger fahren, wenn nicht jeder mit seinem Auto rumgurken würde. Aber es wäre eben das Ende oder ein starker Einschnitt für die deutsche Automobilindustrie und man muss sich klar machen, dass im Augenblick direkt oder indirekt 1,75 Millionen Menschen an der deutschen Automobilindustrie. Aber das ist etwas anderes, als was ich gefragt habe. Also die Automobilindustrie kann sich ja wandeln, um quasi nicht mehr fossil abhängig zu sein. Aber sie muss schrumpfen, ja. Sie wird dann kleiner werden. Aber ich hatte ja gefragt, welche Teile der Wirtschaft sind fossil an sich abhängig? Ja, also ganz schlimm ist jede Art von Neubau, weil letztlich braucht man dafür Beton, also Zement. Ja, und Zement entsteht dadurch, dass man bei Kalk CO2 abschaltet. Das heißt, es gibt keinen klimaneutralen Zement oder keinen klimaneutralen Beton. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch das Problem, das hat jetzt mit Fossil oder nicht Fossil gar nicht so viel zu tun, dass man dann nicht jeden Tag, wie wir das im Augenblick machen, 60 Hektar Land versiegeln kann. Wir brauchen den Boden, um Wasser zu speichern, um CO2 zu speichern. Das heißt, eigentlich kann man nicht mehr neu bauen, sondern müsste eben bestehende Gebäude umnutzen, was auch eine Riesenherausforderung wäre. Das war unsere, Deina Schneider war eine Stadtforscherin, die war letzte Woche da, die hat gesagt, nicht mehr bauen, sondern umbauen. Ja, genau, das ist dann der Punkt, ja. Welche Teile der Wirtschaft sind doch fossilabhängig? Also können entweder nicht überleben oder müssen massiv schrumpfen? Ja, also ich glaube, Chemieindustrie, Stahlindustrie, bauen, Autos, fliegen, das ist, glaube ich, so der Kern. Was mit den Maschinenbauern? Die werden ganz bestimmt gebraucht, also die müssen sich vielleicht umorientieren, aber die müssen dann ja Windräder bauen und Solarpaneele und so weiter. Da wird sich in der Branche sehr viel verschieben, aber die werden weiterhin benötigt. So, jetzt hast du ja gesagt, die Flugbranche, die Autobranche, die Bauwirtschaft, die Chemiebranche, die Stahlbranche. Das sind die großen Gefährdeten. Wie viel machen die denn heute an unsere, also anteilmäßig? Nee, dann hast du ja hier noch die Banken. Die Banken? Ja, haben wir doch gesagt. Also wenn eine Wirtschaft schrumpft, kannst du die Kredite nicht zurückzahlen und dann gehen Banken pleite. Dann hier Lebensversicherung. Dann, wenn du eine, weil da Lebensversicherung ist auch das Phänomen, du zahlst Prämien ein und hinterher willst du alle Prämien zurückhaben plus Überschuss. Überschuss gibt es nur, wenn es Wachstum gibt. Wenn du eine schrumpfende Wirtschaft hast, brauchst du keine Lebensversicherung. Dann sowas wie Messe-Logistiker, PR-Agenturen. Also in einer schrumpfenden Wirtschaft, wenn Güter knapp werden, brauchst du eigentlich keine Werbung mehr. Das heißt auch, ja, weil die knappen Güter verkaufen sich dann von selbst. Auch du oder ich, Journalismus, Medien, die werden ja zu einem wesentlichen Teil von Anzeigen finanziert, sprich Werbung. Hier nicht. Ja, dann, nee, stimmt, du nicht. Genau, Entschuldigung. Aber große Teile der Medien... Wir sind jetzt schon zukunftsfähig offenbar. Ja, genau. Aber natürlich muss dir klar sein, dass wenn deine, wenn die Wirtschaft schrumpft, schrumpfen auch die Einkommen. Das heißt, die Spenden an dich dürften auch schrumpfen. Schauen wir mal. Ist ja noch eine Weile hin. Aber habe ich das bei dir auch gelesen? Ich habe so viel Kram gelesen, dass die Banken bis in den 70ern gar kein, also gar nicht als Teil der Volkswirtschaft angesehen wurden, weil sie quasi immer nur Geld hin und her geschoben haben und quasi ihren Job gemacht haben quasi als Ermöglicher... Das steht vielleicht bei Mazzucato in dem Buch über BIP, also wie das BIP gemessen wird. Ja, stimmt jedenfalls. Also vorher waren Banken gar nicht relevant für das Volkseinkommen? Genau, sie wurden gar nicht beim BIP berücksichtigt, ja. Also vielleicht sollten die Banken quasi diese Rolle von früher wieder einnehmen? Ja, aber ich meine, wenn man jedenfalls schrumpft, dann ist das für die Banken schwierig, weil Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden können. Natürlich gibt es dann vielleicht noch irgendwie Sparkassen, wo man da Gio-Konten hat und sein Geld irgendwie abgeben kann. Aber was ganz sicher ist, kann natürlich auch keiner bedauern, aber das Investmentbanking, das wird auf jeden Fall komplett sterben. Und damit stellt sich dann aber zum Beispiel die Frage, was soll aus dem Großraum Frankfurt werden? Die leben ja von den großen Bankzentralen. Und das ist ja dann auch wieder indirekt ein Rieseneffekt, weil da gibt es ja noch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Juristen. So, das ist ja ein riesen Wirtschaftszweig. Aber das ist am Ende ein politisches, beziehungsweise demokratisches Problem. Das können wir ja lösen. Ja, genau. Weil man muss, das ist aber zunächst auch mal, muss man aber, wenn man dann sich politisch betätigt, als Volk, muss einem erstmal klar sein, dass das eine riesen ökonomische Aufgabe ist, dieses grüne Schrumpfen und dass man das staatlich planen muss. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon meine britische Kriegswirtschaft erklären soll. Kommen wir gleich zu. Aber dieses Schrumpfen, das wird ja jetzt ja keine Bundesregierung so quasi propagieren, sondern sie werden höchstens anerkennen, okay, also die Branchen, die du gerade aufgezählt hast, die sind in einem, in einer klimaneutralen Zeit, wie 2045, einfach nicht mehr zukunftsfähig. Da muss ja quasi Aufgabe der Politik sein, okay, wie schaffen wir das? Beziehungsweise wie können wir das kompensieren? Ja, also Darum wäre jetzt die Frage, diese fossile Abhängigkeit dieser Branchen, was machen denn diese Branchen an unserer Volkswirtschaft aus? Anteilsmäßig, also wie groß ist das Problem? Das, also ich würde mal locker schätzen, dass die 60, 70 Prozent ausmachen. In Deutschland? Ja, weil du das ja nicht nur direkt, du kannst nicht nur einfach jetzt angucken, okay, wie groß ist die Autobranche am BIP? Weil, denn das hat ja dann jede Menge Konsequenzen. Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, man würde sagen, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, die Autobranche muss komplett schließen. Dann hast du sofort die Frage, was wird aus Baden-Württemberg? Weil letztlich lebt ganz Baden-Württemberg von der Autobranche. Da leben dann auch Hotels im Schwarzwald, wo du erstmal denken würdest, es ist ja nur ein Hotel, die leben ja letztlich auch davon, dass die Leute aus Böblingen und aus Stuttgart da ihre Wochenenden verbringen und Geld lassen. Das heißt, die Wirtschaft ist so verknüpft, dass in dem Moment, wo an einer Stelle massive Probleme auftauchen, sich diese Krise durch die gesamte Wirtschaft frisst. Das ist, kann man ja jetzt auch sehen, bei der Debatte, völlig anderes Thema, völlig andere Ursachen, Ukraine-Krise und Gasmangel. Da wird ja jetzt überlegt, letztlich, angenommen, es kommt ganz schlimm, harter Winter, Gas wird richtig knapp. Welche Firmen kann man dann schließen, ohne dass die gesamte Lieferkette weiter hinten zusammenbricht? Und das heißt, die einzelne Firma sieht vielleicht klein aus, aber die Folgewirkungen quer durchs gesamte System sind dann immens. Und deswegen kann man nicht sagen, ja, das sind jetzt so viel Prozent und dann sagen, ach, ist ja nur so viel Prozent, sondern das Problem ist wirklich in dem Moment, wo Teile der Wirtschaft ausfallen, bricht alles zusammen, wenn man da nicht klug steuert. Aber egal, wie klug oder bescheuert wir jetzt steuern würden, die nächsten 20, 30 Jahre, Baden-Württemberg würde doch dann so oder so sehenden Auges in eine Katastrophe laufen, weil die Leute oder die Länder, die quasi die baden-württembergischen Luxusprodukte kaufen, sind ja meistens auch diese fossilen Länder. Und die gehen doch auch den Bach runter, wenn jetzt weniger Öl und so weiter gebraucht wird. Ja, genau. Darum müssen sie sich doch so oder so drauf einstellen, egal ob das jetzt quasi aus einer moralischen oder ökologischen Perspektive das Richtige ist, sondern sie wollen ja überleben. Also müssen sie doch diese Gedanken anstellen. Ja, also natürlich ist völlig richtig, dass der Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, sowieso keine Zukunft hat, weil selbst wenn man jetzt sagt, ach, das ist alles so schwierig und wir verbrennen einfach weiter fossile Energie, bricht es wenig später ja durch die Klimakrise sowieso zusammen, ja. Was bedeutet das Ende des Kapitalismus aus deiner Sicht für unseren Konsumhunger? Ja, also was... Du weißt ja auch darauf hin, dass am Ende quasi es nicht darauf ankommt, wie viele Menschen irgendwo leben. Also wird ja mal mit dem Finger auf China gezeigt. Guck mal, wie viel die an CO2-Emissionen machen. Es kommt ja am Ende darauf an, wie viel eine Nation verbraucht. Ja, genau. Also zum Beispiel ganz beliebt, um das nochmal abzuwandeln, ist ja immer in den Industrieländern darauf hinzuweisen, dass ja in Afrika die Bevölkerung wächst. Das ist zwar wahr, aber das ändert überhaupt nichts an der Klimakrise. Denn die Klimakrise wird tatsächlich durch die reichen Länder erzeugt, die einen riesigen ökologischen Fußabdruck haben. Und in Afrika durch die Armut ist es so, dass viele Länder sogar noch unter dem Erlaubten sind. Also die Weltklimarat hat ja ausgerechnet, dass man pro Kopf und Jahr ein Kilo CO2 emittieren darf, wenn das so viel kann die Natur absorbieren. Und Menschen in Malawi zum Beispiel sind bei 100 Kilo CO2. Also die könnten sich noch verzehnfachen und wären immer noch im Rahmen des Erlaubten, während Deutschland zum Beispiel bei 11,2 Tonnen ist. Gibt ja glaube ich immer diesen schönen, weil ich weiß nicht, ob immer noch stimmt, aber die Energie, die wir konsumieren in Deutschland mit 80 Millionen Menschen ist genauso viel Energie wie eine Milliarde Menschen in Afrika. Ja genau, das kommt bestimmt hin. Und das heißt, wenn man jetzt etwas übertrieben, wenn es in Afrika gar keine Menschen gäbe, hätten wir immer noch ein Klimaproblem. Aber jetzt die Frage, was bedeutet denn das Ende des Kapitalismus für unseren Konsumhunger? Nein, also es ist ja ganz klar, dass wenn man sagt, also ich fiktiv, man muss die Wirtschaft um 50 Prozent schrumpfen, dass man dann auch nicht mehr so viel konsumieren kann wie heute. Das geht nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, muss jetzt niemand Angst haben, dass er dann irgendwie in der Steinzeit landet und in Höhlen lebt und nur noch Fälle trägt, sondern das habe ich mir einfach angeguckt. Also angenommen, wir müssten die Wirtschaft um 50 Prozent schrumpfen, damit wir wieder genug Ökoenergie haben, dann würden wir im Jahr 1978 landen. Du warst ja noch nicht dabei, aber alle die dabei waren 1978 wissen, man war genauso glücklich wie heute und das Leben war eigentlich auch nicht wirklich anders. Muss ich Hans gleich mal fragen. Ja genau. Und Hans kann dann bestätigen, dass es irgendwie keine Erdbeeren im Winter gab, keine Flugmangos, keine zweitägigen Betriebsausflüge nach Mallorca, aber dafür ist man dann eben drei Wochen an den Strand nach Italien gefahren. So und wenn du die Leute fragen würdest, was eigentlich besser ist, dann würden viele sagen ja, drei Wochen in Italien war doch super. Apropos Hans, ihr könnt Hans eure Fragen an Ulrike stellen, kommt am Ende, wann immer das sein wird. Aber der Konsumhunger ist ja jetzt quasi nicht nur, was kaufe ich irgendwie ein im Markt oder wo fliege ich hin? Oder? Also wenn wir über den Energieverbrauch sprechen? Also ich weiß jetzt nicht genau, worauf du zusteuern willst. Am besten du sagst es gleich. Ja, aber Konsum heißt doch nicht nur, wo fliege ich irgendwie hin und verbrauche dafür Energie oder welche Klamotten kaufe ich mir, die in Asien hergestellt wurden und die mit Energie hergestellt wurden, die mit Energie hierher transportiert wurden. Was heißt das noch? Gibt es doch noch andere Sachen, weil die Leute sollten sich das vielleicht ein bisschen mehr vorstellen? Einfach nur ein bisschen weniger einkaufen, kann man sich ja vorstellen. Aber was heißt das für unser Leben? Ja, also... Weil wir leben ja quasi aus einer Energiesicht so wie eine Milliarde Menschen in Afrika leben. Naja, also das ist eigentlich so rum gesehen. Also wie gesagt, kein Fliegen. Außer wenn es sauber ist. Ja, aber wie gesagt, wird es bis 2045 nicht sein. Also kein Fliegen. Das ist übrigens ja nicht das absolute Ende der Mobilität. Man kann ja Schiff fahren, aber man wird nicht so viel Schiff fahren können wie heute, weil auch Biodiesel für Schiffe extrem energieaufwendig ist. Aber kein Fliegen. Eigentlich kein Auto, würde ich mal sagen, weil die Energie da auch nicht reicht. Also Bus fahren, Bahn fahren. Man macht dann eben Urlaub in Europa. Dann kommt oft, ja, aber man muss doch die Welt kennenlernen. Aber ich glaube, das ist eine... Da wird unterschätzt, wie vielfältig Europa ist. Also wenn man beispielsweise nach Albanien fährt, dann erlebt man auch eine Welt, die völlig anders ist, die man aber mit dem Zug erreichen kann. Dann Trost, damit nicht jeder denkt, ach wie schlimm. Das Smartphone könnte man behalten, denn das verbraucht gar nicht so viel Energie. Was man auch behalten kann, sind die Krebstherapien. Also wenn ich sage, wir wären so reich wie 1978, dann wäre es trotzdem nicht die gleiche Welt. Also es gibt ja technologische Entwicklungen seitdem, die außerordentlich segensreich waren und die man behalten kann. Ich glaube, einige denken jetzt, wir gehen jetzt in die Zeit zurück, ohne unseren ganzen Luxus im Vergleich zu 1978. Nee. Ja, also man kann vieles... von denen wir in den letzten 50 oder 40 Jahren erreicht haben. Oder? Also wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Kein Fliegen, kein Auto. Man wird... Die Gegenstände, die man benutzt, müssen haltbarer sein. Was aber wahrscheinlich die meisten Leute jetzt auch nicht stört. Nö. Nö, weil wenn das Smartphone nicht mehr alle zwei Jahre irgendwie nicht mehr funktioniert, weil das Internet sich so schnell entwickelt, sondern wenn man das zehn Jahre behalten kann, werden die meisten sagen, ist auch okay, kann ich mit leben. Ja, man muss eben... Das ist sicher eine große Einschränkung. Also wenn man sagt, man will keinen Neubau, dann heißt es ja, dass man mit den Flächen, die es jetzt gibt, auskommen muss. Das ist eigentlich sehr viel, nicht? Pro Kopf haben wir im Augenblick 47 Quadratmeter. Aber es ist natürlich sehr ungleich verteilt. Das heißt, man wird Wohnraum umverteilen müssen. Und es wird auch nicht möglich sein, dass jeder anfängt, sich irgendwelche Ferienwohnungen zu kaufen. Und wenn man vom Land in die Stadt ziehen will, wird das vielleicht auch schwierig. Also man wird stärker auch das Land wieder entwickeln müssen und die Gebäude, die es da gibt. Im Augenblick ist ja der Weg eigentlich, Land interessiert keinen mehr. Also die Leute ziehen in die Stadt, will ich auch gar nicht kritisieren. So ist das System im Augenblick. Und dann stehen auch Gebäude auf dem Land rum, die keiner mehr haben will und in der Stadt muss ständig neu gebaut werden. Und diese Art von Verschwendung werden wir uns nicht leisten können, sondern man muss als Gesamtgesellschaft dann überlegen, wie man den Wohnraum neu verteilt und auch sinnvoll nutzt. Wir können über Umverteilung gleich nochmal reden. Aber mein Punkt war so ein bisschen, viele dieser Konsumentscheidungen, dafür muss man sich ja gar nicht entscheiden in Zukunft, weil du hast ja das Beispiel mit den Schiffen gebracht. Du kannst gar nicht so viele saubere Schiffe aufs Meer packen, die die ganzen Produkte, die wir heute kennen, quasi in Massen hierher bringen. Das stimmt. Es wird einfach weniger Schiffe zur Verfügung stehen und dadurch kommen halt weniger Produkte aus China hier an. Und dementsprechend können wir gar nicht so viel konsumieren. Nee, das stimmt. Genau. Umverteilung. Wo muss dann umverteilt werden? Es ist quasi nicht jetzt, bei dem Beispiel mit den Wohnungen, ist das quasi nicht eine Umverteilung, was jetzt in Berlin jetzt schon quasi auf dem Weg ist, quasi die Vergesellschaftung dieser Immobilienkonzerne, deren Produktionsmittel, könnte man ja sagen, sind Wohnungen und die vergesellschaften wir wieder. Auf jeden Fall. Ja, aber man muss nicht nur diese Konzerne da vielleicht wieder vergesellschaften, sondern man muss auch Flächen umverteilen. Klar. Ich glaube, das wird eine wirklich große Herausforderung, weil ich meine, es gibt viele Leute, die ja auch zwei Wohnungen, drei Wohnungen haben, zum Teil auch nicht vermieten, weil das ja so viel Arbeit macht. Und ein erster Schritt wäre, kein Vorschlag von mir, sondern von Architekturkritikern, dass man eine Residenzpflicht einführt für Reiche. Also so nach dem Motto, wenn jemand eine Wohnung hat, dann muss er nachweisen, dass er da auch wirklich wohnt. Und wenn er nicht wohnt, muss er sie zwingend vermieten. So damit also der Leerstand und auch, dann könnte man auch festlegen, an wie viele Köpfe. Nicht, dass man das irgendwie, nach dem Motto, ist alles so anstrengend, ich vermiete mal eine Riesenwohnung an meinen Cousin und fertig. Es gibt, glaube ich, in Großbritannien gab es irgendwie eine Diskussion, wer quasi eine bestimmte Fläche besitzt, 1000 Quadratmeter, da kann dann der Staat sagen, okay, weil du so viel Fläche hast, du musst dort Menschen leben lassen. Ja, genau. Und das muss man aber nicht von der Fläche abhängig machen. Das kann auch für eine 40 Quadratmeter Wohnung gelten. Die Stadtforscherin hat erzählt, über 50 Prozent der Wohnungen in Berlin sind Einzimmerwohnungen. Das wird auch lustig. Ja, also da muss man jedenfalls ganz neu nachdenken. Auf jeden Fall kann man nicht ständig neues CO2 produzieren, indem man neue Wohnungen herstellt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir ja viele, jetzt schon rechtspopulistische Parteien haben oder bewusste kapitalistische Parteien, die aufs Sterben dieses Systemen verteidigen müssen, weil sie es fundamental unterstützen und quasi nicht fundamental anerkennen wollen, dass es dem Ende geweiht ist, wie du es ja erklärt hast. Wie vermeiden wir dann beim Ende des Kapitalismus Chaos im Bürgerkrieg? Ja, also ich meine, was jetzt wahr ist, ist, dass wenn man sagt, wir brauchen grüne Schrumpfen, das geht nicht so weiter, bis ihr damit keine Mehrheiten generiert. Und natürlich ist die AfD ein Problem, aber keineswegs das einzige. Also auch die Nicht-AfD-Wähler wollen das nicht hören im Augenblick. Genau deswegen sagen ja alle Parteien von den Grünen bis zur CSU, wir setzen auf grünes Wachstum, weil das auch die Mehrheitsmeinung der Wähler ist, dass das möglich sein muss. Ich würde behaupten, die SPD und die Grünen wollen auch nicht hören, was du sagst. Nee, genau, sage ich ja. Alle Parteien von den Grünen bis zur CSU streben grünes Wachstum an. Also die Unterschiede zwischen Parteien sind nicht das Ziel. Alle wollen grünes Wachstum. Die Unterschiede sind nur, wie schnell man die nötigen Windräder aufbauen will. Da wollen die Grünen völlig zu Recht ganz schnell sein und die CSU ganz langsam. Aber das Ziel grünes Wachstum ist das Gleiche. Und das liegt natürlich daran, dass die Wähler an dieser Illusion unbedingt festhalten wollen. Ja, aber das ist ja das Problem. Also klar, es wird dann wahrscheinlich ein, zwei Parteien geben, die dann irgendwann diese Realität anerkennen, die du ja jetzt seit zwei Stunden beschreibst. Aber einfach aus Machtperspektive werden einige Parteien die Bevölkerung so beeinflussen, dass sie sagen werden, das ist Humbu, das zerstört Deutschland und so weiter und so fort. Und wie schaffen wir das, dass dieser Umbruch, weil das wird ja eine riesige Transformation, das ist ja quasi eine Revolution, die wir da erleben müssen, wenn der Kapitalismus abgeschafft ist. Wie endet diese Revolution nicht im Bürgerkrieg, nicht im Chaos? Also wie schaffen wir ein kontrolliertes Ende? Ja genau, also was ganz wichtig ist, das muss tatsächlich demokratisch passieren. Also ich meine, es gibt ja immer wieder diese Idee mit dem Öko-Diktator. Davon kann man nur abraten, weil bisher man historisch sehen kann, dass alle Diktatoren eine katastrophale Ökobilanz haben. Das gilt jetzt auch für Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine. Das ist ja nicht nur ein Desaster da an und für sich, sondern auch ökologisch enorm schädlich. Ja, also es muss demokratisch sein. Dann haben wir schon festgestellt, okay, bisher gibt es keine Mehrheiten. Aber ich glaube eben, dass man nicht den Fehler machen darf, dass man nur denkt, was politische Mehrheiten hat. Weil dann kannst du ja aufhören zu denken. Dann wird es ja schon gedacht. Das haben wir doch bei Corona gemerkt. Also ich meine, da war eine Krise und da muss da gehandelt werden. Da war jetzt erstmal egal, was die Bevölkerung sagt, sondern der Staat und die Regierung ist verantwortlich und hat ihre Aufgaben und dann müssen sie halt reagieren. Ja, aber die haben ja auch das gemacht, was mehrheitsfähig war. Also sie haben permanent Umfragen gemacht, permanent, während der ganzen Corona-Krise, ununterbrochen, was denkt die Bevölkerung. Und da kam ja dann raus, dass die Bevölkerung sehr gespalten war. Es gibt Corona-Leugner, es gibt Kritiker der Corona-Maßnahmen und so weiter. Aber es gab ja auch eine große Mehrheit von Menschen, die Schutz wollten. Die Mehrheit wollte ja, dass der Staat tatsächlich versucht, die Seuche durch Maßnahmen einzudämmen. Dann gab es zwar irgendwie viel Diskussion um einzelne Maßnahmen, aber die Mehrheit hat es gestützt, dass der Staat handelt. Und deswegen hat die Politik das auch gemacht. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie wir den Bürgerkrieg vermeiden. Also wie wir ein kontrolliertes Ende des Kapitalismus erleben. Ja, also das funktioniert nur so, dass man tatsächlich die Mehrheiten hat. Also deswegen sage ich ja, es muss demokratisch bleiben. Diese Mehrheiten gibt es im Augenblick nicht, stimmt. Also meine Sorge ist auch, dass wir zu spät handeln werden. Also irgendwann wird jeder feststellen, dass die Klimakrise existenziell bedrohlich ist. Aber wahrscheinlich werden das alle erst dann feststellen, wenn es wirklich direkt vor der Haustür stattfindet. und dann ist es wahrscheinlich schon zu spät, um die Klimakrise noch zu verhindern, weil ja irgendwann auch Kipppunkte in dem System passiert werden, die dann dazu führen, dass sich die ganze Klimakrise verselbstständigt und außer Kontrolle gerät. Und da ist meine Sorge auch, dass wir da nicht rechtzeitig die Biege kriegen. Nur mein Punkt ist, bisher wurden gar keine Lösungen diskutiert, die funktionieren. Also weil wir alle immer so tun, als gäbe es grünes Wachstum. Das ist eine Lösung, die aus meiner Sicht nicht funktioniert. Wir sind wieder bei den Im-System-Lösungen. Ja genau. Und das funktioniert nicht so. Also werden falsche Lösungen diskutiert, dann ist natürlich sowieso klar, dass wir in die Klimakrise rauschen. Also sage ich jetzt erstmal, wir müssen über das grüne Schrumpfen nachdenken. Und damit bin ich in meiner Variante, so wie ich mir das vorstelle, völlig allein. Also ich bin im Augenblick eine Ein-Frau-Mission. So und da kann man ja nicht erwarten, die Geisterfahrerin. Ja, da kann man ja nicht erwarten, dass man dann schon Mehrheiten hat. Also sabbele ich mir jetzt hier den Mund fusselig, um erstmal zu gucken, ob ich andere überzeugen kann. Du bist hier sozusagen einer von derer, wo ich jetzt versuche, dich zu überzeugen. Ob das gelingt, weiß ich im Augenblick nicht. Bei mir spielt es keine Rolle. Ja, wie auch immer. Ich spiele ja auch noch eine Rolle. Ja, ja, genau. Aber wie auch immer, also ich bin jetzt sozusagen erstmal auf der... Du bist ja nicht hier, um einfach nur, Ulrike, sag uns einfach mal, wie du das denkst. Nee, nee, völlig richtig. Nee, ich bin auch gar nicht beleidigt, sondern ich sag nur, ich bin jetzt gerade damit beschäftigt, erstmal zu versuchen, andere zu überzeugen, von meinem Vorschlag. Und das muss man sehen, ob das dann funktioniert oder nicht. Wenn ich jetzt ein fossiler Kapitalist wäre, dann würde ich sagen, ey Ulrike, mach mal weiter. Ich habe viel mehr Tools und viel mehr Geld und viel mehr Macht. Genau das, was du quasi sagst, was nötig ist, eine Mehrheit zu überzeugen, das ist ein Klacks für mich. Ich habe die letzten Jahrzehnte die Leute dazu gebracht, wie du ja erklärt hast, zu glauben, dass die Reichen weniger besteuert werden sollen. Dann schaffe ich das auch in den nächsten 20 Jahren, die Leute davon zu überzeugen, dass Schrumpfen die schlimmstmögliche Lösung ist. Also wenn das deine Hoffnung ist, quasi eine Mehrheit zu finden, also die Mehrheit der Leute, das selbst entscheiden soll, dann würde ich sagen, als Kapitalist, go for it. Das ist ja, die Waffenungleichheit, krass. Wir waren noch beim Lobbying. Ja, aber da sind wir eben fundamental anderer Meinung. Also ich denke natürlich auch, dass es Lobbyismus gibt, dass Kapitalisten auch, oder Unternehmer auch viel Macht haben. Aber ich glaube eben nicht, anders als du. Aber es sind ja nicht nur die Lobbyisten und die Konzerne, es ist doch die politische Klasse an sich, die Kapitalisten sind. Ja, aber da sage ich, anders als du. Wir haben einfach ein anderes Bild von der Demokratie. Also ich glaube, dass die Wähler auch entscheidend sind, dass die auch mehr Macht haben, als man so denkt. Und deswegen ist jetzt mein Programm, die Wähler davon zu überzeugen, dass wir dieses grüne Schrumpfen brauchen. Das ist am Ende die Leute, die Macht haben. Das ist ja gar keine Frage. Ja, dann freut mich ja, dass du das auch denkst. Aber genau deshalb gibt es ja PR, deshalb gibt es Propaganda, damit die Leute beeinflusst werden. Ja, genau. Und jetzt mache ich gegen Propaganda. Es gibt ja diesen schönen Satz, it's easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism. Also wir können uns eher das Ende der Welt vorstellen, als das Ende des Kapitalismus. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, du beschreibst ja quasi, warum er enden muss. Aber kannst du dir das vorstellen, eine Welt ohne Kapitalismus? Ja, das habe ich da ja auch geschrieben, wie das dann wäre. Also ich glaube, das Problem ist ja hier, also wir haben sozusagen über die beiden Endpunkte gesprochen. Wir haben gesprochen über den dynamisch wachsenden Kapitalismus, der auch Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und wir haben auch geredet über die ökologische Kreislaufwirtschaft, die das Ziel sein muss, wo man eben nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Und die dann kleiner wäre, also so wie 1978. Anders, aber ungefähr wären wir so reich wie 1978. So, aber die Frage ist ja, wie muss man sich dieses grüne Schrumpfen vorstellen? Also wir haben ja schon festgestellt, Fliegen geht nicht mehr, Autos, die Autoindustrie schrumpft, die Banken schrumpfen, Lebensversicherung schrumpfen, Chemieindustrie schrumpft, Stahlindustrie schrumpft. Weniger, 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 weniger. Ja, ja, genau, aber dann wie verhindert man, dass da jetzt Millionen arbeitslos sind und erst mal keine Perspektive haben, keine Zukunft und dann, das war ja deine Sorge, immer auch rechtsradikale Diktatoren wählen. Und die Gefahr ist absolut real. Und da habe ich dann eben, weil ich Historikerin bin, mal geguckt, gibt es das Beispiel einer kapitalistischen Wirtschaft, die tatsächlich geschrumpft wurde, ohne dass hinterher das totale Chaos ausgebrochen ist. Und das ist dann eben die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Und dann verabschieden wir uns von der Demokratie. Nee, wieso? Die Briten waren doch eine Demokratie. Churchill war kein Diktator. Ja. Ja. Aber auch wenn eine Demokratie im Krieg ist, dann ist da ganz schön wenig Demokratie. dann ist Ausnahmezustand, Ulrike. Dann hat Demokratie ganz schön viel beiseite zu stehen. Man guckt ja Churchill an, was der für Macht hatte. Da war das Parlament nicht wirklich... Aber das war im Konsens. Also es war wirklich nicht so, dass er da irgendwie über die Köpfe der anderen hinweg regiert hätte. Aber natürlich, was schon stimmt, ist eine Ausnahmesituation. Es ist eine Ausnahmesituation. Aber ich würde nicht sagen, dass das Problem ist, ist es demokratisch, ja oder nein. Sondern man könnte sagen, dass bei den Briten diese Gefahr so absolut konkret war. Also es gab das personifizierte Böse, Hitler. Der stand dann auch direkt gegenüber auf der anderen Seite des Ärmelkanals, nachdem er da Frankreich besiegt hatte. Während natürlich der Klimakrise ist irgendwie strukturell, global, hat kein Gesicht. Und dann war es natürlich so, das muss man auch noch sagen, aus der Sicht der Briten war von Anfang an klar, dass sie den Krieg gewinnen würden. Das heißt, die Perspektive war, jetzt machen wir mal ein paar Jahre den berühmten Gürtel enger und dann ist Hitler besiegt und dann geht es weiter mit Wachstum, Kapitalismus und Wohlstand. Das ist nicht unsere Perspektive. Der Gürtel enger wurde auch bei der Demokratie gemacht. Und du hast doch selbst gesagt, wir brauchen, das muss demokratisch passieren. Ja natürlich, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es in Großbritannien nicht demokratisch war, sondern der wesentliche Punkt ist, dass die Idee der Briten war, wir halten uns jetzt mal, wir strengen uns jetzt mal hier ein paar Jahre an, um Hitler zu besiegen und dann ist alles wieder wie vorher, Wohlstand, Kapitalismus, Wachstum und das Leben ist wieder schön. Und unser Problem ist, dass wir ja dauerhaft schrumpfen müssen. Wir können nicht sagen, ach wir schrumpfen mal ein bisschen und dann sind wir in der ökologischen Kreislaufwirtschaft und dann geht es wieder weiter. Sondern wir müssen uns tatsächlich mit diesem weniger arrangieren. Das wäre jetzt nicht die Katastrophe. Also wie gesagt, 1978 ist man auch viel reicher gewesen als die Briten 1939. Aber es gibt jetzt nicht dieses Trostpflaster, wenn ihr euch ordentlich angestrengt habt, dann kommt wieder der Aufschwung, der Wohlstand und alles wird sozusagen, es gibt immer mehr für alle. Davon müssen wir uns erstmal verabschieden. Aber darum ist doch diese britische Kriegswirtschaft vielleicht an sich ein grundfalsches Beispiel. Nee. Weil da herrscht das Primat des Militärs. Das Primat des Krieges. Das Primat der Regierung. Ja genau, aber das Primat... Das war dann vielleicht keine Diktatur, aber es ist quasi eine temporäre Fastdiktatur. Nein, es war keine Diktatur, sondern es war staatliche Planung. Aber staatliche Planung ist nicht das gleiche wie Diktatur. Ja, aber Demokratie war da jetzt auch nicht wirklich doch, weil die zum Beispiel... Demokratische Kontrolle und alles? Ja natürlich, es gab Meinungsfreiheit, ganz wichtig für die demokratische Kontrolle. Es gab einen Rechtsstaat, es gab tatsächlich die Kontrolle auch durch die Opposition. Das war keine Diktatur. Das ist glaube ich die totale Missverständnis. Hab ich auch nicht gesagt, aber Demokratie hat da hinten anzustellen. Nein, es ist ein Missverständnis zu sagen, staatliche Steuerung ist das gleiche wie Diktatur. Dass man das in eins setzt, kann ich verstehen, weil wenn man von staatlicher Planung redet, dann denken die meisten sofort an den Sozialismus, wie er in der Sowjetunion und später in der DDR eingeführt wurde. Also es wird alles verstaatlicht und dann gibt es eine bis zur letzten Imbusbude und dann gibt es eine riesige Planungsbehörde in Moskau, die bis zur letzten Schraube in der letzten Fabrik erzählt, was man machen muss. Darüber können wir auch gerne reden, dass quasi Leute, die quasi die Kritik am Kapitalismus hören, dann sofort, ja willst du dann irgendwie Sozialismus oder Kommunismus hören, als ob es quasi eine bipolare Welt ist, als ob es nur Kapitalismus oder Kommunismus geben kann. Ja, genau. Das sind aber dieselben Leute, die sonst immer sagen, also Ulrike, Innovation, 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 die können sich aber keine Innovation einer neuen Wirtschaftsordnung vorstellen. Ja, genau. Und vor allen Dingen machen sie, also machten sie da ja den Fehler, dass sie immer sagen, Innovation passiert durch privates Kapital und das stimmt nicht. Also schon jetzt ist es so, dass nicht die Wirtschaft oder die Unternehmen, die Grundlagenforschung machen, sondern das kommt vom Staat. Also ein sehr schönes Beispiel ist ja BioNTech, diese Corona-Impfstoffe, also die zugrunde liegende Technik, die mRNA-Botenstoffe, das wurde alles an Universitäten erforscht von den BioNTech-Gründern, die waren in staatlicher Anstellung und wurden immer schön gefördert und als sie dann soweit waren, dass sie Forschungsergebnisse hatten, die man dann als, tatsächlich als Arzneimittel weiterentwickeln kann, haben sie sich ausgegründet. Aber ohne die staatlichen Millionen, die da in diese Forschung geflossen wären, hätte es BioNTech nie gegeben. Also das ist immer so, weil das für Unternehmen zu riskant ist, diese teure Grundlagenforschung zu machen. Also muss man sich aber keine Sorgen machen, um das mal kurz noch unterzubringen, dass die Innovationen irgendwie leiden würden, wenn man staatliche Planung hat. Innovationen gibt es auch ohne Kapitalismus. Ja, das aber, ja, aber gab es immer. Aber was neu war, aber gut, das führt jetzt vielleicht auch zu weit, ist im Kapitalismus, dass es dann immer hintereinander wegkam, also ohne Pausen. Ja, weil das zwingend wurde. Genau. Also natürlich gab es immer, zum Beispiel die Windmühle war eine Riesenerfindung im Mittelalter. Nur dann hat man die Windmühle erfunden und dann war jetzt mal wieder pause. Bis dann die nächste große Innovation kam. Jetzt kommen wir nochmal zu den Subventionen. Das dachte ich, ich lese nicht richtig, dass du behauptest, so klimaschädliche Subventionen, so wie das Umweltbundesamt, wie die Bundesregierung, so schön, also sie mögen das ja selber nicht so öffentlich sagen, aber, dass über 50 bis 60 Milliarden jedes Jahr an umweltschädlichen Subventionen ausgezahlt wird, da sagst du, Quatsch. Ja, weil der Begriff Subventionen wird da extrem weit verwendet. Also, wenn Menschen Subventionen hören, dann denken die, man kriegt Geld richtig in die Hand gedrückt vom Staat, um irgendwas zu machen. Also, sagen wir mal, öffentliche Kindergärten werden vom Staat subventioniert. Die Eltern müssen nicht die gesamten Kosten dieses Kindergartens zahlen und das ist ja auch richtig. So, aber, so ist dieser Begriff bei den Umweltsubventionen nicht gemeint, dass da irgendwie konkretes Geld fließen würde vom Staat. Sondern es ist anders. Aber eine Subvention ist eine Staatshilfe. Ja, genau. Und eine Hilfe kann ja auch sein, dass der Staat auf etwas verzichtet. Ja, genau. Also, Steuerbefreiung. Ja, genau. Oder weniger Steuern. Ja, genau. Und dann gibt es den sehr interessanten Fall, dass eben Diesel weniger besteuert wird als Benzin. Das ist Dieselprivileg. Ja. Eine klimaschädliche Subvention. Genau. Offiziell ist das eine klimaschädliche Subvention. Daraus schließen dann aber viele Leute, das habe ich selbst live erlebt, dass die denken, man würde für das Verbrennen von fossiler Energie noch Geld kriegen. So und so ist das natürlich nicht. Also, Diesel wird sehr hoch besteuert, aber es stimmt, Benzin wird noch höher besteuert. Aber insgesamt ist es so, dass der Verbrauch, also vor allen Dingen das Verbrennen von Diesel im Auto wird durchaus deutlich besteuert. Der Autofahrer kriegt kein Geld dafür, dass er Diesel fährt. Ja, aber nicht so besteuert wie ein Benziner. Nee, genau. Und das ist eine staatliche Hilfe. Und damit eine Subvention. Kann man so sehen. Aber ich habe eben Leute erlebt, die das dann völlig missverstehen. Ja, dass Leute der Subventionen vielleicht missverstehen, dass du das Geld, aus der Geld fliehst, ist ja was anderes als die Fakten. Und ich habe das ja ausgerechnet. Benzin ist so stark besteuert. Ich finde das richtig. Nicht, dass du mich missverstehst. Ich finde es richtig, dass Benzin stark besteuert wird. Aber es ist so stark besteuert, dass jetzt der CO2-Preis für Benzin ja schon bei 277 Euro ungefähr liegt pro CO2-Tonne. Das ist, nee, nicht CO2-Tonne. Ist denn das Dienstwagenprivileg eine Klimaschleelsubvention? Nee, ich muss jetzt gerade mal, ich bin gerade dabei, irgendwie Unsinn zu erzählen. Nee, das Kilo CO2 wird mit 277 Euro schon besteuert, oder? Jedenfalls wird es deutlich höher besteuert, als der offizielle CO2-Preis im Augenblick ist. Und deswegen ist es eine Subvention, wenn man sagt, Diesel muss genauso stark besteuert werden wie Benzin. Und es ist keine Subvention, wenn man sagt, Subvention so besteuert, versteht, dass der Staat irgendwo Geld zahlt. Und das geht eben in der Diskussion permanent durcheinander. Klar, aber da könntest du ja Aufklärung leisten. Habe ich ja gemacht in meinem Buch. Aber es gibt ja Leute, die sagen, das müssen wir gar nicht abschaffen, diese Klimaschleelsubvention, weil Ulrike Hammer hat ja gesagt, das ist gar keine. Ja, dann haben die mein Buch nicht gelesen. Weil in meinem Buch geht es darum, dass man grüne Schrumpfen organisieren muss und auf die fossile Energie komplett verzichten. Und damit auch auf die Klimaschleelsubvention? Nein, wenn man sowieso kein Benzin mehr fahren kann, dann gibt es natürlich auch keine Steuern mehr auf Diesel und Öl. Das Dienstwagenprivileg, ist das eine Klimaschleelsubvention? Das ist tatsächlich eine Subvention, weil man da ja Geld geschenkt kriegt. Die Entfernungspauschale? Ja, finde ich auch nicht gut. Obwohl, ich meine, der Fortschritt ist ja, dass die Entfernungspauschale jetzt für alles gezahlt wird, auch fürs Fahrrad. Aber natürlich ist es faktisch so, dass damit die Zersiedlung subventioniert wird. Wenn der Staat auf die Besteuerung von Kerosin im Flugverkehr verzichtet, ist das eine Subvention? Das würde ich sagen, ja. Wenn der Staat auf die Mehrwertsteuer bei internationalen Flügen verzichtet, ist das eine Subvention? Würde ich auch sagen, ja. Dann sagst du doch, dass alle klimaschleelsubventionen, die das Umweltbundesamt aufzählt, doch klimaschleelsubventionen sind. Ja, aber trotzdem ist es, was ich in meinem Buch beschreiben wollte, ist jetzt nicht, dass das Quatsch ist, dass man Kerosin nicht besteuert. Und von mir aus kann man das auch Subventionen nennen. Sondern was ich in dem Buch sagen wollte, ist, dass anders als die Leute denken, der Staat kein Geld zahlt, dafür, dass man irgendwie fossile Energie verbrennt. Und das ist sehr wichtig, weil es gibt ja diese Statistiken, dass irgendwie weltweit die Subventionen, in Anführungsstrichen, für fossile Energien irgendwie 5 Billionen Dollar sind. Und dann denken viele Leute, diese 5 Billionen Dollar gibt es, real, um sie irgendwie in erneuerbare Energien zu investieren. Und das ist dann das Missverständnis beim Thema Subventionen. Denn der Staat zahlt niemandem bisher Geld dafür, dass er erneuert. Aber es geht ja um die Kosten. Also unwahrscheinlich Subventionen, die Kosten. Und ein Kosten kann ja auch sein, wenn ich jetzt sage, Ulrike, du hast eine Fluggesellschaft, du musst das Kerosin eben nicht versteuern, dann kostet mich das ja was, weil ich auf die Einnahmen verzichte. Da sollte man vielleicht über Kosten reden bei den umweltschädlichen Subventionen. Ja, genau. Und nicht, wie viel Geld fließt. Ja, aber wenn du jetzt sagen würdest... Mich kostet das was, dass ich sage, du musst die Steuer nicht zahlen. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, wer dann zahlen muss. Also angenommen, ich bin da sehr für, nicht, dass du mich missverständlichst. Man sagt jetzt, die Fluggesellschaft muss Steuern aufs Kerosin zahlen oder Mehrwertsteuer oder so. Dann heißt das ja, dass der Fluggast das zahlt. Das zahlt ja nicht die Fluggesellschaft. Ja, ich wäre sehr dafür. Aber dann wäre, das wäre faktisch, könnte man dann sagen. Und ich bin, dann kann man damit auch meinetwegen die erneuerbare Energie ausbauen. Es muss dann klar sein, dass der Bürger besteuert wird, nicht die Fluggesellschaft. War der Tankrabatt dieses Jahr eine Subvention? Ja, für Porsche-Fahrer, genau. War das 9-Euro-Ticket eine Subvention des Staates? Ja, klar. Aber es war keine klimaschädliche Subvention? Doch, natürlich. Das 9-Euro-Ticket war eine klimaschädliche Subvention? Ja. Ich wusste nicht, dass ich mit dem 9-Euro-Ticket Auto fahre. Nee, aber die Bahn fährt ja auch nicht mit Luft. Also das fand ich an dem 9-Euro-Ticket kein gelungenes Signal. Also ich bin sehr dafür, dass arme Leute unterstützt werden, wenn sie den öffentlichen Nahverkehr oder Regionalverkehr benutzen wollen. Aber beim 9-Euro-Ticket war es ja so, dass alle das bekommen haben. Also auch Leute, die das nicht brauchen. Zum Beispiel ich. Ich hatte dann am Ende auch ein 9-Euro-Ticket. Aber ich kann mir natürlich den Nahverkehr leisten. So, und dann ist das doch irgendwie Quatsch, dieses Gießkannenprinzip. Alle werden unterstützt, auch die Leute, die es nicht brauchen. Und das ist das eine, was mich daran gestört hat. Dann kann man natürlich sagen, okay, beim Tankrabatt wurde auch der Porsche-Fahrer unterstützt, auch Gießkannenprinzip. Jeder kriegt da Tankrabatt, wenn er Auto fährt. Dann müssen die Leute, die im Regionalverkehr sitzen, auch eine Entlassung bekommen. Und dann hat man eben reihum Gießkannenprinzip organisiert. Aber das war eine enorme Verschwendung von Staatsmitteln. Man hätte die Leute, die reich sind, nicht unterstützen dürfen. Weder beim Tankrabatt noch beim 9-Euro-Ticket. Und dann ist der Punkt, dass natürlich damit das Signal ausgeht, Nahverkehr, Regionalverkehr ist an und für sich klimaneutral. Das ist er aber nicht. Hat er nicht mal behauptet. Nee, aber das... Aber es ist doch was Gutes, wenn durch das 9-Euro-Ticket und wenn es nur ein oder zwei oder drei Prozent sind der AutofahrerInnen in der Zeit auf ÖPNV umsteigt. Weil das doch klimafreundlicher ist, wenn diese Menschen weniger Auto fahren und dann halt mit dem Bus fahren. Aber ich meine ja, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht dann... Man muss sagen, du bist und warst gegen das 9-Euro-Ticket. Und das finde ich ja krass. Weil das würde doch den fossilen Sektor schwächen. Und das schwächt doch den... Ja, aber so wie das... Aber das würde ja nur funktionieren, wenn man dann gleichzeitig den ÖPNV ausbaut. Weil so wie das jetzt lief, da kann ja jeder mitreden. Aber das hat doch selbst funktioniert, ohne den ÖPNV bisher auszubauen. Nee, das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil es dann... Nein, es gab Fälle und das hat jeder erlebt, wo man nicht reingekommen ist in einen überfüllten Zug... Jetzt kommst du wieder mit anekdotischen Evidenzen. Ja, natürlich, weil das hat ja jeder erlebt. Also Frauen mit Kinderwagen, Leute mit Fahrrädern, Berufspendler, plötzlich war der Zug voll. Aber die Statistiken, die nicht anekdotisch evidenzten, waren doch klar, dass es tatsächlich Menschen gab, die umgestiegen sind. Ja, genau. Aber der Preis für die, die schon immer den ÖPNV benutzt haben, weil sie gar kein Auto haben, oder die irgendwo mitten... Für die wurde es billiger. Ja, und gleichzeitig sind sie nicht mehr reingekommen. Also jedenfalls das ganze Ding, darauf will ich ja hinaus, wenn man das jetzt als Dauermaßnahme nehmen würde, würde ja nur funktionieren, wenn man den ÖPNV ausbaut, damit die ganzen Leute, die dann das billig vom Auto auf den ÖPNV umsteigen wollen, dann da auch reinpassen. Das ist ja logisch, das würde ja keiner sagen. Aber selbst ohne den ÖPNV ausgebaut zu haben, hat diese 9-Euro-Tiklet doch eine Wirkung gezeigt und hat den fossilen Sektor geschwächt. Und Ulrike Herrmann sitzt hier und sagt, das ist aber scheiße gewesen. Ja, weil letztlich dann der Eindruck entstanden ist, ich steige nur vom Auto um, wenn der ÖPNV billiger ist. Klimaschutz mache ich, aber mir als Bürger muss ein billiges Angebot gemacht werden. Und ich glaube, dieses Konsumenten, diese Idee, dass man so eine Konsumentenhaltung fördert und unterstützt nach dem Motto, Klimaschutz gerne, aber muss umsonst sein, ist fatal. Das ist wie bei der kapitalistischen Logo, im System eine Lösung zu finden über den Preis. Ja, genau. Weil Klimaschutz, das ist ja mein Reden, wird sehr, sehr teuer sein. Und wenn man die Leute erzieht nach dem Motto, Klimaschutz mache ich gerne, aber es muss billiger sein als die fossile Variante, dann kommt man tatsächlich gar nicht weiter, weil die eine völlig falsche Idee von Klimaschutz bekommen. Ich meine, wir haben, glaube ich, aktuell 7,5 Billionen Euro Privatvermögen in Deutschland. Die meisten Menschen in Deutschland haben davon keinen einzigen Cent. Man könnte ja auch daran gehen. Also 7.500 Milliarden Euro an Privatvermögen. Das ist ja das, worüber wir geredet haben. Ich bin unbedingt dafür, die Reichen stärker zu besteuern. Aber nur zu besteuern, nicht Produktionsmittel umzuverteilen. Nein, weil das bringt über. Du bist ja Kapitalist, dann hast du gesagt. Ja, aber weißt du, was der Witz wäre, wenn man das machen würde? Wofür ich sehr wäre? Das würde das Wachstum noch anheizen. Ja, du bist ja der Meinung, ja, du denkst, wenn es wenige Reich gibt und viele Arme, das ist Kapitalismus und irgendwie, nee, aber es ist anders. Wenn man die Reichen besteuert, wenn die normalen Bürger viele hohe Löhne haben, dann wird das Wachstum angekurbelt. Jetzt stell dir das mal konkret vor, man würde die Reichen besteuern, wie gesagt, bin ich ja sehr für, dann wäre das Geld beim Staat, dann würde es natürlich irgendwie ausgegeben vom Staat und das würde neues Wachstum generieren. Ja. Das heißt, so sehr man dafür ist, für Sozialpolitik und soziale Gerechtigkeit, das führt ins Wachstum. Weil das habe ich ja immer versucht zu erklären, der Kapitalismus ist an sich ein System, das am besten wächst, wenn es gerecht zugeht. Was es aber nicht sein kann, das ist ja inhärent ungerecht. Nein, wir waren doch bei der Pyramide. Ja, aber du tust jetzt so, als wäre es irgendwie im Feudalismus, als der Adel da war und als die Könige regiert haben, als würde, der hätte da Gleichheit geherrscht. Nö. Nee. Das war auch schrecklich. Auch ein schreckliches System. Nein, und der Kapitalismus hat für mehr Gleichheit gesorgt. Ich sage ja nicht, dass hier Gleichheit herrscht, aber es herrscht mehr Gleichheit als vorher. Du glaubst... Zum Beispiel wir beide hier, Angehörige der Mittelschicht. So was gab es vorher gar nicht. Es gab in Deutschland noch nie, dass zwei Familien in Deutschland so viel Geldvermögen besitzen wie die unteren 42 Millionen. Das gab es noch nie. Nee. Und du sagst, wir haben jetzt weniger Ungleichheit. Das ist doch Quatsch. Oder sagen wir mal so, also die Ungleichheit ist, glaube ich, auch nicht so groß wie in Zeiten des Feudalismus. Das kannst du bei Piketty nachsehen. Ich sage ja nicht, dass sie klein ist. Sie ist groß. Aber der Witz am Kapitalismus ist ja, dass alle reicher sind als vorher und alle zum Beispiel jetzt studieren oder viele studieren können, die früher nie hätten studieren können. Das heißt, das System ist kein gleiches System, aber alle haben profitiert. Und der Witz ist, das würde alles noch schöner sein und noch besser wachsen, wenn die Reichen stärker besteuert würden. Da sind wir uns ja jetzt einig. Du machst dein Buch, diese Historie auf. Das ist toll. Das ist möglich. Ich habe mich dann zwischendurch gefragt, angenommen, wir Menschen und die Menschheit hätte damals gewusst, als wir uns quasi, wir haben uns ja nicht bewusst, für diesen Kapitalismus und dieses System entschieden. Das hat sich ja sogar entwickelt. Aber hätten wir das damals gewusst, glaubst du, wir hätten diese Entscheidung getroffen? Also es gibt immer wieder diesen Satz, der wahrscheinlich stimmt, wenn man sich bewusst dafür entschieden hätte, hätte man es nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich so. Es ist für mich so ein bisschen wie so ein Pakt mit Faust. Also der faustische Pakt mit dem Teufel. Dann ist der Teufel gekommen, also stellen wir uns das mal vor, Menschheit und so weiter, und dann hat gesagt, hey Ulrike, wir machen da jetzt was, die nächsten hunderten Jahre. Ihr werdet alle 50 Jahre älter, ihr werdet alle gebildeter, es wird alles irgendwie luxuriöser für euch und das Einzige, was ihr mir versprechen müsst, den Planeten und eure Lebensgrundlage zu zerstören. Ja genau, also wenn man das gewusst hätte, hätte man sich nicht darauf eingelassen. Jetzt wissen wir es und ich denke mir halt, ist quasi das Ende des Kapitalismus, wie du ihn jetzt propagierst und wäre ja auch quasi das Argument, was man machen kann, ist das jetzt im 21. Jahrhundert das Äquivalent zu Gott ist tot im 19. Jahrhundert? Dass quasi die heutige Evolutionstheorie die Ökozidtheorie ist? Also was sicher stimmt, ist, dass der Kapitalismus oder die Theorie vom Kapitalismus diente, dass das sozusagen die Religion abgelöst hat. Also die ökonomischen Dogmen, zum Teil sind sie völlig falsch, aber die werden auch wie eine Kirche gepredigt oder wie eine Religion gepredigt. Und eine weitere Ähnlichkeit ist, natürlich konnte sich niemand im Mittelalter vorstellen, dass es Gott nicht gibt oder dass die Kirche nicht herrscht und heute ist es genau so, dass es eben unvorstellbar ist, dass der Kapitalismus aufhört. Einfach deswegen hatten wir ja vorhin schon, weil es tatsächlich in dem Sinne ein totales System ist, als er alles prägt. Also wie wir Kindheit verbringen, wen wir heiraten, welche Berufe wir ausüben, wie wir Freizeit verbringen, nicht. Wir leben in einer völlig anderen Welt als unsere Vorfahren im 18. Jahrhundert und das ist natürlich ganz schwierig, sich vorzustellen, dass diese historische Phase irgendwie enden könnte und das auch noch zu unseren Lebzeiten oder zu den Lebzeiten unserer Kinder. Gleichzeitig hat ja, selbst als Darwin die Evolutionstheorie quasi veröffentlicht hat, das hat ja immer noch Jahrzehnte gedauert, bis das verstanden wurde. Ja, ich glaube, jetzt wird es schneller gehen. Es wurde institutionell blockiert, bekämpft, das erleben wir doch auch. Ja, aber ich glaube, jetzt wird es doch schneller gehen, dass alle merken, dass irgendwie der Kapitalismus an sich zu Ende geht, weil man ja, weil die Basis irgendwie wegbricht. Wir hatten das ja schon, er braucht Wachstum und dieses Wachstum stößt an natürliche Grenzen. Also es gibt die Umweltgrenze und es gibt die Rohstoffgrenze und die sind ja fühlbar und die werden immer schlimmer. Und da kann man jetzt nicht einfach abstrakt drüber hinwegsegeln, dass die Ressourcen knapp werden, die man für dieses Wachstum braucht und dass gleichzeitig die Umweltgefahren ständig steigen. Ich meine, jetzt haben wir diesen Oktober erlebt. Den haben zwar alle irgendwie schön gefunden, Wahnsinn, 25 Grad im Oktober, aber gleichzeitig ist natürlich deutlich, dass das irgendwie irre ist. Was sagst du denen, die ja sagen, hey, du hast ja mit deiner Analyse dieses kapitalistische System, was das mit unserem Planeten macht, mit den Menschen macht, da hast du ja recht. Aber was ist denn jetzt deine Alternative, Ulrike? Ja, dann komme ich wieder mit der britischen Kriegswirtschaft. Die hatten wir ja auch schon besprochen. Damit willst du die Leute überzeugen? Ja, klar. Weil die, denn das ist so, also das finden dann auch Leute komisch, also das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass es eine Kriegswirtschaft sein soll. Also vielleicht nochmal, was die beiden zentralen Säulen sind. Das eine ist, dass der Staat in Großbritannien hat, oder anders gesagt, was die Briten hatten, war eine demokratische, private Planwirtschaft. Also es war jetzt nicht der Sozialismus unter Stalin, sondern es blieb alles privat. Aber was der Staat gemacht hat, er hat Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Denn die Briten hatten ja das Problem, das sie den Zweiten Weltkrieg nicht hatten kommen sehen, jedenfalls nicht wirklich. Dann war klar, Hitler greift sie an, sie hatten nicht genug Waffen. Da mussten sie eben, da blieb gar nichts anderes übrig mehr, die Friedenswirtschaft schrumpfen, um eben die Kapazitäten freizuräumen, das ganze Militärgerät noch herzustellen. Munition, U-Boote, Flugzeuge und so weiter. Dieser Militärteil ist für uns heute uninteressant, aber eben dieses Schrumpfen in der Friedenswirtschaft. Und da sind dann eben zwei Dinge entstanden. Das eine ist, der Staat hat Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Wie das dann genau funktionierte, das konnten sich die Manager und Eigentümer selbst überlegen, aber es gab Zielvorgaben. Und das andere ist, dass der Staat dann die knappen Güter rationiert hat. Das heißt, alle bekamen das Gleiche. Arm und Reich wurden gleich behandelt, was wahnsinnig populär war. Die Briten haben nicht gehungert im Zweiten Weltkrieg. Das ist wichtig, aber es wäre eben alles knapp. Deswegen Rationierung war ungemein populär. So, und ich glaube, dass, achso, du willst eine Frage stellen? Ich lasse dich ausreden. Naja, ich glaube, dass das heute wahnsinnig abstrakt wirkt. Hä, Rationierung, alles ist doch im Überfluss vorhanden. Aber das erste Gut, das demnächst schon rationiert werden wird, einfach weil die Klimakrise schon so weit vorangeschritten ist, ist Wasser. Deutschland wird nicht zur Wüste durch die Klimakrise, aber man wird natürlich immer mehr Dürren haben, immer mehr Hitzeperioden. Auch Grundwasser wird dann zum Teil versiegen. Und dann in so einer Situation, wo existenzielle Güter knapp werden, interessiert sich dann niemand mehr dafür, ob es freie Märkte gibt und Marktmechanismen und Preise, sondern alle stehen beim Staat und wollen, dass der klärt, wer jetzt das Wasser kriegt, also die Industrie, die Haushalte oder eben die Landwirtschaft und dann werden physische Mengen zugeteilt, also im Fall von Wasser, konkrete Liter. Da geht es gar nicht mehr um Geld, es geht nur noch um das eigentliche, knappe Gut und das ist dann schon Rationierung. So und jetzt durch völlig andere Umstände, nämlich den Ukraine-Krieg, also wird ja das Gas wahrscheinlich knapp und dann hat man das wieder. Gas ist existenziell und dann wollen alle wissen, wer kriegt jetzt das Gas, also die Haushalte oder welche Firmen sollen schließen und das wird der Staat entscheiden und das ist dann auch Rationierung. Ist es denn so schlau überhaupt von dir, als Linke, eine Alternative zu nennen und aufzuzeigen? Sollte man nicht eher sagen, das muss halt demokratisch Ja, das sag ich ja. Muss ja. Beschlossen werden. Ja, sag ich ja. Aber wenn du sagst, die britische Kriegswirtschaft, da hast du ja quasi das Ziel. Warum sagt man nicht, die Alternative, die kann man vielleicht gar nicht so beschreiben, sondern wir wissen einfach nur, was zu tun ist. Also zum Beispiel zu sagen, okay, keine Emissionen mehr. Ja, aber das ist ja ein Ziel, du brauchst ja auch einen Weg. Weißt du, bei mir ist das so, das Ziel ist die Kreislaufwirtschaft. Ja, aber wenn ich die britische Kriegswirtschaft, den Weg will ich gar nicht gehen, der ist mir viel zu steinig, aber wenn du sagst, wir müssen einfach die Spielregeln ändern und dadurch schafft sich das System automatisch ab und darum spielt es ja keine Rolle, wie du die Alternative nennst, sondern die Alternative wird ja automatisch besser sein, wenn du sagst auch, wir machen keine Emissionen mehr. Also Emissionen werden verboten. Kein Profitdenken mehr in vielen Bereichen, ob nun Gesundheit und so weiter und so fort. Da spielt es ja keine Rolle, wie wir das System danach nennen, sondern wir müssen das Bestehende einfach überwinden. Ja, aber ich meine, das wird ganz oft gesagt, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt genau richtig verstehe, aber ganz oft sagen die Leute, ja, das klingt ja alles so unattraktiv, Kriegswirtschaft, warum nennst du das nicht anders? Also Überlebenswirtschaft oder Krisenwirtschaft oder frag mich nicht. Ich würde es gar nicht benennen, weil das automatisch was im Kopf auslöst. Ich glaube, du sprichst da falsche Fantasien an, auch vielleicht negative Ängste und so weiter. Ja, also jedenfalls wie auch immer man das nennt. Ich meine, es klar ist, man kann jetzt nicht einfach nur sagen, wir stoppen die Emissionen, ohne zu sagen, wie das gehen soll und ohne zu sagen, wie man das staatlich planen will, dass die Leute, die dann arbeitslos werden, sagen wir mal in der Chemieindustrie, irgendwie was Neues finden. Dafür braucht man ja, also man braucht, glaube ich, schon Modelle, an denen man sich orientieren kann. Ich sage ja nicht, dass das alles genauso laufen soll, wie in Großbritannien, das wäre ja Quatsch, zumal wir ja nicht im Krieg sind, aber dass man doch sich klar macht, dass man sowas braucht wie staatliche Planung, dass man wahrscheinlich sowas braucht wie Rationierung. Da sind wir uns ja einig. Gut, dann ist das schon mal schön. Aber es spielt auch keine Rolle, wie wir das danach nennen. Es spielt auch nur eine Rolle, dass wir das Schädliche und das Zerstörerische abschaffen. Und wie wir das am Ende nennen, können wir uns dann später ausdenken. Wir haben ja quasi, als wir damals Kapitalismus gestartet haben, im 17. Jahrhundert, haben sie auch nicht gesagt, okay, das ist jetzt hier, wir starten jetzt Schluss mit Feudalismus. Da wurde ja auch nicht gefragt, okay, was willst du denn sonst sagen? Ja, wir machen jetzt Kapitalismus. Das ist da einfach passiert. Ja, schon, aber... Du hast ja keinen schlauen Denker wie Ulrike Herrmann und sagt, ja, wir machen jetzt Kapitalismus. Nee, das stimmt. Also das ist ganz wichtig, klar zu haben, dass der Kapitalismus nicht geplant wurde, dass ihn keiner hat kommen sehen, dass es 100 Jahre gedauert hat, bis die Leute überhaupt kapiert haben, dass sie in einem neuen System leben, für das sie dann noch später das Wort Kapitalismus gefunden haben. Das ist richtig. Also ich meine, so eine natürliche, langsame Evolution wäre ja tatsächlich sehr schön, wenn es nicht so wäre, dass wir leider direkt auf den Klimacrash zusteuern und das in den nächsten 20 Jahren. Das ist natürlich neu. Das ist völlig klar. Das ist historisch einmalig, dass der Mensch es geschafft hat, seine gesamte Umwelt so zu ruinieren, dass man jetzt leider geordnet handeln muss. Das ist aber die Situation. Ich finde es immer lustig, wenn dann so gefragt wird, ja, wie wollt ihr denn die Asiaten und insbesondere die Chinesen davon überzeugen, jetzt von diesem kapitalistischen System, was sie ja jetzt so stark gemacht hat, davon abzugehen, habe ich mir immer gefragt, ist es wirklich schwerer, Kommunisten in China vom Ende des Kapitalismus zu überzeugen als die Amerikaner? Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen aber, glaube ich, ist diese Frage deswegen falsch. Die ist an sich falsch, ja. Ja, weil dann immer, also da ist ja immer die Angst, okay, wir sparen dann CO2 und dann bauen aber die Chinesen noch ganz viele Kohlekraftwerke und dann hat sich alles gar nicht rentiert. Aber ich glaube, das geht an der Realität vorbei, weil ja die Klimakrise China beispielsweise sehr hart treffen wird. Und für die Chinesen jetzt nicht die Option ist, wir machen weiter wie bisher und dann sind wir schön kapitalistisch und die doofen Deutschen, die sparen CO2. Sondern es ist im ureigensten Interesse der Chinesen CO2-Emissionen noch runterzufahren, wenn sie selber auf ihrem Land dann noch schön leben wollen. Das heißt, es gab bisher aus meiner Sicht keine Lösung, weil es wird immer vom grünen Wachstum erzählt. Oder ich meine, eigentlich gibt es zwei Lager. Auf der einen Seite gibt es die Leute mit dem grünen Wachstum, die ganzen Parteien, EZB und so hatten wir schon. Und dann gibt es die Wachstumskritiker, also die Degrowth-Bewegung, die ja sagen, nee, nee, das wird nichts mit dem Wachstum hier. Wir brauchen eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo sie auch Recht haben. Und dann wird immer ganz lange beschrieben, wie diese ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen könnte. Aber es wird der Fehler gemacht, dass diese Vision schon für den Weg gehalten wird. Und diese Frage, wie kommt man da eigentlich hin, die wird nie gestellt. Und das ist das, was ich mir jetzt überlegt habe. Wie muss man sich dieses Schrumpfen vorstellen, ganz konkret. Und mein Vorschlag ist, eben sowas wie die britische Kriegswirtschaft, egal ob man das jetzt so nennt oder nicht, aber ich glaube, das ist der Punkt. Wir müssen über diese Transformation nachdenken. Apropos, Brite, du kennst bestimmt George Monbiot, oder? Ja, natürlich. Der hat ja auch eine Alternative. Der sagt ja jetzt nicht britische Kriegswirtschaft, der sagt einfach nur den einfachen Satz, die Alternative zum Kapitalismus ist, there is enough for everyone, as long as we share it. Ja, das ist Rationierung, genau. Genau. Aber auf einer globalen Ebene. Ja, aber das finde ich auch interessant, dass Rationierung längst da ist, in den Konzepten, aber die Leute verstehen gar nicht, was sie sagen. Also zum Beispiel hat ja der Weltklimarat gesagt, jeder Mensch darf auf der Welt eine Tonne CO2 pro Jahr emittieren. Das ist praktisch Rationierung. Ja. Das ist praktisch auch schon Kriegswirtschaft. So, das verstehen die nur, also die Rationierung ist nichts, was ich erfunden habe. Nur, man muss halt diese Rationierung mit Schrumpfen kombinieren. und das fehlt auch bei Mont Bayard. Mont Bayard. Halt er Mont Bayard? Ja, ich höre immer, wenn der Emo spricht, Mont Bayard. Okay. Aber ist Rationierung denn auch inkompatibel mit dem Kapitalismus? Klar, oder? Nee, eigentlich nicht. Wenn man jetzt, der Kern vom Kapitalismus ist Wachstum. Das System braucht Wachstum, um stabil zu sein und es erzeugt auch Wachstum. Man könnte natürlich sich ein System vorstellen, wo Wachstum mit Rationierung kombiniert wird. Ja, in der Form, dass man eben sagt, dass alle zum Beispiel das Gleiche verdienen oder tendenziell das Gleiche und alle sehr gut verdienen. Du könntest, also es wäre vielleicht ein etwas seltsamer Begriff von Rationierung, aber du könntest ja sagen, das Volkseinkommen wird weitgehend gerecht verteilt. Also jeder kriegt das Gleiche vom Volkseinkommen. So, das wäre auch eine Form von Rationierung und würde ja tendenziell in die Richtung gehen, die die Schweden hatten als Kapitalismus. Aber natürlich ist es so, dass man Rationierung eigentlich immer mit Mangel verbindet. Aber Rationierung meint ja eigentlich im Kern nur, alle kriegen das Gleiche. Das kannst du auch mit einem Wachstumssystem kombinieren. Ich hoffe, dass irgendwie George auch mal irgendwann hier zu Gast sein wird, aber da habe ich mir das gestern nochmal angeguckt. Der sagt halt auch immer, wir hatten ja über diese Lösungen, also Lösungsvorschläge im kapitalistischen System, die die Politik und die Ökonomie anbietet, also mit CO2-Steuer und den Zertifikaten und individueller Verzicht, also quasi von der Bevölkerung. Da sagt er ja, das wird ja seit Jahrzehnten vorgeschlagen und propagiert, also von den Mächtigen. Ja, wir müssen das einfach so machen und so machen und dann kann der Kapitalismus weitergehen und trotzdem haben wir eine nachhaltige Umwelt. Das kann natürlich funktionieren, das hatten wir vorhin ja schon. Ja, der sagt ja auch, also nachhaltiger Kapitalismus ist Chasing Unicorns, also Einhörner zu jagen und er sagt dann auch immer, also man soll immer die Leute fragen, die quasi diese Lösung innerhalb des Systems propagieren, fragen, why haven't we won yet? Warum habt ihr noch nicht gewonnen, wenn das möglich wäre? Genau. Und dann kommt er genau auf die gleiche Lösung oder auf die gleiche Antwort, wie du gesagt hast, das kapitalistische System erlaubt es nicht, sich fundamental zu ändern. Genau. Darum muss es overthrown werden, wie sagt man, gestürzt werden. Ja, genau. Letzt zum Schluss. Aber die Frage ist eben wie und das fehlt bei ihm dann. Ja, demokratisch hoffentlich. Ja, aber eben bei ihm fehlt ein Weg und zwar ein ökonomischer Weg und das ist ja das, was ich dann versuche zu liefern. Genau. Also ich bin sozusagen schon eine Runde weiter als George. Ja. Wir können euch ja mal zusammensetzen und dann über deine britische Kriegswirtschaft reden. Ja, das ist interessant, er ist eher Brite und aber trotzdem, er selber favorisiert die amerikanische Kriegswirtschaft, die aber den Nachteil hat, dass sie ja eine wachsende Wirtschaft war, also wirklich deutlich wachsend. Also nicht nur, dass die Gesamtwirtschaft gewachsen ist, dass auch der Friedensteil ist gewachsen, es ist einfach alles gewachsen und deswegen ist die amerikanische Wirtschaft im Krieg überhaupt kein Beispiel dafür, wie man den Kapitalismus schrumpfen kann. Es gab, er hat auch ein schönes Beispiel gebracht, weil er immer gesagt hat, ja die Öl und die Energiekonzerne müssen unsere Partner sein, also sie positionieren sich als Partner in der Politik oder der Regierung. Ja, wir werden mit euch zusammen den Weg gehen, so wie LWE, es gibt ja schöne Werbung überall, dass wir gehen jetzt, wir werden jetzt grün und so weiter. Das ist alles Makulatur, wenn man sich die Kapitalinvestments anguckt, der Öl- und Gasbranche weltweit. Aber ich glaube, dass das Problem eben... 99,2% geht immer noch in fossile Bremsstoffen. Ja, das stimmt, aber man kann das eben auch noch anders beschreiben, nämlich, da bist du dann ja total skeptisch, dass ja vor allen Dingen die Reichen verzichten müssen. Also wenn man jetzt sagt, jeder bekommt das Gleiche, dann kann man sich ausmalen, dass ja die Reichen am stärksten verzichten müssen. Um das mal jetzt auf dem heutigen Stand einfach mal zu illustrieren, also das sind auch Zahlen von Thomas Piketty, also von einem französischen Ökonom. Im Augenblick ist es so, dass die Reichen in Deutschland 118 Tonnen CO2 emittieren, also das ist das oberste 1%. Und die unteren 50% emittieren im Jahr 5,9 Tonnen. Das heißt, die Reichen emittieren 20 Mal so viel wie die Armen. Wenn man jetzt sagt, alle kriegen das Gleiche, abhängig davon, wofür eben die Ökoenergie so reicht, wenn man alle Windräder und Solarpaneele, die denkbar sind, installiert hat, dann ist eins ganz klar, die Reichen müssen verzichten, nicht die Armen. Die unteren 50% in Deutschland müssen wahrscheinlich gar nicht verzichten. Aber das werden sie ja nicht wollen, also nicht freiwillig verzichten, darum ist da halt Umverteilung. Ja, natürlich, genau. Die Antwort. Nee, man muss klar haben, Rationierung ist Umverteilung. Genau. Das ist das Tolle daran. Du kannst ja nicht auf freiwilligen Verzicht der Mächtigen quasi setzen. Aber ich glaube, dazu gibt es auch sehr schöne Studien von Piketty. In dem Moment, wo eine Gesellschaft klar hat, wo sie hin will, mehrheitlich, orientieren sich auch die Reichen daran. Also es ist ja nicht so, dass die Reichen nicht Teil der Gesellschaft werden. Damit sie weiter gesellschaftlich kompatibel sind. Ja, natürlich. Aber zum Beispiel, solange es für die Gesellschaft klar war, dass hohe Steuern richtig sind für die Reichen, haben die Reichen auch nicht protestiert, sondern für die war auch klar, dass sie Steuern zahlen müssen. Erst als sozusagen die Mittelschicht auf die Idee kam, dass Steuern doch eigentlich doof sind, wurde es auch für Reiche möglich zu sagen, nee, nee, wir zahlen keine Steuern mehr. Ja, nee, aber damit, das ist dann anders als das, was du denkst. Nämlich, was ich ja sagen will, es ist schon sehr wesentlich, was die Mehrheit meint. Ja, ja. Aber das war ja in den 15er, 16ern gab es ja auch 90 Prozent Vermögensteuer in Amerika. Ja, genau. Und da ist ja die Mittelschicht nicht einfach so auf die Idee gekommen, dass Steuern scheiße sind, sondern sie wurden durch bestimmte Interessengruppen dahin manipuliert. Nein. Die kommen ja nicht alleine drauf. Doch, das Problem ist, dass es sehr schön am Beispiel von Ronald Reagan ausgerechnet seiner Biografie Nacht zu vollziehen. Das Problem war, dass in dem Moment, wo auch die Arbeiter reicher wurden durch bessere Löhne, sie leider die Idee hatten, dass sie jetzt Teil der Elite sind und dass sie auch gar keine Steuern mehr zahlen wollen und dass sie jetzt ja so reich sind, dass sie auch alleine zurechtkommen, ohne Staat und so weiter. Ja gut, das ist der American Dream, dass jeder reicher ist. Ja genau, und dann in dem Moment, wo die Arbeiter reicher wurden, haben sie eben dieses neoliberale Zeug geglaubt, weil sie dachten, ah, jetzt bin ich auch Elite. Die haben das... Aber wer hat das propagiert? Ja natürlich, aber da sind wir jetzt wieder bei dem Anfang, nicht? Der Wähler, der dann Unsinn glaubt, ist auch nicht ganz unschuldig. Ich wollte die Leute jetzt auch nicht freisprechen. Okay. Drei Fragen noch und dann kommt Hans mit den Publikumsfragen. Okay. Würde das Ende des Kapitalismus auch das Ende der Exportnation Deutschland bedeuten? Weitgehend. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass es gar keine Exporte mehr gibt. Also es geht nicht um Autarkie. Wir werden importieren und wir werden auch exportieren. Aber natürlich, wenn man jetzt klar hat, dass Schiffe auch irgendwie Energie brauchen, um zu fahren und dass es sehr aufwendig sein wird, aus Ökostrom, biologischen oder ökologischen Schiffsantrieb zu machen, dann ist einem klar, es wird nicht mehr so viele Schiffe geben und damit nicht mehr so viele Exporte und auch nicht so viele Importe. Das hatten wir ja schon. Warum hat die USA die Amis Energieautarkie, wie du ja gerade gesagt hast, Energieautarkie als Ziel? Und warum können wir das nicht haben? Also in Deutschland ist Energieautarkie einfach schwierig, wenn man sagt, man muss auf Wind und Solarstrom umstellen, weil Deutschland sehr dicht besiedelt ist. Also wir haben, also letztlich braucht sowohl Wind wie auch Sonne, braucht viele Flächen. Klar. Und wir sind so dicht besiedelt, dass das mit den Flächen knapp wird. Also es gibt aber Länder, da wird es noch knapper. Also zum Beispiel die Benelux-Länder haben keine Chance, autark zu sein, wenn es darum geht, mit Wind und Sonne weiterzukommen. Darum, ich bin ja ein Europäer. Nee, Europa an sich kann autark sein. Das wäre mein Punkt. Es heißt ja auch immer die Energiewende, also wenn Deutschland Energiewende macht, ist ja schön und gut, eigentlich brauchen wir eine europäische Energiewende. Ja, genau. Also und natürlich können andere Länder mehr Strom erzeugen, also beispielsweise Spanien, viel mehr Sonne, viel mehr Wind. Aber man darf nicht klein reden, was es bedeutet, da kann man ja dann wieder Quaschning zitieren, den Solarstrom, den man dann beispielsweise in Südspanien produzieren könnte, nach Deutschland zu kriegen. Das ist aufwendig. Das geht, aber es ist aufwendig. Das heißt, wenn ich immer möchte, dass Europa Energie unabhängig und autark wird, das ist realistisch und sinnvoll. Ja, genau. Das kriegt man hin. Aber das ist nicht billig und nicht im Überfluss, aber es geht. Genau. Dann, welche Mittel, welche Tricks haben, deiner Meinung nach, die Kapitalisten noch im Ärmel, um genau das Ende des Kapitalismus entweder zu verschleiern, zu verschleppen oder zu vermeiden? Also sie können es nicht vermeiden, weil der Kapitalismus wird enden, weil er an seinen natürlichen Grenzen stößt, also sowohl die Umweltgrenze wie die Rohstoffgrenze. So, und dann wird das System zusammenbrechen. Die Wahl, die die Kapitalisten haben und wir als Gesamtgesellschaft ist nur noch, steigen wir rechtzeitig aus und schrumpfen geordnet und vermeiden noch die größten Klimarisiken oder machen wir weiter wie bisher, weil alles andere so anstrengend erscheint und dann wird wenig später der Kapitalismus ungeordnet und chaotisch zusammenbrechen und die Klimakatastrophe hat sich dann bis dahin deutlich verschärft. Das ist die Wahl. Die Wahl ist nicht zu sagen, der Kapitalismus wird noch lange dauern. Und deswegen ist auch das Ende des Kapitalismus, also der Titel meines Buches, ist keine Forderung. Das ist eine Beschreibung. Ganz schön viel los im Hintergrund. Hans ist reinmarschiert. Aber gut, es ist nicht zu vermeiden, das Ende, aber sie werden es ja versuchen zu verschleppen. Ich weiß es nicht so genau, aber wahrscheinlich schon. Es ist doch logisch, dass der Kapitalismus sich mit Füßen, Händen und Füßen damit wehren wird, sich abzuschaffen. Ja, also was man feststellen kann, es gibt jetzt so eine Art gespaltenes Bewusstsein. Also in den Vorstandsetagen der Unternehmen hat sich viel getan, in dem Sinne, dass jetzt wirklich jeder Manager verstanden hat, dass die Klimakrise ein ernstes Problem ist. Müssen die nicht mehr Profit maximieren? Ja, genau. Aber dazu komme ich jetzt. Aber sie haben sozusagen intellektuell verstanden, dass das ein wirklich großes Problem ist. Das wurde ja lange Zeit geleugnet. Also die Leugnungsphase ist vorbei. Jetzt hat jeder verstanden, okay, das mit der Klimakrise ist ein existenzielles Problem für die Menschheit. Jetzt kommt der nächste Punkt, den wir ja schon besprochen haben. In dem Moment, wo man schrumpft und es läuft auf grünes Schrumpfen raus, verlieren Vermögenswerte ihren Wert. Nicht nur, dass man keinen Gewinn mehr macht, man macht ernsthaft riesige Verluste. So und natürlich, wie man diese und zum Teil steht die Existenz von ganzen Firmen auf dem Spiel. So und das ist natürlich etwas, wo Manager völlig ratlos sind, weil sie ja Shareholder Value, ständig da den Wert ihres Unternehmens steigern sollen. Und deswegen glaube ich ja auch, dass es Quatsch ist, auf das einzelne Unternehmen zu hoffen. Die müssen wachsen, das ist sozusagen deren Existenzberechtigung, sondern das muss man eben staatlich organisieren. Man kann nicht von der einzelnen Firma erwarten, dass die jetzt anfängt, da wahnsinnigen Klimaschutz zu machen, weil es ja auf Schrumpfen rausläuft. Und dann ist, das geht gar nicht für die einzelne Firma, sich vorzustellen, dass sie jetzt selber schrumpft, weil das ist das Ende der Firma. Genau deswegen braucht man so eine Art Kriegswirtschaft und staatliche Planung und so weiter. Also die Firmen, anders gesagt, die Kapitalisten können den Kapitalismus nicht abschaffen, das geht nicht. Das muss der Staat machen. Naja gut, der Staat ist ja das Problem. Wir haben den Kapitalismus als politisches System, die werden sich auch mit Händen und Füßen werden, darum müssen wir das machen. Ja genau, die Mehrheit der Wähler, davon rede ich ja. Zum Schluss, dein Buch hat mich auf ein schönes Zitat von Audre Lord, das ist eine feministische Denkerin gebracht. die sich auch mit dem Ende des Kapitalismus beschäftigt hat und warum quasi der Kapitalismus sich nicht selbst reformieren und transformieren kann, so wie es nötig wäre, um eine erhaltenswerte Welt zu machen. Was aber glaube ich immer, die meisten Deutschen zum Beispiel immer noch glauben. Also sie glauben immer noch an die Reform, an die Reform. Bestimmt, ja. Das wäre ja auch die schönste Alternative. Also die Reform ist immer gut. Ich bin auch immer sehr für Reform, geht leider diesmal nicht. Sie sagt diesen schönen Satz, The master's tools will never dismantle the master's house. They may allow us to temporarily beat him at his own game, but they will never enable us to buy genuine change. Ja, aber ich finde das unterkomplex, immer sozusagen, wenn es um die Klimakrise geht, sozusagen zu sagen, ja die Kapitalisten und so weiter, die sind die Herren und werden uns unterdrücken. Also ich glaube, dass einfach man… Nee, der Kapitalismus ist der meiste. Ja, ja, aber der Punkt ist einfach, das Kernproblem ist der Wachstumszwang, weil sonst das System zusammenricht und jetzt haben wir grüne Schrumpfen und anders geht es nicht und das muss man halt planen, das muss man gestalten und statt jetzt irgendwelche abstrakten Beschreibungen des Kapitalismus zu starten, die eigentlich auch nur metaphorisch sind, sollte man jetzt mal anfangen, ganz konkret über das grüne Schrumpfen nachzudenken. Wir hatten ja über diese Master's Tools, die Sie gerade angesprochen haben, ja geredet, also die Lösung innerhalb des Systems mit Emissionshandel, CO2-Preis, individueller Verzicht und so weiter. Diese Tools werden aber nie das Master's Haus kaputt machen, also sie werden nie das Wachstum infrage stellen. Ja, dann kann ich damit, dann hat sie recht. Damit machen sie das. Wenn man das so interpretiert, dann hat sie recht. Audrey Lord, sehr zu empfehlen. Das war's von mir. Ulrike, danke für deine Zeit. Wie lange haben wir gemacht? Zweieinhalb Stunden. Holladibolla. Hast du noch Kraft für Hans? Ja, natürlich. Jetzt bin ich ja gespannt auf die Fragen. Bin ich auch. Danke Ulrike, komm bald wieder. Ja, tschüss. Erst mal ist eine Antwort fällig. Und zwar an diejenigen, die im Livestream das jetzt geguckt haben. Die haben nämlich sieben, acht, neun Minuten lang ungefähr teilweise nichts gesehen, sondern ein eingefrorenes Bild und teilweise dann auch, als das Bild wieder da nichts gehört, hat, weil einfach es ein technisches Problem gab mit dem Upload. So, ist dadurch euch etwas entgangen auf ewig? Nein, denn es gab parallel oder gibt parallel zum Livestream eine Aufzeichnung von Bild und Ton und das wird dann ins Video eingebaut. Also, wer da später guckt, wird dann in den Genuss aller Gedanken und Ausführungen kommen. Voila. So, das war heute für mich wirklich einer der kompliziertesten Chats, den nachzuverfolgen, weil es war eine sowas von wild durcheinandergehende und wuchernde Debatte. Ich kann das gar nicht anders sagen. Kennst du das eigentlich von deinen Lesereisen, von deinen Veranstaltungen, dass die Debatten, ist das jetzt eigentlich links oder ist sie nicht in Wahrheit eine Neoliberale, ist sie eine Kommunistin, was ist da eigentlich los? Kennst du dieses, also Diskussion kommt ja auch von Diskurre durcheinander rennen. Ist das deine Erfahrung im wirklichen Leben, wenn du mit Lesern und Leserinnen zusammentriffst? Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ihr ein, sagen wir mal, sehr geschultes Publikum habt, die sich schon viel mit diesen ökonomischen Theorien auch beschäftigen. Und die dann versuchen, das auch gleich einzuordnen. Also normalerweise, wenn ich Lesungen habe, dann kommen die Leute nicht von der Frage her, ist man links, rechts oder neoliberal, sondern die kommen alle von der Frage, wie kann man die Klimakrise lösen? Also sie kommen nicht von der Kapitalismusfrage oder von der ökonomischen Frage. Und dadurch interessiert die das anderen auch gar nicht. Und ich glaube, euer Publikum interessiert sich für Klima, kommt aber von der Ökonomie und hat dann deswegen diese Fragen, ist das jetzt marxistisch, ja oder nein? Dann wurde auch gefragt oder kritisch angemerkt, im Hinblick auf den, ihr habt ja von Anfang oder von ziemlich früh an über Kapitalismus diskutiert, da wurde dann vielfach gefragt, ja welcher Kapitalismusbegriff liegt denn da zugrunde? Da haben einige, und ich vermute nicht ganz zu Unrecht, den Eindruck gehabt, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Kapitalismus ist, zugrunde liegen, was dann die Diskussion auch schwierig macht. Und einige haben gesagt, sozusagen in der klassisch marxischen Tradition, Kapitalismus bedeutet in erster Linie mal ein ökonomisches System, in dem gesellschaftlich erzeugter Mehrwert privat angeeignet wird. Und das hat dann Folgen, sowohl im Hinblick auf Wachstumszwang, als auch auf Durchdringung der ganzen Gesellschaft. Ist diese Definition von Kapitalismus eine, wo du sagst, ja stimmt, ist auch meine Basis? Nee. Also ich habe das ja versucht zu sagen, was der Kapitalismus ist. Man investiert in Technik, um Waren herzustellen, die man mit Gewinn verkauft. Das ist übrigens die Definition von Marx. Und durch die Technik entsteht dann Wachstum. Und dieses Wachstum ist auch zwingend, weil man, wo der Wachstumszwang herkommt, habe ich ja erklärt. Also der Kern für mich von Kapitalismus ist Einsatz von Technik und Wachstumszwang. Jetzt sagen die Leute, wenn ich das richtig verstehe, ja das ist, Kapitalismus ist die private Aneignung von Gesellschaftlich Erzeugt. Ja und das gibt es bei Marx auch. Das ist sozusagen bei Marx die Mehrwerttheorie. Das ist auch der zweite Pfeiler, den ich nicht teile. Also das will ich jetzt hier gar nicht ausführen. Aus meiner Sicht ist die Mehrwerttheorie von Marx falsch, weil es im Kapitalismus eben nicht nur um Arbeit geht, sondern vor allen Dingen um den Einsatz von Technik und Energie. Und dann ist die Mehrwerttheorie nicht mehr haltbar. Aber das lasse ich jetzt mal weg. Wenn man jetzt einfach diese Definition nimmt, Kapitalismus ist die private Aneignung von gesellschaftlichem Reichtum, dann muss man einfach feststellen, dass das eigentlich in der Geschichte immer gegolten hat. Im antiken Rom haben sich die großen Senatoren letztlich auch alles angeeignet, was im römischen Reich produziert wurde. Sei es von Sklaven, sei es von freien Bauern. Diese römischen Senatoren hatten letztlich den gesamten Reichtum des Landes. Und es war auch eine Privatwirtschaft. Im Mittelalter war es auch so. Die Könige und die Adeligen haben sich privat, das war ja jetzt kein Sozialismus, privat angeeignet, was der Rest des Landes dann erzeugt hat. Das heißt, die Idee da ist ja, der Kern des Kapitalismus ist Ausbeutung. Aber Ausbeutung gab es immer. Das kann dieses spezifische System nicht erklären. Wobei da, auch darauf wurde hingewiesen, auch Ausbeutung kann man auf der einen Seite moralisch definieren. Sozusagen, dass Menschen keinen gerechten Lohn erhalten, dass Kinder zu arbeiten gezwungen werden, dass Arbeit zwangsweise mit Elend verbunden ist. Oder es wird eben, jetzt sind wir wieder bei der Frage, Ausbeutung sei nun identisch als ökonomische Kategorie, damit, dass derjenige, der die Arbeitskraft angeheuert hat auf der Basis freier Verträge, sich aneignet, was von den Arbeitenden an Mehrwert erzeugt wurde. Das wurde ohne jede moralische, so habe ich das bei Marx gelesen, ohne moralische Definition als Ausbeutung angesehen. Teilst du diesen Begriff von Ausbeutung? Also was richtig ist, ist, dass Marx und das ist seine ganz große Stärke, nicht moralisch ist, sondern analytisch und einfach den Kapitalismus an und für sich erklären will. Was bei Marx, jetzt muss ich ja, wenn jetzt hier so stark Marx eine Rolle spielt, dann eben doch falsch gesehen hat, ist die Rolle von Arbeit im Kapitalismus. Also bei Marx war das ja so, also übrigens, das ist auch wichtig zu wissen, also naja, für alle jetzt, die zugucken, ich selber habe ein Buch über Marx geschrieben, deswegen weiß ich auch ganz genau, was da drin steht bei ihm und ich bin auch begeistert von Marx und halte ihn für ein Genie, deswegen habe ich ja über ihn geschrieben, aber die Mehrwerttheorie ist jetzt trotzdem falsch. Und das ist übrigens etwas, was Marx selber wusste. Er hat eigentlich dann, im Kern ist er auf die Mehrwerttheorie dann nicht mehr zurückgekommen und deswegen ist auch Band 2 und 3 nicht fertig geworden vom Kapital, weil das mit der Mehrwerttheorie so schwierig war. Und was ist das Problem mit der Mehrwerttheorie? Wenn man sagt, aller Wert entsteht durch Arbeit, das ist ja der Kern der Mehrwerttheorie, dann müssten ja die Länder, wo ganz viel gearbeitet wird und ganz wenig Technik eingesetzt wird, die müssten besonders reich sein, also beispielsweise Bangladesch. Aber es ist natürlich genau umgekehrt. Es sind die Länder reich, wo ganz viel Technik eingesetzt wird und Arbeit tendenziell eher keine Rolle spielt. Und das ist natürlich klar, da kann man sich eigentlich genau überlegen. Gut, da sind wir bei der Produktivitätsfrage. Ja natürlich, nur um das nochmal zu erklären, weil auch ganz oft die Frage ist, was ist eigentlich Wachstum? Wichtig ist Wachstum pro Kopf. Also Wohlstand entsteht nur, wenn man pro Einwohner reicher wird. So und Wachstum pro Kopf ist natürlich erstmal was ganz Seltsames, weil wir haben immer zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf und wir werden auch nicht intelligenter. So wenn also es Wachstum gibt, obwohl wir selber als Menschen immer gleich sind, dann heißt das eindeutig, das kann nicht an unserer Arbeit liegen. Das liegt an dem Einsatz von Technik und an dem Einsatz von Energie. Also nur mit Technik kann man Wachstum pro Kopf erzeugen. Nur dann gibt es Produktivität. Und das Problem bei Marx ist, das ist eigentlich auch tatsächlich im Kern ein Rätsel. Also Marx hat sich wahnsinnig für Technik interessiert und wusste, wie wichtig Technik ist. Aber mit seiner Mehrwerttheorie hat er dann genau diese Technik eigentlich deutlich unterschätzt in ihrer Bedeutung, was dann auch fatale Folgen für seine Theorie hatte, jedenfalls für Teile der Theorie. Und das macht ja das kapitalistische System dann auch so ambivalent. Auf der einen Seite, durch den Einsatz von Technik, sind wir alle reicher geworden. Wobei gleichzeitig die Spreizung zwischen reich und weniger reich, auf der einen Seite nimmt sie zu, auf der anderen Seite macht sie eben doch, du hast das im Buch auch gesagt, der Lebensstandard, den Durchschnittsmenschen bei uns heutzutage haben, ist höher als der Lebensstandard, den der Adel vor 300 Jahren hatte. Ja natürlich, außerdem die Spreizung heute ist noch nicht so hoch wie im Feudalismus. Also wir sind sehr ungleich, aber es ist jetzt nicht so wie früher in Frankreich, wo die Bevölkerung gehungert hat, während der Adel in Versailles saß. Das war noch schlimmer. Also ich glaube, man darf die Zustände da im Feudalismus sich auch nicht schön vorstellen. Aber es stimmt, wenn man jetzt sich die Könige anguckt im Mittelalter, dann sind die alle auch an diesen ganzen Krankheiten gestorben. Typhos, Mittelohrentzündung, alles konnte tödlich sein. Auch der König in Versailles hatte keine Heizung, keine Waschmaschine. Die sind dann monatelang immer in den gleichen Klamotten rumgelaufen und haben dann irgendwelches Puder benutzt, damit das Stinken nicht auffällt. Es gab keine, ich meine solche Banalitäten wie Wassertoiletten, gab es in Versailles nicht. Die hatten da alle ihre Bettpfannen. Und wenn man Zahnschmerzen hatte, dann war das auch für einen König grauenvoll. Also sowas wie lokale Betäubung, wenn man zum Artanarzt geht. Davon konnte ja ein König in Versailles nur träumen. Das heißt, der Kapitalismus hat natürlich viele Vorteile gehabt, von denen alle profitieren, auch wenn sie arm sind. So, jetzt zu konkreten Fragen. Es wurde ganz häufig ein Thema, was ihr auch schon angesprochen hattet, in einer Demokratie, die auf Legitimation durch Wählerzustimmung angewiesen ist. Wie schafft man es dann, dass Menschen mehrheitlich dafür stimmen, dass sie sich einschränken sollen? Das ist sozusagen die Millionen-Dollar-Frage. Ja, das stimmt. Also da haben alle Zuschauer auch absolut recht. Da würde ich einmal sagen, das habe ich auch schon zu Thilo gesagt, aus meiner Sicht ist das Problem in der Diskussion im Augenblick, dass die falschen Konzepte diskutiert werden. Also entweder geht es um grünes Wachstum oder aber man überlegt sich die ganze Zeit, wie die Kreislaufwirtschaft aussehen könnte und redet nicht über den Weg. Deswegen würde ich mal sagen, ich komme jetzt mit einer Lösung, egal wie man die findet, um den Diskurs zu verschieben. Also ich will jetzt erstmal erreichen, dass man über den Weg redet. Von mir aus können die Leute ja andere Konzepte präsentieren, aber man muss über den Weg reden. Aber genau daran macht sich die Frage fest. Ja, ja, genau. Wir sagen, okay, wir akzeptieren das, dass für dich sozusagen die britische Kriegswirtschaft kein Vorbild als Vorbild ist, sondern eine Art Denkhilfe, ein Modell, wie man sozusagen, also man sagt ja manchmal übers Fliegen, die Landung sei eine Art kontrollierter Absturz. Piloten bestreiten das immer, aber wenn man das Bild mal nimmt, dann scheint es mir so zu sein, dass du sagst, diese britische Kriegswirtschaft ist so eine Art kontrollierter Absturz, eine Transformationshilfe, die möglichst unblutig ist. Ja, genau. Aber übrigens, das ist ein sehr schönes Bild, das werde ich jetzt klauen. Das werde ich jetzt immer auf meinen Vorträgen sagen. Ja, weil ich glaube, tatsächlich, man muss mit so Metaphern arbeiten. Also das sind ja alles nur Analogien, damit man aber überhaupt irgendwie mal klarkriegt als Gesellschaft, um was das Thema ist. So, aber jetzt bleibt natürlich trotzdem die Frage, okay, wir haben uns geeinigt, die Zuschauer haben genau verstanden, worum es geht. Wie kriegt man da die Mehrheit hin? Wie kriegt man da für die Mehrheit? Ja, und da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, das weiß ich auch nicht. Also außer, dass ich jetzt allen versuche, das zu erklären, wie ich das sehe, kann ich auch nicht mehr machen. Und, aber das habe ich vorhin auch schon, glaube ich, zu Thilo gesagt. Also, oder nein, nochmal anders gesagt. Also es ist kein Zufall, dass ich keine Politikerin bin. Wenn ich jetzt Politikerin wäre. Dann müsstest du die sagen. Nee, dann würde ich auch grünes Wachstum versprechen, weil das ja das ist, was die Wähler im Augenblick noch hören wollen. Die Mehrheit der Wähler will unbedingt hören, dass es irgendwie mit dem grünen Wachstum geht. Deswegen bin ich Journalistin. Und komme jetzt mit einer Analyse, was geht und was nicht geht. Und dann muss man mal gucken, wie weit man da im Gespräch kommt. Also ob dann viele Wähler das interessant finden oder nicht. Das kann ich jetzt nicht abschätzen. Also ehrlich gesagt dachte ich ja, als ich das Buch geschrieben habe, dass das kein Mensch haben will. Ich meine, wer will denn im Ernst ein Buch lesen, das am Ende sagt, ja, das läuft auf die britische Kriegswirtschaft raus. Aber es gibt Leute, die lesen das. Also zu meiner Freude. Und enthören sich darüber. Auch. Aber die Mehrheit liest es, glaube ich, und versteht es und findet das eigentlich richtig. Dann wird direkt im Anschluss daran gefragt, wenn man dieses als Weg, als Softlanding akzeptiert für die Transformation, ist das überhaupt denkbar als nationales Projekt oder kann es eigentlich nur dann funktionieren, wenn es als globales oder mindestens in einem großen Teil der Industriegesellschaften gleichzeitig durchgesetzt wird. Nee, also es ist absolut wichtig, dass man das global macht. Also schon aus dem ganz schlichten Grund, dass das CO2-Molekül ja keine Grenzen kennt, sondern sich überall verteilt. Wenn ich jetzt erstmal nur über Deutschland rede und was hier die Möglichkeiten mit Windenergie und so sind, dann habe ich das nur gemacht, damit man es überhaupt versteht. Also wenn man gleich anfängt, global zu denken, dann kommt keiner mit, weil man ja nur seinen nationalen Rahmen kennt und die Umstände vor Ort. Aber es muss global sein. Aber ich bin da jetzt gar nicht so pessimistisch, das hatten wir ja auch schon mit Thilo, dass man ja klar haben muss, dass Deutschland sogar noch Glück hat in der Klimakrise, dadurch, dass wir so weit im Norden sind. Wir werden, auch hier wird die Klimakrise wahnsinnige Folgen haben, aber es wird nicht so kommen, dass man hier nicht mehr leben kann. Das wird extrem unangenehm und schlimm, aber man kann überleben. Das gilt ja aber für andere Regionen dieser Welt nicht. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist es so, dass man in 50 Jahren in so einem breiten Gürtel von Afrika, Brasilien, Nahe Osten, Pakistan, Indien, Indonesien, Nordaustralien gar nicht mehr leben kann, weil es zu heiß ist. Und 3,5 Milliarden Menschen werden dann ihre Heimat verlieren. Das heißt, es ist für China oder Indien viel wichtiger, Klimaschutz zu betreiben als für uns. Deswegen glaube ich nicht, dass man jetzt noch lange warten muss, bis da mal Aufstand ist und das in die Gänge kommt. Es gibt, wenn du das auch klauen möchtest, das schöne alte Sprichwort, erst wenn die Marmelade im Bad klebt, holt man den Barbier. Ein bisschen scheint das so zu sein. Ich muss mal ganz kurz, ich brauche mal ganz kurz eine Pause, ich muss mal ganz dringen. Ja, ist das Klee? Machen wir, wunderbar. Komm gleich wieder. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen peinlich. Überhaupt nicht. Es wäre viel peinlicher, wenn du nicht aufs Klo gingst. Ja, also eine kleine Pause. Wir blenden ein Pausenbild ein für das Video. Ich rede, ja, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt die Pause. Und wenn sie wieder da ist, geht es weiter. Wir haben kein Pausenbild. Ich dachte immer, wir hätten, dann können wir eins aufschreiben. Na schön, also ich sage dann einfach was darüber, wie für mich, und das war jetzt kein Spruch vorhin, dieser Chat, ich habe selten einen so komplett divergierenden Chat erlebt wie den hier. Das waren zum Teil ökonomisch hochqualifizierte, habe ich den Eindruck, Aussagen. Da waren Markscanner dabei, da waren überzeugte, würde ich jetzt mal sagen, neoliberale dabei. Dann ging es aber auf der anderen Seite manchmal auch in pure, Beschimpfung würde ich nicht sagen, aber doch in Äußerungen, die gar nicht mehr inhaltlich fundiert waren, sondern dann wurde nur noch gesagt, die Frau lebt doch jenseits der Realität. Das kann man ja finden, aber es wäre schön, wenn solche Sachen dann auch argumentativ unterfüttert würden. Da, wo das nicht stattfindet, da sprechen dann diese Kritiker eigentlich auch kein dolles Urteil über sich selbst aus. So, das war ein kleiner Metareport über Erfahrungen im Chat. Eine konkrete Frage. Deine These ist ja, ohne Wachstum hätten wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Da wurde gesagt, in Japan seit der Krise 2007 gab es A, kein Wachstum, aber B, blieb die Arbeitslosigkeit relativ konstant. Warum war das so? Weil die japanische Gesellschaft überaltert. Die haben wenig Kinder, keine Einwanderung und dann überaltern sie. Die japanische Wirtschaft würde auch nicht mehr wachsen, wenn es keine Möglichkeit gäbe zu exportieren. Also die leben praktisch vom Wachstum woanders. Dann, was passiert bei deinem Modell, also kritische, britische, kritische Kriegswirtschaft, kritische Briekswirtschaft, britische Kriegswirtschaft oder etwas daraus abgeleiteten. Was passiert bei diesem Softlanding mit den Sozialsystemen, wie wir sie derzeit kennen? Also die Sozialsysteme würden sich natürlich ändern, aber es wäre kein Problem. Also man würde ja dann die Rentner oder Arbeitslosen, falls es welche gibt, einfach genau in dieses Rationierungsprogramm mit aufnehmen. Also wenn alle das Gleiche kriegen, kriegen auch Rentner das Gleiche. Was hältst du von der Postwachstumsökonomie, wie sie etwa von Nico Pech vertreten wird? Ja, auch super Frage. Also Nico Pech beschäftigt sich eben sehr stark damit, wie die Kreislaufwirtschaft aussehen könnte, in der man nur noch verbraucht, was man recycelt. Aber was Nico Pech nicht hat, ist ein Übergang. Also für Nico Pech ist irgendwie die Vision gleichzeitig der Weg. Und das geht aus meiner Sicht nicht, weil man ja irgendwie klären muss, was wird mit den Leuten, die jetzt in der Flugzeugindustrie sind, in der Chemieindustrie, in der Automobilindustrie, wenn man gleichzeitig sagt, das wird wahrscheinlich alles schrumpfen oder ganz verschwinden. Den kann man ja nicht einfach sagen, ja und dann könnt ihr alle abmarschieren in den Schrebergarten. Schrebergarten, das wird so nicht laufen, weil die werden dann verzweifelt sein, Einkommen verlieren, Perspektive verlieren, die würden glatt die AfD wählen. Da braucht man einen Plan und der fehlt bei Nico Pech. Beim Ziel sind wir uns einig, aber der Weg fehlt. Dann wird nochmal gefragt, was ist und zwar auf den Begriff gebracht, deine Alternative zum Kapitalismus? Hast du schon ein Wort, eine Bezeichnung dafür? Naja, also es ist eigentlich so, das Ziel ist die ökologische Kreislaufwirtschaft. Und der Weg ist die britische Kriegswirtschaft. Das kann man aber auch Überlebenswirtschaft nennen, wenn man will. Dann, es gibt Freunde des klassisch kapitalistischen Wohlstandssystems. Da wurde gefragt, sind Unternehmensanteile vielleicht auch geeignete Verteilungssysteme? Sollte der Staat hier nicht vermehrt investieren, damit alle Menschen an den kapitalistischen Bestrebungen zum Beispiel von Aktiengesellschaft partizipieren können? Ja, aber man muss natürlich klar haben, dass in so einer schrumpfenden Wirtschaft viele Aktien, die es heute gibt, gar keinen Wert mehr haben. Also ich sage jetzt mal Airbus, BMW, Mercedes-Benz oder Daimler, wie die heißen, Continental, die sind alle wertlos, weil die ganze Branche gar nicht mehr existiert. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt viel bringen würde, die existierenden Aktien umzuverteilen. Andere Frage. Wenn Demokratie erst auf der Basis von Wohlstand möglich ist, das ist ja deine These, was bedeutet denn dann die Schrumpfung als Notwendigkeit vor den begrenzten Ressourcen für die Entwicklung von Demokratie? Ja, also die Frage, muss ich ja mal sagen, sind alle sehr gut. Die Frage ist auch gut. Ja, das ist klar, dass man sagt, okay, Wohlstand hat Demokratien ermöglicht. Wenn Schrumpfung ist, dann ist dann auch die Demokratie auf dem, ist die da nicht gefährdet. Ja, ja, und das kann sein. Also meine Hoffnung ist, dass die Demokratie dazu führt, dass man tatsächlich zu einer Rationierung kommt. So nach dem Motto, Demokratie hat ja den Ansatz, alle sind gleich, deswegen kriegen ja auch alle eine Stimme. und dass dieses Gleichheitsversprechen der Demokratie dazu führt, dass wenn man schrumpfen muss, dann alle sagen, okay, und jetzt kriegen hier alle das Gleiche. Nicht, dass das so läuft, meinetwegen das Wasser wird knapp als erstes. Die Villenbesitzer haben immer noch einen Pool und die anderen können auch nicht mal ihre Toilette bedienen. Ich glaube, man wird dann, weil man Demokratie ist, rationieren in dem Sinne, dass alle das Gleiche kriegen. Das zeigt ja das Beispiel der britischen Kriegswirtschaft, dass eine Demokratie dann rationiert, wenn es um Schrumpfen geht. Aber, ich will das nicht kleinreden, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist die Alternative, vor allen Dingen, wenn man dann in so eine schwere Klimakrise reinrauscht, weil man immer den Kapitalismus ausgereizt hat, bis es nicht mehr geht, dass die gesamte Gesellschaft sich refoidalisiert. Ja, ich meine, also die Frage, die ich da direkt anschließen möchte, ist nicht das, was wir zum Teil unter Trump erlebt haben, dessen Wahlerfolg, da, wo er ihn gehabt hatte, 2016, auch darauf beruhte, dass aus Regionen der USA, wo klassische Wirtschaft schrumpfte, da haben Leute dann gesagt, nee, also eigentlich sozusagen ein retardierendes Politikmodell, wir wählen diejenigen, die, und sei es mit autoritären Maßnahmen, uns versprechen, es wird wieder so wie vorher. Warum sollte das in Deutschland oder anderswo anders sein? Ja, die Gefahr besteht. Nur der Punkt ist ja, man kann das frühere System, das war ja der Kapitalismus, das war Wachstum ja nicht wieder aufrichten, weil er ja daran zugrunde gehen wird, wenn wir nicht rechtzeitig aussteigen, dass es nicht mehr die Rohstoffe gibt und nicht mehr die Umweltkapazitäten. Also man muss einfach klar haben, der Rückkehr in den Kapitalismus geht nicht, weil er seine Basis verliert, was die Rohstoffe angeht und die Umwelt. So, und das heißt, wenn dann alles knapp wird, durch die Klimakrise, ich meine, diese Realität darf man ja nicht verkennen, wir steuern hier auf die absolute ökologische Katastrophe zu. Und wenn dann alles knapp wird, das ist dann ja irgendwann nicht nur Wasser, das sind auch Nahrungsmittel und so weiter, dann steht, wenn wir es nicht demokratisch hinkriegen durch Rationalisierung, dann steht eine Refeudalisierung an. In dem Sinne, dass dann jeder versucht, irgendwie möglichst viel für sich selber rauszuschlagen. Das wird dann man dann auch mit Waffengewalt machen. Und dann hat man so ein Warlord-System wie in Afghanistan. Das ist ja auch absolut knappe Ressourcen. Das Land ist bitterarm. Und was passiert? Jeder schadet sich, soweit er kann, um einen Warlord, der dann Waffen hat und seinen Anhängern verspricht, ihr kriegt ein Riesenstück von dem ganz kleinen Kuchen. So, und das kann auch in Europa wieder passieren. Das ist, aber das wäre natürlich die katastrophale Alternative. Das erinnert so ein bisschen an den Satz von Marx, die Zukunft der Menschheit ist Sozialismus oder Barbarei. Wenn man es an sehr, nur dass es bei dir dann nicht Sozialismus heißt. Sondern britische Kriegswirtschaft. Genau. Aber man kann ansonsten diesen Spruch übernehmen. Das stimmt. Britische Kriegswirtschaft. Es gab einige Kommentatoren, die meinten, du vergisst doch eigentlich, welche Rolle, gerade bei der britischen oder auch bei anderen Ex-Kolonialstaaten, die wohlhabend geworden sind, die Rolle des Kolonialismus, die Ausbeutung im klassischen Sinne der Kolonien bis hin zum Sklavenhandel. In deinem Buch spielt das schon eine Rolle, aber du hängst das relativ niedrig. Wieso? Ja, also das, also was man natürlich überhaupt nicht bestreiten kann, ist, dass es enorme Gewalt gab in der Geschichte, eben die Kolonien, eben der Sklavenhandel und so weiter. Und das waren alles Verbrechen. Jetzt ist ja nur noch die Frage, war das zwingend für den Kapitalismus oder waren das eben historische, politische Verbrechen? Und da würde ich sagen, dass man eigentlich eindeutig zeigen kann, dass sowohl der Sklavenhandel wie auch die Kolonien jetzt nicht ursächlich mit dem Kapitalismus verknüpft waren. Denn das kann man einfach jetzt an vielen Beispielen zeigen. Also zum Beispiel der Sklavenhandel hat ja nicht erst im 18. Jahrhundert eingesetzt, sondern schon im Mittelalter. Und die meisten... Das war dann aber innerafrikanisch. Wenn wir über Afrika reden. Nicht nur innerafrikanisch, sondern sehr viele afrikanische Sklaven wurden beispielsweise nach Indien verkauft im Mittelalter. Aber Indien wurde nicht kapitalistisch. Umgekehrt ist es so, dass die meisten afrikanischen Sklaven sind ja nach Brasilien verkauft worden. Da allein sind über 5 Millionen dann ausgebeutet worden. Aber Brasilien an sich ist nie kapitalistisch geworden und ist heute immer noch ein relativ armes Land. Auch in den USA war es so, industrialisiert haben sich die Nordstaaten, wo es keine Sklaven gab. Während die Sklavenhalterstaaten, also der Süden ist bis heute arm. Einzelne Plantagenbesitzer waren natürlich sehr reich. Aber es hat sich kein Kapitalismus, keine Industrie entwickelt. Und Staaten wie Mississippi sind bis heute extrem arm. beutet nicht der moderne Kapitalismus, gerade auch in seiner Gier oder in seiner Notwendigkeit für massenhafte Rohstoffe afrikanische und südamerikanische und asiatische Länder aus, ganz massiv. Also was richtig ist, ist, dass der Kapitalismus Rohstoffe braucht. Was aber nicht stimmt, ist, dass der Kapitalismus als Kapitalismus dafür sorgt, dass jetzt in den Rohstoffländern alle arm sind. Also ein bestes Beispiel ist, vielleicht sind die Ölstaaten im Nahen Osten. Wir brauchen hier Öl. Saudi-Arabien ist damit reich geworden. Und was passiert dann? Die Saudis kaufen bei uns Mercedes-Benz. Das heißt, wir profitieren auch davon, dass die reich sind. Ich glaube, es ist ein ganz grundsätzliches Missverständnis zu denken, dass der Kapitalismus dann floriert, wenn andere arm sind. Um nochmal ein Beispiel zu nennen, das auch alle kennen. Als China anfing, sich zu industrialisieren, dann war ja hier das große Entsetzen, oh Gott, jetzt werden die Chinesen reich. Das muss ja heißen, dass wir hier arm werden. Aber so lief es natürlich gar nicht, sondern in dem Moment, wo die Chinesen endlich anfingen, kapitalistisch zu werden und zu wachsen, haben sich völlig neue Exportmöglichkeiten für die deutsche Industrie aufgetan. Inzwischen ist es so, dass wir wahnsinnig viel von den Chinesen importieren, aber eben auch wahnsinnig viel exportieren. Das heißt, das ist ganz generell so, dass im Kapitalismus als ökonomischem System funktioniert es am besten, wenn alle reich sind. Das ist sehr schwer, das zu glauben, aber es ist so. Nochmal ein anderes Beispiel. Du hast ja nach Kolonien gefragt. Die größten Kolonien, die es jemals gab in Europa, in Westeuropa, hatten Portugal und Spanien. Ganz Südamerika und dann zum Teil noch die Gewürzinseln in Asien und riesige Rohstoffe, also vor allen Dingen Gold und Silber, wurden in Südamerika gefunden. Was war? Innerhalb kürzester Zeit waren Portugal und Spanien so arm, dass sie insgesamt abgehängt waren von der europäischen Entwicklung und bis heute sind Portugal und Spanien die ärmsten Länder in Westeuropa, wenn man mal Griechenland weglässt. Das heißt, die sind durch ihren Kolonialismus für immer, für Jahrhunderte arm geworden. So, da kann man, die Ursachen will ich jetzt gar nicht alle erläutern, weil das würde zu lange dauern, aber man kann einfach sehen, dass das immer so ist. Weil zum Beispiel das größte Kolonialreich, das noch existiert, ist Russland. Also früher haben ja nicht in Wladivostok ethnische Russen gelebt, sondern Russland hat sich seit dem Mittelalter da immer quer durch ganz Asien ausgedehnt. Riesige Rohstoffe, Öl, Kohle, Gas, Nickel, alles, Aluminium. Und was ist? Russland ist ärmer pro Kopf als Rumänien. Da sieht man wieder, und das Problem ist immer das gleiche. Kolonialismus funktioniert so und auch Versklavung. Eine kleine Oberschicht stiehlt alles, der Rest hat nichts und das Ergebnis ist, dass sich dieses Land nicht entwickeln kann, weil die Massenkaufkraft fehlt und man Technik gar nicht einsetzt, weil sie sich nicht lohnt, weil keiner was kaufen kann. Und der Kapitalismus braucht aber Massen, die irgendwie Geld haben und Geld verdienen, damit sie dieses ganze Zeug auch kaufen können, was die Technik da bietet. Und sozusagen Ausbeutung killt den Kapitalismus. Jedenfalls, wenn man sie so definiert. Ja, genau. Wenn man sie so definiert, also wenn man sagt, Ausbeutung ist, dass einige mehr haben als andere, dann ist, also wenn Ausbeutung das gleiche ist Ungleichheit, dann gibt es im Kapitalismus Ausbeutung. Wenn man sagt, Ausbeutung ist, einige haben alles und andere gar nichts, dann ist das für den Kapitalismus eine Katastrophe. Eine sehr persönliche Frage. Achso, ja, das ist auch mal interessant. Welches sind die größten Einflüsse oder Ereignisse, die deine Ansichten geprägt haben? Das ist ganz eindeutig zu beantworten. Das war das Waldsterben von 1982. Das hat mich politisiert, dass so ein großes Ökosystem existenziell gefährdet war. Hat mich wirklich nachhaltig schockiert. Und ich bin sozusagen, von der Politisierung her, bin ich Umweltschützerin. Aber Wirtschaft hat mich immer interessiert. Das war dann vielleicht das zweite große Ereignis. Das war zeitgleich eigentlich auch, so kurz vorm Abitur. Ich habe 1983 Abitur gemacht. Hatten wir in Hamburg, in Gemeinschaftskunde, hatten wir irgendwie so ein halbes Jahr Wirtschaft und da wurde dann die Angebots- und Nachfragetheorie gemacht. Also Keynes gegen Milton Friedman. Und das war der Moment, wo ich dachte, ja. Das ist ja mal interessant. Und ab da warst du Keynesianerin. Das will ich jetzt mal. Ja genau. Dann habe ich auch, genau. Ich habe sofort gemerkt, ich bin Keynesianerin. Und ja, aber fand das spannend. Also das hat mich nie wieder losgelassen. Zu Afrika gab es gleich eine Folgefrage. Wird Afrika eigentlich heute noch im klassischen Sinne ausgebeutet, Rohstoffe von uns, von China, von den USA, zum Beispiel Extraktionen afrikanischer Rohstoffressourcen, im Wert zehnmal so viel wie unsere Entwicklungshilfe, die dorthin geht. Ja, das stimmt. Also das ist ganz tragisch. Also die Entwicklungshilfe, also jetzt was die Rohstoffe angeht, das ist ja gar nicht das einzige Problem, sondern genauso schwierig ist, dass wir Steueroasen zulassen. Also was dann den afrikanischen Eliten, das sind ja fast nie echte Demokratien, den afrikanischen Eliten ermöglicht, ihr Geld aus dem Kontinent abzuziehen, also ihre Bevölkerung zu beklauen. Und dann landet dieses Geld eben in den Steueroasen der Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Amerika und ist entzogen. Und ich meine, wenn man dem afrikanischen Kontinent helfen wollte, dann müsste man als allererstes die Steueroasen trockenlegen und einfach verhindern, dass das Geld fliehen kann. Aber oft fragen sich ja auch Leute ganz prinzipiell, warum ist es so schwer, Wachstum im globalen Süden zu erzeugen. Und das hat auch tatsächlich strukturelle Gründe. Also es gibt ganz viele Fehler, die sowieso gemacht werden, Freihandelsabkommen und so weiter, Steueroasen. Aber das Problem ist ja, das hatten wir schon öfters, Kapitalismus ist ja ein technischer Prozess. Da gibt es eine enorme technische Dynamik. Und das führt dazu, dass es immer schwerer wird, auf diesen Zug aufzuspringen. Weil der Unterschied zwischen einem nicht technisierten System wird immer größer. Genau, das kann man auch historisch sehen. Also der Kapitalismus ist ja 1760 in England entstanden. Und die Engländer, da wollten natürlich die Deutschen, Franzosen, Belgier, die wollten alle sofort aufholen, weil die ja gesehen haben, da tut sich was prinzipiell Neues. Da wird ein Land reicher, das wollen wir auch. Und für die Europäer, war es noch einfach, die Briten einzuholen, weil der technische Abstand, also in der Produktivität, war irgendwie 1 zu 2. Das konnte man noch mühelos dann auch irgendwie aufholen. Aber heute ist der Abstand, sagen wir mal, zwischen den USA und Malawi, 1 zu 60. Und das kriegt man, diese technische Lücke kann man gar nicht mehr schließen, so nach dem Motto, wir warten mal, was passiert. Das war ja so im Kern der deutsche Ansatz. Sondern das kriegt man nur noch geschlossen, wenn man das so macht wie China. Also der Staat plant alles, man schließt auch die Grenzen, ganz wichtig, es kommt keine Technik von außen rein, es sei denn, man erlaubt das, man schottet den Kapitalmarkt ab, und dann wird sozusagen planwirtschaftlichen Kapitalismus da hochgezogen. Und das haben auch schon ganz viele Länder verstanden im globalen Süden, dass man es eigentlich so machen muss wie die Chinesen. Aber die sind doch nicht groß genug. Ja eben, das ist das Problem. Die Chinesen haben 1,4 Milliarden Menschen, die haben einen Markt, die können den einfach abschotten, fertig. Die anderen Länder haben tatsächlich das Problem, dadurch, dass die Technik so voranschreitet, braucht man auch immer größere Fabriken, damit die sich lohnt, und dafür braucht man wieder größere Märkte. Und die meisten Länder sind schlicht zu klein. Also selbst so ein Land wie Argentinien, 40 Millionen Einwohner, könnte jetzt nicht einfach sagen, wir schotten uns hier mal ab und dann machen wir unsere eigene Automobilindustrie, weil inzwischen braucht man als Autokonzern praktisch die ganze Welt als Markt, damit sich die eigene Technik noch lohnt. So und damit sitzen dann diese ganzen Länder im globalen Süden in der Falle. Sie brauchen, um Fabriken hochzuziehen, den Weltmarkt, sonst lohnt sich die Technik nicht. Auf dem Weltmarkt sind aber die Industrieländer alle unterwegs, die dann sagen, ja gerne könnt ihr auf dem Weltmarkt aktiv sein, aber bitte nur mit Freihandel. So und dann haben die Länder keine Chance mehr. Zu deinen Aussagen, was das bedeuten würde, wenn die gesamte chemische Industrie auf Ökostrom umgestellt werden würde, wird hier gesagt, der Borschenverband, VCI, also Verband der chemischen Industrie, habe eine eigene Studie veröffentlicht, der zufolge bis 2050 sie treibhausgasneutral werden könnten. Wie passt das zu deinen Aussagen? Ja, da brauchen sie die 685 Terawattstunden, genau. Das ist die gleiche Studie. Das ist die gleiche Studie. Ah, okay. Ja, nee, die können klimaneutral werden. Also der Punkt ist, nicht, dass das technisch nicht möglich wäre. Der Punkt ist, dafür brauchen die wahnsinnig viel Energie und das liegt daran, vielleicht nochmal so zur Erklärung, weil man sich ja wirklich dann auch schon wundert, hä, eine einzige Branche braucht dermaßen viel Strom. Das Problem ist eben, Gas muss kompensiert werden. Ja, das Problem ist, dass die organische Chemie funktioniert, die benutzen Kohle und Wasserstoffe. Das heißt, die benutzen Gas, Kohle und Öl als Rohstoffe. Die benutzen die nicht nur, um das zu verheizen und da Wärme zu erzeugen oder Strom zu erzeugen, sondern die benutzen das als richtigen Rohstoff. Und wenn man jetzt sagt, ja, hier ist aber nichts mehr mit Öl, weil dann natürlich auch jede Menge CO2 dabei entweicht, dann heißt das nichts anderes, dass man aus, Wasserstoff, H2, den man irgendwie durch Elektrolyse und durch Ökostrom gewonnen hat, muss man jetzt ganz mühsam diese langen Kohlenwasserstoffketten wieder synthetisieren, damit man das dann als Rohstoff haben kann. Und das ist so energieaufwendig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und deswegen sprengt die Chemieindustrie wirklich alles, was man sich da vorstellen kann. Etwas kleinteiliger gefragt, warum ist dein Buch so teuer? Wie kann man den Kapitalismus überwinden, wenn mir die Mittel, mir als Bürger die Mittel dazu fehlen, das Wissen zu kaufen? Ja, das stimmt. Also da vielleicht eine tröstliche Ansage, die Bundeszentrale für politische Bildung wird dieses Buch rausbringen und da ist es dann viel billiger. Wann passiert das? Ja, wahrscheinlich im März 2023. Und dass jetzt der Verlag 24 Euro verlangen muss, das liegt unter anderem daran, dass die Druckereien immer teurer werden und vor allen Dingen auch das Papier. Also der Rohstoffmangel ist ja nun schon überall angekommen, nicht zuletzt tatsächlich beim Thema Buch. Und zum Downloaden als E-Buch? Ja, das gibt es. Das gibt es. Ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie teuer das ist, aber es gibt es als E-Book. Wie schätzt du das derzeitige politische Spitzenpersonal ein im Vergleich zu dem, dass im Weltkrieg II in England die Kriegswirtschaft hingekriegt hat? Sind die, unsere aktuellen Führer, dazu heute mental in der Lage? Also Olaf Scholz als Vincent Churchill? Ja, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich kommt jetzt auch ein großer Proteststurm, aber ich finde ja Olaf Scholz als Kanzler gar nicht so schlecht. Also man muss ja sehen, was passiert. Die kommen beide aus Hamburg. Ja, ja, ich kenne ihn auch persönlich. Ah ja. Ja, klar. Also, aber man muss ja sehen, was passiert, nämlich faktisch befindet sich Deutschland im Krieg und da finde ich, und zwar gegen eine Atommacht namens Russland und da finde ich das außerordentlich prügend, wenn man da jemanden hat, der gründlich nachdenkt, bevor er handelt und der auch nicht sich ständig inszenieren muss. Das wäre jetzt ganz schädlich, wenn man einen Kanzler hätte, der irgendwie, wie Allah Schröder, irgendwie jeden zweiten Tag klar machen muss, dass er der Basta-Kanzler ist. Das wäre ja eine Katastrophe. Scholz hat jetzt aber auch zweimal Basta gemacht, ne? Ja, aber er hat das nicht inszeniert als, hallo, hier bin ich, ganz breite Brust, ne? So wie Schröder das gemacht hat. Hamburger, Hamburger unter sich. Ja, ja, genau. Ich sag ja, ich bin da parteiisch, ja. Die Babyboomer gehen in Kürze in Rente, wie problematisch sind die sehr vielen dann fehlenden Arbeitskräfte in den nächsten 10 bis 30 Jahren für die Wirtschaft im Hinblick auf dein Buch und deine Thesen. Ja, also ich glaube, das Problem ist jetzt nicht, dass die Babyboomer in Rente gehen, sondern das Problem ist ganz generell, dass eigentlich Handwerker fehlen. Und das muss man sich tatsächlich überlegen, wie man das hinkriegt, dass man jetzt vor allen Dingen die Jugend, und für die Branchen interessiert, die tatsächlich dann künftig gebraucht werden. Also die Handwerker fehlen überall, ob das bei Wärmedämmung ist, bei Wärmepumpen, bei Solarpaneelen, bei Windrädern, so. Und ohne Handwerker wird man diese ganze Energiewende sowieso nicht stemmen können. Was hältst du von einer Wahlreifeprüfung, wo Leute zuerst einen Grundkurs belegen müssen, anstatt das Wahlrecht einfach nur an das Alter zu knüpfen? Davon halte ich nichts. Ne? Nein, weil wer entscheidet, dass andere reif sind. Das ist ja, nee, das ist ja dann so eine Art Gesinnungsprüfung. Ja, wie bei der Führerscheinprüfung. Nein, das ist wie eine Gesinnungsprüfung. Nein, bei dem Führerschein geht es ja um Fakten. Also nach dem Motto, rechts abbiegen, links abbiegen und so weiter. Bei der Politik geht es nicht um Fakten, sondern um die Bewertung von Fakten. So, und wie will ich denn jetzt die Meinung anderer bewerten? Das wäre ja das Ende der Demokratie. Also nichts mit Gesinnungsprüfung. Was treibt dich, wir kommen nochmal in die Nähe dieser persönlichen Frage, die wir vorhin schon hatten, deine sozusagen Aha-Momente. Was treibt dich denn persönlich an, über wirtschaftliche Zusammenhänge nachzudenken und deine Gedanken so unermüdlich medial hochpräsent im Detail zu erläutern? What's the mission? Ja, also ich möchte eigentlich, dass die Natur überlebt. Also mich macht das fertig. Die Natur überlebt vielleicht sowieso. Ja, aber also die Natur, die ich kenne. Also für mich ist das psychisch wirklich anstrengend zu sehen, dass der Wald jetzt schon wieder stirbt. Also beim ersten Mal 1982 konnte man das Waldsterben ja nochmal dadurch verhindern, dass es monokausal letztlich war. Also das Kernproblem waren die Schwefeldioxid, der saure Regen, der aus den Kohlekraftwerken kam. Nachdem man das kapiert hatte, hat man alle Kohlekraftwerke mit Entschweflungsanlagen versehen. Das war ein Milliardenprogramm, hat dann aber dazu geführt, dass der Wald letztlich gerettet wurde. So, jetzt haben wir Waldsterben 2.0 und man muss einfach sagen, dass alle Bäume, alle tendenziell durch den Klimawandel sterben werden. Also im Augenblick trifft es natürlich vor allen Dingen die Fichten im Oberharz, aber auch die Laubbäume sind extrem schwer geschädigt. Es gibt Parasiten praktisch für jeden Baum und wenn das so weitergeht und der Klimawandel wird weitergehen und es tut sich auch nichts beim Klimaschutz, ist ganz klar, also für mich, dass 2030 oder so große Teile des Waldes weg sind. Da muss jetzt noch eine Dürre kommen und die wird kommen und dann ist aber ganz aus. Und das finde ich sehr, sehr schwer zu ertragen, dass wir diese Heimat, Naturheimat, die wir hatten, dass die eigentlich unrettbar verloren ist. Und das ist ja nur der Anfang des Klimawandels, das ist jetzt nicht das Ende. Und ja, das kann ich, also das finde ich ganz schwierig. Ich finde es auch schwierig, mir vorzustellen, wie das ist für Kinder, Babys, die jetzt geboren werden, die ja bis 2100 leben. Und man muss sich klar machen, wenn nichts passiert und es passiert ja im Augenblick nichts, dann haben wir dann plus 6 Grad. Ist dann eigentlich der Buchtitel so ein Ausdruck des Prinzips Hoffnung oder ein Stück weit auch Münchhausen, der sich… Nein, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist Beschreibung. Das ist keine Forderung, das ist eine Beschreibung. Der Kapitalismus wird in jedem Fall enden. Also entweder steigen wir jetzt freiwillig aus oder er bricht zusammen wegen der Klimakrise und des Rohstoffmangels. Was nicht stattfinden wird, ist, dass wir 2100 noch im Kapitalismus leben. Ja, ob wir dann noch die Möglichkeit haben, da einen Faktencheck anzustellen. Naja, deine Enkel sind dann noch dabei. Na gut. Was passiert, wenn Deutschland mit dem Schrumpfen anfinge und Ratingagenturen uns abwerten werden? Nee, also sowieso, das habe ich ja schon gesagt, muss man das global machen. Das habe ich aber auch im Buch geschrieben, dass es global sein muss. Dass man dann trotzdem viel über Deutschland redet, liegt einfach daran, dass alle ja Deutschland kennen und dass dann, mit dem man hier redet, und dass dann ein Weg ist zu erklären, wie sich die Welt verändern würde. Das kann man nur auf der Basis dessen machen, was die Leute hier auch kennen. Da wurde gefragt, wie schätzt du eigentlich die chinesische Strategie und das chinesische System ein? Was ist das? Kommunismus, Sozialismus, Staatskapitalismus? Ja, also jetzt mit dem Kommunismus, so wie Lenin sich das vorgestellt hat, hat das eigentlich, glaube ich, nichts mehr zu tun. Man muss, eigentlich war es am Ende ein kapitalistisches System. War oder ist? Ja, jetzt unter Xi Jinping ändert sich das ja wieder. Also bis 1979 war es so eine Art klassischer sowjetchinesischer Kommunismus, alles staatlich, Parteiendiktatur. Dann hat man ja private Initiative zugelassen. Man muss auch sagen, das gesamte Wachstum in China wurde im Wesentlichen dann von dieser privaten Initiative getragen. Man hat eigentlich ein Mischsystem entwickelt, wie es auch im klassischen Kapitalismus ist. Hier ist ja auch der Staat sehr stark. Natürlich gab es auch noch jede Menge Staatskonzerne und so weiter. Aber letztlich rückten die eigentlich immer mehr hin zu einem normalen Kapitalismus, in Anführungsstrichen, wo es einen starken Staat gibt und eine starke private Wirtschaft. Was sich nicht entwickelt hat, wie wir alle mitgekriegt haben, ist eine Demokratie. So, und jetzt war eben der Punkt erreicht, wo die private Wirtschaft die KP anfing zu bedrohen. Also, wenn man das hätte laufen lassen, hätte wahrscheinlich China irgendwann auch eine Demokratie gehabt. Das wäre aber das Ende der kommunistischen Partei gewesen. Mit dem Ergebnis, dass Xi Jinping jetzt den Staat wieder ausbaut und die Privatwirtschaft abwirkt. Aber es funktioniert nach kapitalistischem Gesichtspunkt. Ja, aber man weiß nicht mehr, wie lange. Also, ich meine, das kann jetzt sein, dass China den Weg in die Vergangenheit antritt. Keine Ahnung. Dann wird es bestimmt Widerstand geben in China und dann ist das nächste irgendwie so ein nationalistisches Abenteuer nach dem Motto, wir überfallen mal Taiwan oder falls einem das so riskant erscheint, wird irgendwas anderes überfallen. Aber China ist auf dem Weg in eine neue Ära. Einige Fragen noch aus dem Forum von Jung und Naiv, die vorab gestellt worden waren. Ein anderes, mindestens ehemaliges Riesenreich. Woher bezieht Ulrike ihre Informationen über Russland und hält sie es wirklich für eine gute Idee, das Land zu ruinieren? Was denn dann? Eine Wiederholung der 90er Jahre, Ausverkauf der Rohstoffe unter einer versoffenen US-Marionette. Glaubt Ulrike wirklich, dass die russische Führung das nochmal geschehen lässt? Ja, also ich würde mal sagen, dass Russland tatsächlich ein Problem darstellt, weil anders als man das wahrnimmt, das habe ich ja eben gesagt, es ist ein Kolonialreich, das bis heute existiert. In diesem Kolonialreich herrscht ein extremer Rassismus, was man daran sieht, dass jetzt die ganzen Minderheiten in den Krieg geschickt werden, aber nicht ethnische Russen aus Moskau oder St. Petersburg. Und dieses riesige Kolonialreich, das seit dem Mittelalter besteht, das auch unter dem Namen Sowjetunion existiert hat, das bis heute existiert hat, eben seine Rolle in der Welt noch nicht gefunden. Also für Russen, das nehmen die, glaube ich, selber gar nicht wahr, an sich ist ganz klar, dass sie diktieren dürfen, was ihre Nachbarn machen. Und diese Welt hat natürlich ausgedient. Und was jetzt in dem Ukraine-Krieg verhandelt wird, ist in Wahrheit das Rollenverständnis der Russen in der Zukunft. Und natürlich muss diese Idee, Russland darf diktieren, was der Rest macht, und zwar in Asien, die Westeuropäer haben damit eigentlich nicht so viel zu tun. Das muss aufhören. Das kann man gar nicht tolerieren. Aber hört das nicht längst dadurch auf, dass Russland zunehmend vielleicht zu einer Art Juniorpartner von China wird? Ja, genau. Also der Angriffs, also der Überfall auf die Ukraine war die dümmste Idee, die man wahrscheinlich seit 1945 in der ganzen Weltgeschichte gesehen hat. Also es war sowieso klar, dass Russland nicht in der Lage sein würde, die Ukraine dauerhaft zu besetzen. Aber jetzt ist es ja so, dass Putin alles opfert. Er opfert seine Menschen, er opfert die Wirtschaft, er opfert das gesamte Waffenarsenal, er zerstört diese eigene Rolle als Supermacht. Inzwischen ist Russland schon gar keine Regionalmacht mehr. Also was man da sieht, ist die totale Selbstzerstörung. Und natürlich ist der Weg dann, weil ja, dann ist klar, wenn man selber gar nichts mehr zu bieten hat, dann ist man ein Juniorpartner von China. Ganz andere Frage. Hast du eine Erklärung dafür oder eine Hypothese, warum ausgerechnet Rechte, politisch Rechte, den Klimawandel so sehr leugnen? Ja, weil den Klimawandel kann man ja nur und die Klimakrise kann man nur bewältigen, wenn man das als Gemeinschaft tut und auch als globale Gemeinschaft. Also sowas wie Rassismus, wie Überlebensgefühle, über Liegenheitsgefühle, das stört da alles nur. Aber das ist ja die Existenzbedingung von Rechten und Rassisten. Sie müssen sich ja immer besser fühlen als irgendjemand anders. Und das geht nicht. Man muss kollektiv gemeinsam zusammenarbeiten. Und man muss auch zuhören, was andere finden. Und das können autoritäre Charaktere nicht. Vorletzte Frage. Was hältst du von einer vollständigen Re-Verstaatlichung wichtiger öffentlicher Güter und Einrichtungen wie Eisenbahn oder ÖPNV allgemein oder der Krankenhäuser? Sollte der Staat nicht Güter bereitstellen, die der Markt aufgrund mangelnder Aussichten auf Profit nicht bereitstellen kann und will? Ja, das ist genau meine Meinung. Also alles, was der Staat besser kann, sollte auch der Staat machen. Und das ist mehr, als der Staat bisher tut. Ja, also das hatten wir ja vorhin auch schon in der Diskussion. Also es gibt Sachen, wo man Patienten, wo man Kunden erpressen kann. Das hatten wir vorhin schon, das Gesundheitssystem. Aber das gibt es auch noch, das hatten wir vorhin nicht, gilt natürlich auch für Wohnungen. Also die Leute müssen ja da wohnen, wo ihr Arbeitsplatz ist. Die können ja nicht irgendwo wohnen. Und deswegen sind Mieter tendenziell erpressbar. Und deswegen kann man auch den Wohnungsmarkt nicht ganz sich selber überlassen, nach dem Motto Wild West. Das muss man auch staatlich regulieren oder Genossenschaftswohnungen machen oder öffentlichen Wohnungsbau. Und das andere sind eben die Netze, wo es am besten ist, wenn es nur eine Wasserleitung gibt, eine Stromleitung und so, da muss der Staat auch ran. Und dann zum Abschluss ein ideeller Gesamtskeptiker fragt, warum sollten wir uns eigentlich auf Ulriches Prognose Ende des Kapitalismus verlassen? In Klammern, sie irrt sich doch immer mit ihren Prognosen. Ja, das kann ich jetzt also gar nicht finden. Das wundert mich jetzt. Nein, gar nicht? Nö, also jetzt wüsste ich mal gerne, wo ich mich geirrt habe. Also zum Beispiel habe ich gesagt, dass der Brexit Großbritannien ökonomisch ruiniert. Was ist? Großbritannien ist ökonomisch ruiniert. Ich habe immer gesagt, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen kann, auch ökonomisch nicht. Was ist? Russland ist zerstört. Also der Krieg läuft zwar noch, aber Russland ist klar auf der Verliererstraße und wird sich auf Jahre und Jahrzehnte davon nicht erholen. Also jetzt wüsste ich halt nicht, wo meine Prognosen falsch sind. Aber falls da noch ein Beispiel kommt, könnte ich darauf ja konkret eingehen. Ich könnte eins aus eigener Erinnerung beisteuern. Sag mal. An diesem Tisch hast du vor ungefähr zwei Jahren gesagt, im Herbst oder zum Ende des Jahres wird Corona überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil wir dann, dann ist der Impfstoff da, dann sind wir alle geimpft und dann ist das Virus weg. Das habe ich bestimmt nicht gesagt. Nein, das ist ja Quatsch. Das lässt sich feststellen. Okay, ich habe bestimmt nicht gesagt, dass das Virus weg ist. Na, du hast gesagt, es spielt keine Rolle mehr, weil wir alle die Impfung haben. Ja und, was ist? Ach so. Ja, es spielt keine Rolle mehr. Ich habe nicht gesagt, dass das Virus weg ist. Das wäre ja der totale Irrtum, weil Viren gehen nicht weg. Aber jetzt haben wir doch genau diese Situation. Wir hatten riesige Welle, Omikron-Welle. Was ist? Nix war. Alle Leute sind weiterhin ins Konzert gegangen, in die Vorträge gegangen, in die Kneipen gegangen. Das genau habe ich doch gesagt. Ja, und das ist der Zustand, den wir seit zwei Jahren haben. Ulrike, da haben wir unterschiedliche... Ja, Armin Laschet hatte ich doch recht, dass er da nicht Kanzler wird. Ich dachte allerdings, dass er nicht Kanzlerkandidat wird, weil ich wusste, dass er nicht Kanzler wird. Damit hatte ich recht. Nein, das habe ich nie gesagt. Na, nein. Nein, das habe ich nie gesagt. Da machen wir einen Faktencheck. Nee. Nee? Nein, ich habe gesagt, er wird nicht Kanzlerkandidat. Kanzlerkandidat. Ich dachte immer, es für mich war ganz klar, dass Laschet versagen würde als Kanzlerkandidat. Deswegen dachte ich ja, und das wusste doch in der CDU jeder, die ganze Bundestagsfraktion war die ganze Zeit damit beschäftigt, wie man ihn verhindern kann. Deswegen dachte ich ja, dass Söder der Kanzlerkandidat wird. Und da habe ich mich getäuscht, weil ich nämlich eine Figur nicht berücksichtigt hatte, nämlich Schäuble. Also Schäuble hat im Alleingang im CDU-Vorstand Laschet durchgesetzt, gegen alle. Keiner wollte Laschet. So, und seitdem ist ja Schäuble auch komplett abgemeldet. Ja. So, aber die Macht von Schäuble. Aber es stimmt schon, dass du dich in der Frage geirrt hast. Ja, aber in der Frage des Kanzlerkandidaten. Ja. Genau. Ja, das gebe ich zu, weil ich die Macht von Schäuble unterschätzt habe. Ulrike, danke schön. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung, die es ganz bestimmt hoffentlich geben wird. Immer gerne. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Ihr wisst es, dieses Format gibt es überhaupt nur durch euch. Wer im vergangenen Monat sich da besonders hervorgetan hat, im Abspann. Danke und bis bald. Wir haben ernste Zeiten, das glaube ich weiß jeder und jede in diesem Land. Winter is coming. There is no hope. Hier brauchen wir Radikalität. Hier brauchen wir Radikalität. Ich bin jetzt nicht zufrieden, aber hier ist es, die Kanzlerkandidaten zu geben, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020